Und hey ho, es ist der 26.01.18 Uhr. Das ist ein Freitag und passend zum Freitag starten neue Pokémon Raids. Heute zu Flatterhaar und Eisenhals. Ja, die haben wir schon. Aber wer Interesse hat, Flatterhaar und Eisenhals gibt es ab heute bei Karmus in Purpur als besondere Raid Pokémon auf 5-Sterne-Niveau. Das heißt, ihr könnt im Grunde mit jedem vernünftigen Level 100er Pokémon besiegen. Sollte klappen. Wir haben auch einen extra massiven Auflauf, aber viel wichtiger ist, deswegen sind wir heute auch da. Heute ist das große Finale für Guacamole 2. Wir haben gestern die Info gekriegt. Wir müssen zum Schlangentempel und uns dort dem Superschurken stellen, der sich am Ende alle drei Reliquien gekrallt hat. Und auch der unser Freund Jaguar hat sich als Verräter erwiesen. Es ist also richtig wild. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir heute fertig werden, weil uns fehlen noch zwei Punkte auf der Karte. Und gestern haben wir drei Punkte auf der Karte fertig gemacht. Das heißt, es sieht gut aus, dass es heute klappt. Ja, deswegen, ich freue mich drauf. Das große Finale. Wenn alles klappt, gibt es morgen Pokémon und am Sonntag den Spielewunsch Fiesta Online. Fiesta Online muss ich mich noch registrieren. Das wäre eine gute Sache. Aber erst mal ihr Chat begrüßen. Und ich sehe den lieben Finn, Drachenwächter, Black Spy, Eborin und Tristan. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Tag gehabt. Heute war Freitag. Ich war ein bisschen draußen mit Family und es war wieder viel zu viel Verkehr. Sogar Unfall unterwegs gesehen auch. Da musste man auch mal Zeit für Spenden. Aber ja gut, da war immer ein Fahrschulauto bei einer Kreuzung irgendwie, ja, schlecht abgebogen. Wäre die Frage gewesen, war es der Fahrschüler? War es der Fahrlehrer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber Krankenwagen war dabei. Also ich hoffe, alle sind gesund und heile geblieben. Auto sah auch relativ intakt aus. Also wahrscheinlich nur ein bisschen gegen Leitplanken gefahren. Aber die Kreuzung war lahmgelegt und alle haben sich gefreut für die Verspätung. Aber gut, es waren heute nicht die Bauern. Es war nicht der Zugverkehr, die GDL. Ich glaube, die streikt auch noch wieder. Deutschland, das wunderschöne Streicherland. Ja, ja, ja. Es sind wilde Zeiten. Aber gut, wild ist ja auch Guacamelee. Und das ist aber auf gute Art und Weise wild. Weil ja, das Spiel ist abgefahren. Gestern haben wir die ersten Bonus-Level-Bereiche gefunden, wo wir plötzlich ein rundenbasiertes Rollenspiel drin hatten. In Guacamelee. Oder wir haben ein schönes Auto entdeckt. Ja, wo sie aber eine sehr stolz drauf war. Und ich habe spaßesweise drauf gehauen und ja, konnte man machen. Hat uns Geld gebracht. Und Geld haben wir auch verloren bei einer Loot-Kiste im Spiel. Und das war ein bisschen gemein. Da haben wir über 1000 Geld verloren und dafür eine Münze zurückbekommen. Aber die soll man jede Woche dienstags neu machen können. Ja, Problem. Nächsten Dienstag spielen wir was anderes. Aber wäre interessant. Und Asura. Schön, dass du auch da bist. Hey, ich hoffe, dass du auch einen wunderprächtigen Tag gehabt. Und einen wunderprächtigen Tag könnt ihr auch mit Pokémon haben. Wie gesagt, ein kurzer Blick mal hier drauf. Und, ähm, falscher Bildschirm. Hier. Ähm, wir haben hier unsere News. Einmal haben wir hier Volt Tackle Remix und weitere Producer zu Project Voltage enthüllt. Also gibt es neue Lieder, wer was Schönes hören will. Und dann haben wir Sammelkartenspielerweiterungen Karmesin und Purpur, Paldeas Schicksale ab heute erhältlich. Also Sammelkarten-Fans können sie freuen. Es ist wieder Booster an Unboxing-Zeit. Es gibt elf neuer schillernde Pokémon-Ex, sieben neue Pokémon-Ex und drei Terrakristall-Pokémon-Ex. Drei seltene Illustrationskarten mit schillernden Pokémon und acht Karten der Kategorie selten. Besondere Illustrationen mit schillernden Pokémon-Ex oder Unterstützerkarten und sechs hyper-seltene Pokémon-Ex. Ja, ich habe keine Ahnung, wie selten was genau ist. Aber ich glaube, es macht Spaß, das Ding auszupacken. Und hoffentlich habt ihr gute Booster erwischt. Oh, hier unten die neuen Tinboxen, ne? Die sind aber knuffig. Hier mit der Famibs-Familie. Haben wir damals in der Vorschau, glaube ich, gesehen und dabei schon abgefahren. Ja, das wäre auch was. Vielleicht werde ich eines Tages wieder weich. Momentan, nee, 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 nee. Lootboxen und Sammelkartenspielen momentan nicht ganz so. Aber wer weiß, eines Tages vielleicht wieder. Optische Anpassungen für Pokémon Go angekündigt. Ui. Manche Inhalte von Pokémon Go erstrahlen bald in neuem Glanz. Durch einen offiziellen Blog-Eintrag zu Pokémon Go wurde in dieser Nacht angekündigt, dass verschiedene optische Änderungen für das Spiel geplant sind. Konkret umfassen diese die Map des Spiels sowie die Fangbildschirme, in denen wilde Pokémon gefangen werden können. Diese Anpassungen sollen jedoch nicht direkt weltweit ausgespielt werden, sondern zunächst nur in Regionen begrenzt verfügbar sein, um sie zu testen. In welchen genauen Regionen diese Anpassungen verfügbar gemacht werden, wurde nicht näher benannt. Bereits jetzt gibt es jedoch zahlreiche Fans auf X, ehemals Twitter, die mit den Anpassungen spielen können. Im folgenden zeigen wir euch daher eine Sammlung der optischen Updates, von denen bisher berichtet wurde. Ich glaube, es ist kein Spoiler, ne? Ich klicke mal drauf. Au X. Das erste Mal, dass ich bei X bin hier mit dem Browser auf dem PC. Hier, Wulnona, also Ninetales. Sieht so aus. Keine Ahnung, was hier neu ist. Das sieht für mich nach Pokémon GO aus. Und dann haben wir hier ein Nasknet mit einem hüpfenden Pokéball vorne. Das sieht auch irgendwie nicht so neu aus. Dann haben wir hier ein kleines Felino, auch mit einem hüpfenden Pokéball. Gut, ich erkenne keine Unterschiede, aber ich hätte vielleicht mal, ich könnte vielleicht was erkennen, wenn ich Pokémon GO gespielt hätte. Einen Bronzong haben wir hier mit dem Hyperball. Aber so richtig neu, das sah doch immer so aus, oder? Also irgendwie habe ich das Gefühl, das könnten für mich die alten Pokémon GO-Bilder sein, weil für mich sehen die genau gleich aus. Da müssen aber hier kleinen Details sein. Ja, na gut, ansonsten Terrarade-Event mit Flatterhaar und Eisenhals sowie massive Aufläufe diverser Pokémon gestartet. Das gibt es ab heute, habe ich vorhin kurz erwähnt. Hier sehen wir auch Flatterhaar und Eisenhals mit den Attacken, damit ihr wisst, was ihr für Pokémon mitnehmen könnt. Und dann haben wir noch das Mond-Neujahr-Event in Pokémon GO zum Jahr des Drachen angekündigt. Das haben wir gestern schon mal kurz angesprochen. Ihr wisst Bescheid. Ja, das war eine ganz kurze News-Überblick, aber gleich geht es hier ab. Der Hintergrund ist neu, hat unterschiedliche Hintergründe. Okay, dieser Stadthintergrund und sowas. Okay, die Hintergründe waren schön, aber ich dachte, das gab es schon. Gab es da noch nicht so Stadthintergründe und Park-Hintergründe? Ja, dann haben wir uns überlegt. Damals gab es neben Pokémon GO auch so ein paar Nachmacherspiele zu Harry Potter und zu Witcher. Das Witcher-Pokémon GO, da war ich fast weich geworden. Darauf hätte ich Bock gehabt, aber ich glaube, das ist inzwischen wieder eingestellt, oder? Oder ist es gar nicht erst erschienen? Wurde damals groß angekündigt, so eine Art Witcher-Spiel a la Pokémon GO, aber keine Ahnung, was daraus geworden ist. Vermutlich wieder eingestellt. Und die Harry Potter-Version? Ich glaube, die gibt es noch. Von der habe ich mal was gehört. Irgendwo. Es gab einen festen Hintergrund vorher. Achso, einen einzigen. Jetzt gibt es viele verschiedene. Okay, das ist ein schöner. Danke, Bisa, wegen dir musste ich mir jetzt die Paldeas-Schicksale-Trainerbox bestellen. Die sind schön, ne? Die sind echt schön. Also ich bin da ganz taff, ne? Weil, wie gesagt, ich habe genug Sammelkartenspiele hinter mir. Und ich habe dann später, Jahre später, ganze Kisten davon weggeschmissen, weil, hey, die ganzen Kommens, Ankommens braucht kein Mensch mehr. Und ja, es waren dann zigtausende Karten, die in den Papiermüll landeten. Was soll man damit machen? Das ist sehr schwierig. Wenn man es nicht mehr aktiv spielt, nicht mehr aktiv sammelt, man braucht Platz irgendwann. Und der Wiederverkaufswert ist von alten Karten in der Regel nicht so prickelnd, wie man glaubt. Ja, deswegen, man glaubt oft so, hey, voll gut zum Geld verdienen, kauf dir ein paar Tütchen und du wirst reich. Nicht ganz. Nicht ganz. Aber ja, hättest du die News nicht lesen dürfen? Hm. Es tut mir leid, Steffi. Aber ich glaube, das ist gut angelegt. Wenn du jetzt so eine schöne extra Box hast, du hast dann auch Karten, ne? Ansonsten in die Boxen passen schöne Sachen rein. Ja, das ist das okay. Solange es nur eine Box ist, ist ja gut. Hauptsache, du bestellst dir nicht das ganze Set. Weil sonst, das wird teuer. Und ich glaube, die Boxen sind auch nicht so effizient, wenn du seltene Karten haben willst. Weil drin sind bestenfalls paar Booster. Ja, und wenn du, äh, richtig gut seltene Karten haben willst, kaufst du dir besser einen Booster-Display. Aber gut, das kostet auch nochmal eine Ecke mehr. Aber dann hast du, glaube ich, garantiert mindestens, oder sowas früher zumindest, zwei, äh, super seltene Karten. Aber das hängt ja vom Spiel ab, ne? Aber gut, pro Display ist normalerweise etwas garantiert, was man garantiert hat, ne? Äh, die Anzahl Rares ist ja ziemlich egal, aber vor allem bei den Ultra Rares gibt's, glaube ich, auch eine garantierte Summe. Wie hoch die bei Pokémon konkret ist, das weiß ich jetzt nicht. Harry Potter wurde eingestampft, oder nicht? Okay. Ja, gerade bei Harry Potter hätte ich gedacht, das hätte noch irgendwie überlebt, vielleicht. Weil das Witcher-Spiel, was wie Pokémon Go war, ich glaube, das, 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 das wurde groß ankündigt, mit paar Screenshots. Das sah halt schön aus. Im Grunde wie Pokémon Go, ne? Nur, dass unterwegs halt nicht Pokémon erscheinen, sondern halt verschiedene Monster aus, aus Witcher, ne? Äh, ja. Aber ich, ich weiß nicht mal, ob es wirklich jemals erschienen ist. Vielleicht ist auch mit der Ankündigung dann irgendwie eingestampft worden. Und, äh, Harry Potter, ich meine, Harry Potter war zumindest erschienen. Das Jahr des Drachen hört sich super an. Ja, das chinesische Neujahr ist auch in Kürze. Ich weiß gar nicht genau, wann es dieses Jahr ist. Oder war das hier sogar am 24.01. schon? Ich weiß nicht, wann das ist. Würde ich ein Gatcha-Spiel noch spielen, wüsste ich das ganz genau. Chinesisches Neujahr? 21. Januar und 21. Februar. Das ist eigentlich ein Tag, nicht in einem Zeitraum. Der Neujahrstag, das ein Termin nach dem traditionellen chinesischen Luni-Solarkalender berechnet wird, fällt auf einen Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Okay, das ist nicht ein Tag, das ist einfach nur ein Monat lang. Okay, wann ist chinesisches Neujahr? Hier, auf Party.de. Was ist das für eine Webseite? Auf Party.de. Na gut. Schauen wir nach. 15 Tage lang ist das Dingens und, ähm, 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 am 10. Februar. 10. Februar ist es scheinbar. Aber gut, es scheint eventuell eine größere Spanne zu geben. Und ja, also diejenigen von euch, die halt diverse Online-Spielchen spielen, die werden es genauer wissen, weil normalerweise bei jedem größeren Online-Spiel gibt es inzwischen ein chinesisches Neujahrsevent. Und für alle diejenigen, die Bestellungen aus China erwarten, für die gibt es eine schlechte Nachricht. Chinesisches Neujahr bedeutet ein Monat Zeitverzögerungen, weil alle Fabriken geschlossen sind. Da fahren nämlich alle die lieben Arbeiter, die für einen Hungerlohn in Fabriken arbeiten, nach Hause und machen da einen Monat Urlaub bei der Family. Und alle Fabriken sind zu. Also nicht alle, aber so gut wie alle. Das merke ich immer ganz gut bei Kickstarter mit meinem Brettspielchen, weil die Spiele, die nicht vor dem Neujahr verschickt werden, die werden erst danach verschickt. Das bedeutet in der Regel eine Verzögerung von zwei, drei Monaten. Und das ist immer sehr ärgerlich, weil man muss zwei, drei Monate länger auf seine Spielchen warten. Aha, eine Box, eine Box aus jeder Paldea-Edition. LOL, hab mir jetzt aber ein Limit gesetzt. Nur 100 Euro darf ich ausgeben, pro Karten-Edition. Okay, aber ist ein guter Anfang. 100 Euro ist ja auch eine ganze Menge. Früher kostet glaube ich eine Displaybox immer ungefähr 120 oder 140 Euro. Habe ich so noch in Erinnerung. Ja, also ein ganzes Display mit Moostern, 36 Stück waren sie damals. Und das war immer so um die 100 Euro. Wenn man einen Schnapper gefunden hatte, so etwas günstiger, da waren es relativ nah an 100 Euro dran. Wenn es teurer war, so Richtung 120 bis 400, 140. Und ja, habe ich mir regelmäßig geholt. Zu jeder Edition, jeder Erweiterung immer ein Display. Dann hat man ja alle Kommens, alle Ankommens und den Großteil der Rares, ein paar doppelte Rares auch noch. Und bei den Ultra-Rares, in der Regel, damals gab es noch nicht so viele, hat man normalerweise eine 50-50 Chance gehabt auf die eine Ultra-Rare. Aber es hängt vom Spiel ab. Die Spiele haben ja sehr unterschiedlich viele Ultra-Rares. Kannst du mal meine Nachricht lesen? Tristan, habe ich was übersehen? Ich habe gehört, dass Pal-World morgen abgeschaltet wird. Wo hast du das gehört? Wo hast du das denn gehört? Das glaube ich nicht. Ich glaube, momentan spielen so viele Leute. Das glaube ich nicht. Es gab ja gestern scheinbar den einen Vorfall mit dem einen Pokémon-Mod. Aber deswegen werden die Spiele nicht abschalten. Na. Hi, Bisa. Kommt morgen wieder Pokémon? Da ich viele Pokis zum Traden habe. Jojo, es sieht so aus. Wenn wir heute mit Guacamelee 2 fertig werden und ich denke mal, wir sollten fertig werden. Dann gibt es morgen Pokémon. Und ein wildes Psy-Augon ist im Chat. Gönnt euch. Wo ist mein Mauszeiger? Hier. Das ist eine seltene Chance, dass ich auch mal was reinschreiben kann. Weil während des Spiels kann ich mal ganz schlecht im Chat was machen. Da muss ich nämlich aus dem Spiel rausgehen. Das ist ein momentan kleiner Nachteil bei Guacamelee. Das ist bei Konsolenspielen viel einfacher zum Streamen, weil da kann ich ganz alles normal machen. Bei PC-Spielen teilt man sich hier alles und wenn Spiele halt nur auf einem Monitor laufen wollen, ja, dann ist es tricky. Wie kann man bei Pokecatch das? Da fehlt ein Teil des Satzes. Wie kann man bei Pokecatch das? Also wenn du Ausrufezeichen Pokecatch schreibst, dann kriegst du ein Pokémon. Mit ein bisschen Glück, wenn er einen Ball gefangen hat. Wenn du wissen willst, wie viel Geld du hast, Ausrufezeichen Pokepass. Wenn du wissen willst, wie viele Punkte du brauchst bis zum nächsten Special, was nur in meinem Kanal funktioniert, dann Ausrufezeichen PokeLP. Und wie kann man neue Bälle bei Pokecatch kriegen? Ich kann es immer zeigen. Dann schreibst du nämlich PokeShop, PokeBall und dann die Stückzahl dahinter. Am besten immer ein Vielfaches von 10. Dann kriegst du nämlich einen Premier Ball kostenlos. Und ein Pokeball kostet 300 Pokedollar. Das heißt, vorher kannst du mit Ausrufezeichen Pokepass gucken, wie viel Geld du hast. Ja, also Ausrufezeichen, PokeShop, PokeBall und Stückzahl 20, 30, 50. Oder natürlich statt Pokeball kannst du auch Superball, Hyperball schreiben. Die kannst du auch kaufen. Die kosten entsprechend mehr. Ich glaube, Hyperball 600, nee, Superball war 600 und Hyperball 1000. Ich kenne die Preise nicht so gut. Oder du guckst in der App nach. Du hast auch eine kleine App, wenn du am PC guckst, unterhalb meines Bildschirms hier. Und da hast du auch alle Möglichkeiten, inklusive Kaufen und einen Shop, wo man noch mehr machen kann. Hast auch ein Inventar und viele, viele tolle Sachen drin. So, Psi-Augon für Bisa und mich? Oh, guck mal hier, fängt doch heute schon mal gut an. Psi-Augon wurde gefangen von Drachenwächter und von mir. Das gefällt mir so. Das ist gut. So kann es weitergehen. Hey, Tristan, jetzt sehe ich es gerade. 2000 Poké-Dollar hast du, das heißt, du kannst dir noch nicht 10 Poké-Bälle kaufen, aber wenn du noch ein bisschen da bleibst, dann kannst du dir bald kaufen. Und Geld auftanken kannst du übrigens bei allen machen, bei allen Streams, die auch das Pokémon-Community-Game aktiviert haben. Also nicht nur bei mir. Das Einzige, was nur bei mir geht, ist Ausrufezeichen Poké-LP. Das ist so ein Spezial-Feature für dich, was nur in einem speziellen Kanal gilt. Das heißt, da musst du immer gucken, wo du gerade bist und schauen, was du da aktiviert hast. Und bei Poké-LP, ich kann auch mal kurz gucken. Na, heute kann ich aber gut tippen. Ja, schreibe ich die für Sachen hin. So, Poké-LP. Ich brauche noch 18 Punkte und dann kann ich auch seltene Sonderbonbons finden. Ja. Und ja, da muss ich noch 18 Pokémon fangen. Und das ist das Einzige, was nur in einem Kanal selbst gilt. Alle anderen Sachen vom Pokémon-Community-Game gelten generell überall. Aber das ist das Einzige, was halt nur in einem Kanal gilt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel bei Kayo seid oder bei Jenny, eine Pokémon-Trainerin, dann, ja, habe ich Kayo? Kasyro, ne? Oh Mann. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Ja gut, es ist die große Vorfreude auf das große Finale von Guacamelee. Also muss es sein. Und ich bin gespannt. Vielleicht werden wir heute ganz früh fertig. Weil gestern haben wir ganz kräftig überzogen und dann vielleicht machen wir heute ein bisschen eher Schluss. Ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Oder machen wir am Ende was anderes. Guess the Game. Ah, könnte auch sein. Dann gehen wir mal ins Spielchen rein. Okay. Also einmal ins Spielchen reingehen. Bei News haben wir uns angeguckt und, ähm, wo haben wir Spielchen? 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 Äh, hier. Ah, sieht gut aus. Okay. Oh, und Vino, schön, dass du da bist. Hallo. Heute hier das große Guacamelee-Finale und ich hoffe, du bist heile aus Kassel zurückgekommen und Kassel war wunderschön hoffentlich auch. Und ich weiß nicht, war ich schon mal in Kassel gewesen? Ich glaube ja. Aber mehr so auf Durchfahrt? Ja. Und wettertechnisch war es heute ein bisschen regnerisch. Ich hoffe, du hast in Kassel besseres Wetter gehabt. Aber heute bist du auch zu Hause, ne? Ich glaube, du bist auch jetzt zurück und hier trautes Heim Glück allein. So in etwa. Und wir sind hier bei 15 Stunden. Das heißt, wir werden für das Gesamte durchspielen ohne 100 Prozent ungefähr 20 Stunden würde ich brauchen, ne? Los Manglares. Das sind wir jetzt. Hier sind wir. Und ich glaube, wir hatten hier gespeichert. Ach, genau, hier rechts. Der gute Kollege, der hatte noch ein Rätsel für uns. Genau. Manchmal fehlt mir mein alter Boss Kalaka. Klar, er war böse. Klar, er hat Elbpräsidentes Tochter gekidnappt. Klar, er hatte diesen gruseligen kleinen Schnurrbart. Aber er hat auch den Tod verdient? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall haben wir einiges aufzuholen. Geh rein. Ja. Das sind ja so lustige Kombos zum Drücken. Fliege wie ein Schmetterling. Gleite wie ein Huhn. Zeit fürs Polo-Gleiten. Das klingt eigentlich gut. Aber wir sind schon Huhn. Er hat uns automatisch umgewandelt. So X-Taste. Ist dort. L und B. B ist dort. Okay. Also 4 mal X. L schräg runter und B. 1, 2, 3, 4. Ich muss näher ran, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Und Bäm. Das war nicht wirklich gleiten, aber es müsste richtig gewesen sein. Nein, das war nicht richtig. Das sah eigentlich sehr richtig aus. Das war jetzt richtig. Ja gut, das war noch richtig alt als vorhin. Jetzt haben wir schräg runter. B, A, L, B. Jawoll. So, so. Ja, aber es war nicht ganz richtig. So, so und so. Ja, man muss schneller machen. Gleich noch ein bisschen schneller. B war richtig, ne? B ist doch. Okay, das ist eine lustige Timing-Sache. Ja, wieder zu Hause. Bin gerade vom Tierarzt gekommen. Oh nein, hoffentlich nichts mit den Kätzchen. Sollten alle schön gesund bleiben hier. Und Delty, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, da heute kein Pokémon-Stream ist, Pokémon-Themen gerne aufs Minimal zu beschränken. Solltet ihr BP-Farmen wollen, Shinies verteilen und so weiter, verragt danach stattdessen im Discord nach. Den Discord-Channel findet ihr auch unter Ausrufezeichen DC. Genau. Seit Neujahr gibt es da einen Discord-Channel von BisaLP. Und da könnt ihr gerne alles posten. Macht halt mehr Sinn, dann rutscht das in dem Chat nicht so schnell weg. Also wenn ihr da Hilfe braucht, gerne da die Räume posten oder Shiny-Tauschwünsche und sowas. Gerne, gerne. Alternativ auch Ausrufezeichen Forum im BisaBoard. Da geht's auch. Und Delty hat bald 26.000 Punkte. Das klingt viel. Dann kannst du ja schon bald das nächste Shiny abholen. Bis morgen wird's knapp, ne? Bis morgen wird es ein bisschen knapp, aber vielleicht schaffen wir's. Nehmen wir heute und morgen geldkräftig überziehen, dann könnte's noch was werden. Aber 4.000 Punkte bis morgen? Hm. Okay. Das ist eigentlich keine schwere Kombo. Das komische ist nur, der ist auf der anderen Seite. Am Ende die letzte Attacke. Hm. Ja, mit dem A rutschen wir irgendwie so komisch durch. Aber genau so soll man's machen. Vielleicht haben wir das zweite L falsch. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Ja. Das zweite L war falsch. Das musst du nicht nach rechts oben gehen, sondern nach links oben. Deswegen. Es war ganz komisch. Wir gingen immer in die falsche Richtung. Er dachte mir halt, ich pinne das mal an, damit die Leute wie immer aus dem Nichts kommen und fragen, will jemand BP farmen? Genau. Eine sehr gute Idee. Weil BP farmen könnt ihr sehr gerne machen. Einfach dann posten. Im Discord am besten. Ja. Für einen Shiny von dir bräuchte ich erstmal Switch Online. Oh nein, ist es abgelaufen? Okay. Aber gut, momentan braucht man's nicht unbedingt. Wir haben keinen neuen Raid, weil diese Woche haben wir Flatterhaar und Eisenhals. Das sind halt keine neuen Pokémon. Aber mal gucken, wann wieder neue Pokés kommen. Ich hoffe ganz bald. So. Jetzt müssen wir das gleiche wie eben machen. Davor noch die 4 X dran semmeln. Okay. Ich glaube, die haben die Richtungen wieder vertauscht. Weil eben war es definitiv vertauscht. Ich glaube, das letzte ist auch wieder verdreht. Das letzte L, ne? Das letzte L ist wieder falsch. Wir müssen ja nach Pixeln. Ja, das letzte L war wieder vertauscht. Man muss es nicht nach rechts oben machen, sondern nach links oben. Der nächste ist eine flinke Nummer. Du musst einen Power Move mit einem anderen unterbrechen. Okay, ich gehe mal davon aus, das L nach oben rechts ist immer falsch. Das heißt, das L nach oben links. Aber das gleiche nochmal. Und diesmal am Ende nochmal das unten rechts dran. Was für eine Kombo. Kommt, glaube ich, auf die Position an. Ach so. Wobei, ich glaube, wir müssen hier links stehen. Ich muss immer ein bisschen näher ranlaufen, weil wenn ich von hier hinten, wo wir vorenstanden, das Picken mache, diese erste Attacke, das ist zu weit weg. Dann muss ich ein bisschen näher. Ich hatte das schon hin und wieder, dass ich Switch online gekauft habe und sich das Geld nicht gelohnt hat. Weil ich es nur für ein paar Tage gebraucht habe. Das ist der Nachteil bei diesen Abos. Du brauchst es meistens nur für ein paar Tage und dann bist du irgendwann im Urlaub, hast mal keinen Bock zeitweise oder sowas. Aber das Abo läuft weiter. Vor allem sowas wie ein Jahresabo. Und deswegen macht man Jahresabos immer so günstig, um die Leute in Versuchen zu bringen. Ganz hinterhältige Sache. Und zu, schönes Dabe ist, hallo. Das, was Asura sagt, es geht nur darum, dass du ihn triffst. Ja, wir müssen ja erstmal treffen. Ja, noch mal. Gut. Die letzte wollte jetzt gerade nicht. Na, warum auch immer. Das letzte L habe ich in die falsche Richtung gedrückt. Wieder in die falsche Richtung. Das letzte habe ich jetzt wieder nach oben links gemacht. Okay, jetzt aber. Aber warum kriegen nur die Karmusen-Spiele dann Flatterhaar? Ja, man kriegt immer das eigene Paradox-Pokémon. Nicht das andere, was man wirklich bräuchte. Das wäre viel besser. Aber wenn du online spielst, hast du eigentlich beide zur Auswahl. So, ich habe das letzte Mal richtig gemacht. Na, nochmal. Danke noch für deine Eingangsbestätigung. Freue mich auf morgen. Genau, von Steffi kam heute ein Überraschungspaket an. Und Steffi hat schon ein bisschen angekündigt, was da cooles drin ist. Das ist eine Sache, die wir eventuell dann am Sonntag nächste Woche machen. Sofern es da keinen Spielewunsch gibt. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wir packen morgen Steffis-Paket aus. Zu Beginn des Streams. Es wird wunderschön. Weil Karmusen cooler ist. Das ist Geschmackssache. Aber Karmusen ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Technisch gesehen braucht man ja nur Flatterhaar. Eisenhals ist nicht ganz so gut. Ja. Also bisher bei den Raids kamen nur Flatterhaar zum Einsatz. Und das ist sogar schon recht lange her. Aber Flatterhaar ist halt wirklich so für Spezialangriffe. Sehr, sehr schön. Auch Tanki für Spezialangriffe. Aber ja, Eisenhals kam bisher noch gar nicht vor. Aber er sieht cool aus. Er sieht cool aus. Oh na nee, schön, dass du da bist. Hey, hast du schon reingelinzt? Nee, ist noch zu. Original verpackt. Original verpackt. Wir packen es im Stream live aus. Das heißt, für mich auch eine große Überraschung. Und du hast da geschrieben, du könntest live auspacken. Das heißt, ich werde nur die Adresse abdecken oben. Also deine Adresse. Und ja, ansonsten, wir packen es morgen aus. Aber das Päckchen ist intakt. Also von allen Seiten unbeschädigt. Es sollte also auch innen in Ordnung sein. Gut, wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Wir haben bisher alle hingekriegt. Ich habe das Gefühl, die haben das letzte wieder verdreht. Das war absolut richtig. Ich vermute, das letzte L geht in eine andere Richtung. Stimmt, Flutterhaar ist geil in Shiny, aber Eisenhals ist in Shiny echt hässlich. Die ganzen Eisen-Pokémon sind halt einfach Silber. Das finde ich nicht unbedingt hässlich, aber es ist halt nicht ganz so spektakulär. Es ist halt einfach Silber. Und bei Eisenkrieger ist das ganz Silber schon irgendwie auch ganz, ganz schick. Okay, es war nach unten links. Nicht unten rechts. Die Grundlagen hast du nun begriffen. Wenn du noch etwas mehr Bewegung brauchst, sprich mich einfach an. Ich will eigentlich nicht, aber ich hoffe, es gibt irgendeine coole Belohnung. Ich weiß, dass du als Lucador weit gekommen bist, aber ich will deine wilde Seite sehen. Zeig mir deine besten Polo-Moves. Ja, geht, wir starten mal. Also hoch und X, A und hoch und X und L und B. Diese volle Palette. Gut, da waren wir ziemlich früh raus. Was stimmt da nicht? Jetzt war es zu langsam. Und ein wildes Visor ist hier. Gönnt euch. Aber wenn man sich Eisendorn anschaut, ist es eines der besten Chinis. Eisendorn ist auch mega schön, ja. Aber es sind halt alle einfach Silber, ne? Die Eisenpokys sind alle einfach Silber. Und wenn man das nicht mag, dann macht man es nicht. Das letzte wollte ich wieder nicht. So, das letzte. Jetzt geht das, ne? Aber wenn man es hier in der Combo macht. Ups. Na komm. Das letzte muss ich schneller machen. Wieso geht das gar nicht? Ich muss schneller sein, ne? Ich bin zu langsam an der Stelle. Naja, das muss schneller. Also, Bisa, streng dich an. Das muss jetzt zackig gehen. So, ja, das war gut. Aber das war die erste Attacke. Der will noch mehr sehen, ne? Er will immer mehr sehen. Runter B, A, XXX und LB. Ja, klar. Wenn es sonst nichts ist. Na zwar X, aber andersrum. Ich glaube, ich muss mich umdrehen. Oder ich bleib von der Seite stehen. Vielleicht gefällt es ihm dann. Ne, wir müssen uns auch umdrehen. Vor den Xen muss ich mich umdrehen. Das bin ich mich ganz woanders. Wenn ich LB und A mache, dann bin ich ganz weit weg und kann... Hm, finde den neuen Namen Schwingenkönig und Eisenschlange ziemlich cool. Ich glaube, die orangene Attacke sollst du von weiter weg starten. Wo ist denn Orange? Ich sehe oben Rot, aber die Rote meinst du. Ne, das könnte sein, aber dann... Der fliegt ja noch weiter weg. Probieren wir es mal so. Der fliegt halt immer weg. Egal von wo ich jetzt hier LB mache. Das ist diese Attacke. Ihr seht, der oben ist richtig. Wir rauschen auf die andere Seite durch. Und sind falsch rumgedreht. Wenn wir danach ein A machen... Das ist das hier. Ist nur hochhüpfen. Und das ist dann das Picken. Und für das A und Picken müssen wir uns umdrehen. Das steht da aber nicht. Muss ich hier selber mitdenken. Wo kommen wir denn da hin? Junge, Junge. Er soll ja wegfliegen, aber du bist danach zu weit weg. Ich bin viel zu weit weg. Deswegen, ich glaube, die Kombi stimmt da nicht ganz. Ich drehe mich mal ein bisschen um. Aber bisher gab es ja nicht mal eine vernünftige Belohnung bei dem guten Typ hier. Okay, machen wir es von ganz weit weg. Von hier hinten. Okay, man kann es von ganz, ganz weit weg machen. Vielleicht ist er doch die richtige Lösung. Spielst du bald wieder Splatoon? Ich weiß es nicht. Momentan wollen alle, dass ich Pal-World spiele, Pokémon spiele und jetzt Splatoon spiele. Und zwischendurch ein bisschen Nostale. Ich muss gucken, was wir spielen. Ich habe immer Spaß dabei, ein Spiel komplett durchzuspielen. Oder wenigstens Hauptstory komplett durchzuspielen. Deswegen haben wir letzte Woche Oceanhorn gespielt. Und davor Dragon Quest. Und jetzt halt hier Guacamelee. Morgen machen wir extra einen Pokémon-Tag für alle, die sich Pokémon gewünscht haben. Und am Sonntag haben wir den nächsten Spielewunsch mit Fiesta Online. Nächste Woche ist noch frei. Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, eventuell am 1. Februar das neue Persona-Remake für einen Stream zumindest zu machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und Dr. Professor Eich hat BitPrime erneut abonniert. Vielen lieben Dank. Im dritten Monat danke dir für den so langen Support. Und weiterhin viel Spaß mit den schönen Emotes, Werbefreiheit und extra Kanalpunkte. Sehr, sehr gut. Dann wird es jetzt Zeit für 24 Stunden Livestreams, um alles abzudecken. Ja. Dann kann ich nichts anderes machen. Und ich mache ja zwischendurch noch andere Sachen. Also zum Beispiel mit Guild Wars oder jetzt demnächst Persona 3. Auf Persona 3 freue ich mich so sehr. Ich überlege nur, ob ich es mir hole. Weil 69,99 Euro, First-Day-Preise, ist ziemlich frech. Weil einfach, ich weiß jetzt schon, es kostet in 2-3 Monaten die Hälfte bei Steam. Und ich will eh die Steam-Version haben, weil dann macht es keinen Sinn, eine andere Version zu haben. Ähm, ja. Deswegen, mal gucken. Tekken ist übrigens auch erschienen. Tekken 8 ab heute. Also wer das mag, gönnt euch. Kostleider auch 69,99 Euro. Aber das hat der neue Preis. 69,99 Euro ist das neue 49,99 Euro von vor kurzem. Also von vor kurzem, von vor einem halben Jahr. Wie wäre es endlich mal mit Ultrasonne? Iiiiih, das haben wir hier auch liegen. Aber wie gesagt, Ultrasonne wird nicht so oft erwähnt wie anderen Spielchen. Und ja, wäre auch cool. Problem ist auch dabei wieder, Ultrasonne ist ein Spiel, was halt 100 Stunden geht. Oder 50 Streams vielleicht. Und ja, zuschauertechnisch wird das nicht so prickelnd sein, weil alle schon Ultrasonne kennen. Aber ich will spielen, deswegen, ich habe es mir extra geholt. Mit Capture Card, mit allem drum und dran. Ja, also ich will es schon spielen. Und wenn ich dann einmal die DS3-DS-Capture Card ausprobiert habe, dann können wir auch ein paar andere Sachen noch nachholen. Pokémon Ranger könnten wir nochmal durchspielen. Das kennen einige gar nicht. Oder auch Pokémon Conquest. Das kennt wahrscheinlich fast keiner. Ich auch noch nicht. Das wäre also sehr, sehr spannend. Kannst du das Persona-Remake auch durchspielen? Ich selbst werde es auf jeden Fall durchspielen. Es ist nur die Frage, wann. Im Stream ist also so eine Sache halt, Persona wird für euch nicht so spannend. Das ist halt einfach, ich mag Persona oder die Shin Megami Tensei-Reihe unglaublich gerne. Er hat einen tollen Schwierigkeitsgrad, deswegen natürlich immer auf den schwierigsten Spielen. Aber zum Zuschauen, durch den Grinding-Modus und teilweise rumexperimentieren, gerade auf einem schweren Schwierigkeitsgrad, da muss man halt gucken, dass man wirklich die Vorteile maximal ausnutzt. Das ist ein bisschen Hardcore. Ja, und ja, deswegen, ich glaube, ein Stream, das macht für euch Spaß, dass ihr mal so seht, wie das Spiel so ungefähr ist. Aber komplett durchspielen, also es sind ja auch so 30 Streams mindestens, das wird für viele uninteressant sein. Wegen einem hohen Grinding-Faktor. Und es ist eventuell auch komplett Englisch. Das kann auch sein, weil die Artlos-Spiele werden meistens nicht komplett übersetzt. Da haben wir also deutsche Untertitel. Und das ist ähnlich wie bei Red Dead Redemption. Ein super cooles Spiel, aber alles, was komplett in Englisch ist, ist halt immer so doof. Zum Streamen für halt deutsches Publikum. Pokémon Quest kenne ich. Pokémon Conquest. Conquest. Pokémon Quest ist was anderes. Pokémon Conquest ist das mit Nobunaga. So ein Spiel aller Final Fantasy Tactics, aber mit Pokémon. Ist in Deutschland nicht erschienen, wurde damals angekündigt, kam aber nicht. Kam nur in England. Ich habe es aus England importiert und deswegen, ich habe es, aber noch nicht gespielt. Es liegt also seit gefühlt zehn Jahren hier rum. Vielleicht auch ein bisschen länger. Ne, ich glaube, es war 2014, ne? Ne, 2012. 2012. So, aber jetzt hier, komm. Aber tatsächlich, wenn wir weiter weg stehen, scheint die Attacke zu funktionieren. So ungefähr zumindest. Und hallo Joachim, schön, dass du da bist. Ich weiß, wir müssen in der Luft erwischen. Das heißt, ich muss einen Ticken später hoch springen. Ja, noch einen Ticken später. Ne, ich muss in der Luft erwischen. So ungefähr hier muss ich stehen, bei dem Knie. Naja, nochmal, so. Ich muss den A-Knopf ein bisschen später drücken. Naja, ich glaube, das sah jetzt gut aus. Der A-Knopf ist etwas verzögert. Jetzt war wieder falsch. Das war zu langsam. Ich glaube, das sah gut aus. Ein bisschen tricky, auf alles zu achten hier. Timing, timing, timing. War das richtig oder nicht? Ne, das gilt oben nicht. Das wird nicht grün. Aber noch besser geht's nicht. Doch, jetzt ist es. Okay, und am Ende muss ich ganz schnell noch LB wieder drücken. Okay. Also, es gilt. Ah! Ich habe sogar doppelt LB gedrückt, aber zu spät. Jetzt aber. Ich glaube, ich muss im richtigen Moment auch noch in der Luft erwischen. Ja, das ist schon zu hoch. Zu spät gewesen. Ich muss ihn damit in 3x rechtzeitig piksen, wenn er noch relativ weit oben ist. Jetzt. Jetzt klappt's. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Position. Das war aber eine gute Position gewesen. Das galt wieder nicht. Aus irgendeinem Grund. Ja, ja. Och, komm. Was war jetzt wieder für ein Problem? Das sah perfekt aus. Das war richtig. Das war richtig. Spiel! Beim 3x hört er schon auf, ne? Das war richtig. Da geht man beim 3x immer raus. Aber da kann man nichts falsch machen. Das ist aber 3x drücken. Ah, Scam. Ja, das ist jetzt gerade echt Scam, weil ich sehe da keinen Fehler. Oder müssen wir nicht 3x x drücken, vielleicht müssen wir es nur 2x drücken. Vielleicht geht er deswegen raus. Wir haben ja schon gemerkt, gelegentlich sind die Anzeigen oben ein bisschen fehlerhaft. Ja, man muss es 2x drücken. Nicht 3x x drücken, 2x drücken. Deswegen hat es nicht geklappt. Ach du meine Güte. Na aber gut, das ist das letzte, ne? Das sind mal 3 Stück. Das war das, was wir gerade gemacht haben. Und danach dann das Ganze nochmal. Aber nicht mit 3x, sondern mit 2x drücken. Die erste Hälfte klappte. Aber jetzt kenne ich den Fehler hier. Also wenn ihr es auch habt, 2x x drücken ist die Lösung. Nicht 3x, wie es hier steht. Ach, beim zweiten Mal habe ich 3x gedrückt. Aber gut, jetzt wissen wir Bescheid. Auch bei der Wiederholung ist das mit 3x falsch. Das ist an beiden Stellen falsch. Gut, das hat er irgendwie nicht akzeptiert. Ich habe ja 3x x gedrückt. Wieso muss es da so falsch stehen? Das irritiert. Das war eine einmalige Leistung. Aber ich habe noch eine letzte Herausforderung für dich. Nein. Warum? Das ist meine letzte Herausforderung. Traurig. Ich weiß. Beweise mir dein Geschick als meisterhafter Lucador. Das wäre 3 Stück. Das erste ist normalerweise das einfache. So, aber unten. Das heißt so. So. Okay. Mal zurück. Ich hoffe, es ist diesmal richtig geschrieben. Ich habe fast das Gefühl, dass wieder ein Fehler drin ist. Was machen die doch absichtlich? Das LB muss man dann... Das zweite LB ist glaube ich auch wieder verkehrt. Es ist verkehrt. Ich muss nicht rechts L drücken beim zweiten, sondern links. Das macht ihm richtig Spaß hier. Moment, jetzt ging es nach rechts auch. Und guten Abend zusammen. Kaito, schön, dass du da bist. Hallo. Wir machen dir gerade das letzte von den lustigen Rätseln von unserem Fuego-Freund hier. Wir sind gerade beim letzten Set. Hat er zumindest gerade gesagt. Hat geklappt. Das Zeug wird immer länger. Hoch und X. Achso, das ist X. Einmal A ist unten. Wer sich wundert, nochmal zur Erinnerung. Ich habe hier den Controller. Und ich habe hier keine Buchstaben drauf. Ich habe hier... Ich habe einen Playstation Controller. Und damit spiele ich. Das heißt, ich habe da kein X und so stehen. Aber dafür habe ich hier neben mir den Freund liegen. Den Xbox Controller. Und da steht es dann drauf. Und wer aufgepasst hat, X ist hier links. Und bei dem, den ich habe, ist liegt das X unten. Also hier maximale Konfusion. Und wer übrigens richtig abfahren will, da haben wir den GameCube Controller. Und da ist das X oben. Also GameCube ist oben, Xbox ist links und Playstation ist unten. Das X ist bei jedem Controller woanders. Damit es so richtig lustig ist. Schade, dass keiner es auf der rechten Seite gelegt hat. Weil X rechts, darauf kam noch keiner. Das ist noch frei. Also wenn ihr euch auch selbstständig machen wollt mit einem neuen Controller, das X muss auf die rechte Seite. Das ist doch ein Switch Controller. Also was bei Switch und Playstation und Xbox vertauscht ist, generell ist Bestätigen und Abbrechen. Ja, Abbrechen ist bei Nintendo unten der B-Knopf und Bestätigen ist rechts der A-Knopf. Bei Playstation und Xbox ist Bestätigen unten, also da wo bei Nintendo Abbrechen ist. Und da wo bei Nintendo Bestätigen ist, ist Abbrechen bei Xbox und Playstation. Also sie haben Abbrechen und Bestätigen genau vertauscht. Aber die X-Taste selber, die ist auch nochmal vertauscht. Und das bei jedem anders. Es ist wunderschön. Vor allem wenn man solche Kombos macht und alles hier immer umüberlegen muss. Und mein armes Köpfchen hier. Ich habe ein kleines Bisa-Köpfchen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, die echten Bisas, die können es noch besser. Aber ich habe da meine Probleme. Und Sascha, schön, dass du da bist. Hallo. Jetzt hast du prophezeit, was das nächste Gaming-Riese machen wird. Was der nächste Gaming-Riese machen wird? Ja. Vielleicht hat es Sega damals gemacht. Ich weiß nicht, ob Sega das damals gemacht hatte bei der Dreamcast. Vielleicht hatten die schon rechts das X gehabt. Aber das muss der nächste auch machen. Weil, wie gesagt, Nintendo hat das X oben. Xbox-Controller hat es links und Playstation hat es unten. Das ist ein lustiges Spielchen hier. Okay. Also X ist links. Wir müssen hoch. Hoch und X. A, X, X. Okay. Es war diesmal sogar dreimal X. Nicht zweimal. Also hier ist kein Fehler drin. Wir haben es ja vorhin gehabt. Da waren auch noch Fehler drin. So, aber B muss nicht drücken. Zack, 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 zack. B, XX. Von B wieder auf X rüber greifen. Ist wieder sehr, sehr cool. A, XX, X. B, XX. Und schon vorbei. Wir kriegen es hin. Alan Musk hat das X auch an einer falschen Stelle platziert. Auf dem Dach, ne? Am Dach muss er es wieder abbauen, weil er es ohne Baugenehmigung aufs Dach platziert. Das war damals auch richtig spaßig. Oh, der letzte Move. Der schöne Dash zur Seite, der hat nicht geklappt. Ich glaube, man kann es sogar langsamer machen. Hier muss man gar nicht so wahnsinniges Tempo machen. Doch an einer Stelle schon. Nach den drei Xen, da muss man schnell sein. Und vor allem letzte Attacke. Die letzte muss ganz flott sein. Sonst erwischen wir den nicht, weil er schon runtergefallen ist. Ja, das war falsch. Aber ich habe es. Ich habe es fast. Ich denke, die Chancen, dass ich das hier schaffe, sind sehr gut. Innerhalb einer Stunde. Ist ja auch hier Bonus. Das gehört ja eigentlich gar nicht richtig zum Spiel. Aber hey. Wenn wir ihm bei ihm alle Aufgaben gemacht haben, dann muss es ein Herzchen oder irgendwas Cooles geben. Wir können uns doch nicht hier weggehen lassen. Ohne irgendeine gescheite Belohnung. Weg ist er wieder. Ja, das LB muss schneller. Das LB muss einfach schneller kommen. Nee, es muss langsamer kommen. Ich glaube, es muss langsamer kommen. Nee, er fliegt weg. Es muss schneller kommen. Es muss schneller kommen. Oder es muss nach dem zweiten X kommen. Vielleicht sind die drei Xe falsch. Wobei das dritte X wurde grün. Eigentlich müsste es richtig sein. Okay, man darf nur zwei mal X drücken. Es ist der übliche X-Fehler wieder. Das X wird nur zweimal gedrückt. Und dann funktioniert es. Beim letzten hat es nicht geklappt. Aber der Rest ging. Der Rest ging genau nach Plan. Jetzt ein bisschen zu weit geflogen. Zweimal X drücken war die Lösung. Noch eine Aufgabe. Das ist die letzte. Ich glaube, es war die dritte. Also hoch und das und hoch und das. Und rollen. Warum soll ich da rollen? Geht das? Also ich muss warten, muss ich runterplumpsen. Ich muss das ganz gemütlich zweimal hintereinander machen. Also einmal, zweimal rollen. Zack. Das ist eine doofe Timing-Geschichte hier. Gut. Okay, das war so richtig. Das heißt, als nächstes dann A, X, X, L, B. Nicht dreimal X. Ich mache nur zweimal X. Das ist eh wieder falsch. Nee. Okay, eins, zwei. Und das galt wieder nicht. Warum? Eins. Ich muss mich eventuell nach dem ersten Hochschlag auch bewegen. Vielleicht schon zu weit gelandet, ne? Woran liegt das? Eins, zwei. Okay. Diese riesige Pause, das triggert mich total. Ist das schwer? Es ist fummelig. Ich meine, diejenigen von euch, die gerne solche Spiele spielen, für die ist es easy wahrscheinlich, ohne Ende. Aber das ist bei mir genau der Grund, weswegen ich solche Spiele nicht spiele. Wegen diesen unglaublichen Timing-Geschichten. Aber das ist die letzte. Wir schaffen die. Wir haben gestern auch einige andere Sachen geschafft. Und diese Stachel-Rätsel und so, das sind die immer... Boah! Aber wenn man es geschafft hat, freut man sich umso mehr. Weil Hollow Knight war es auch schön, ne? Wenn man es geschafft hat, am Ende so toll. Natürlich bei mir nicht mal mit dem True Ending. Aber immerhin, ich habe es geschafft. Ah! Ah, ging es doch. Eins, zwei. Oh! Das Problem ist halt, dass es wirklich so lange dauert, bis es endlich einmal klappt. Eins, zwei. Und das ist mit dem Hochschlagen manchmal gilt es, manchmal nicht. Ich verstehe es nicht ganz. Ich fand es beim ersten Mal auch recht schwer. Und dann auf dem schweren Modus war es easy, ne? Okay, jetzt haben wir es. Dann haben wir es auch B umschalten. Eins, zwei. Ich verstehe halt nicht, warum es nicht geht. Ich mache die gleiche Attacke zweimal. Aber die gilt manchmal, manchmal gilt die nicht. Eins, zwei. Aber es ist ziemlich wichtig, weil es dich sehr gut trainiert. Das ist so wie Zeitfahren in Mario Kart. Wenn du das nicht machst, hast du online kaum eine Chance. Ja, ich würde es auch nicht online spielen. Ganz einfache Sache. Worum geht es bei dem Spiel? Das ist normalerweise so ein Beat'em'up, Metroidvania-Mix. Das heißt, wir verklocken Gegner. Und hier ist einfach so eine kleine Trainingseinlage. Der gute Feuertyp hier gibt uns Aufgaben, die wir am oberen Bildschirm sehen. Und die müssen wir einfach nur drücken. Einfach Joystick drücken, also Joypad drücken. Problem ist halt, was da oben nicht zu sehen ist, es ist das Timing. Weil, ja, du siehst, wenn es grün wird, habe ich es richtig gemacht. Und ich mache hier zweimal die gleiche Attacke. Jetzt am ehemaligen ist. Ah, ich bin noch ein bisschen am frustrieren, weil die ersten beiden schon nicht zuverlässig klappen. Obwohl ich gleich einen Attacken mache. Ich glaube, der muss in der Luft bleiben. Er darf nicht landen. Aber wenn ich es zu schnell mache, dann geht es auch nicht. Man muss nur so einen kleinen Puffer dazwischen machen. Und ich habe noch nicht raus, wie der Puffer ist. Aber wenn ich es so mache, seht ihr, ist zu schnell. Man muss echt warten. Hm, jetzt haben wir es. Na, weil das habe ich ja beim Rest nicht richtig. Ja, jetzt haben wir es. Ah, jetzt geht es vorwärts. Okay, ah. Wir haben es, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Eins, zwei, A, XX und B. Oh, da haben wir es. Komm, sag, dass es das letzte war. Das ist nicht das letzte. Das ist das letzte. Ach, jetzt ist es das letzte. Okay, eins noch. Eins noch. Dies war aber keinen falschen Dreieckser. Wir haben Doppel-X. Das ist aber eine Menge. Gut, aber es ist nur X und B. Das ist also nicht so viele verschiedene Tasten. Das erleichtert es auch schon mal. Wir starten mit Hoch, XX, Runter. Ja. Also Hoch, XX. Vielleicht ist das nicht runter, sondern wieder hoch. Vielleicht ist das wieder ein Fehler drin. Hoch, XX, hoch. Nee, nee, also gut. Hoch war es nicht, wenn das der Fehler war. Ähm, anders, so hier. Jetzt haben wir es, okay. Ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt. Also in dem Fall war es kein Fehler von denen, das war ein Fehler von mir. Ich muss ja auch mal gelegentlich Fehler einbauen, sonst wäre es halt viel zu einfach. Ähm, aber am Ende ist, glaube ich, da muss ich wieder zurückhüpfen. Das schien nicht zu gehen. Okay. Das L und X gemeinsam. Da bin ich immer auf B noch. Ich muss ja von B weg. Das ist das letzte LB. Das letzte LB ist doof. Beim letzten LB, glaube ich, muss ich es schneller machen. Ich bin ganz woanders, ne? Ich bin beim letzten ganz, ganz woanders. Problem ist, ich gucke, ob wir auf die Tasten kommen, wo nicht unten, was wir machen. Das muss einfach viel schneller kommen, also muss ich unterbrechen. Ich muss das LB unterbrechen und mit dem letzten LB ab... Äh, das vorletzte LB muss ich unterbrechen mit dem letzten LB. Sonst kann es nicht klappen. Äh, ab, wie das böses LB ist... LB, wobei hier gibt es zum Glück nur zwei Tasten, ne? Nur B und X und halt Joystick dazu. Äh, davor hatten wir auch mit A noch dabei reingemixt. Das wird dann noch brutaler, aber es geht. Wir kriegen es hin. Es ist das letzte hoffentlich. Und danach ist dann hoffentlich das hier für immer vorbei. Ich stehe immer hier viel zu weit hinten, wo man nicht mehr angreifen kann. Aber LB... Das ist das. In die andere Richtung. Da unten, das macht keinen Sinn. Das wäre gut. Nach links. Die meinen vielleicht nicht hoch, sondern links. Das letzte LB ist nicht L hoch, sondern L links wahrscheinlich. Das würde Sinn machen. Dann würden wir den erwischen. Na gut, erwischt haben wir ihn, aber das galt nicht als richtig. Und ich habe dazwischen noch ein bisschen Quatsch gemacht, glaube ich. Nein, die wollen nicht, dass wir L links machen. L links ist leider verboten. Auch wenn wir ihn damit dann treffen. Das sieht nämlich eigentlich richtig gut aus. Wenn ich das mache, was die wollen. Ich bin ganz woanders. Nachdem ich LB gemacht habe, dann bin ich halt hier ganz weggerauscht. Oder ich müsste LB mit L hoch kombinieren. Geht gar nicht. Das müsste man irre schnell machen. Du musst am Ende schon nach oben schlagen. Da muss ich vielleicht schräg hoch schlagen. Warte mal, vielleicht geht es schräg auch. Aber das letzte L hoch, das kann nicht richtig sein. Weil das habe ich jetzt oft genug probiert. Und das ist einfach nicht richtig. Ich stehe dafür viel zu weit weg. Wir schaffen das jetzt, komm. Es ist das letzte. Ich beliebe, dass es das letzte ist. Wieso klappt jetzt das L runter und X nicht? Jetzt hör auf, das hat vorher noch keine Probleme gemacht. Ach, jetzt. Ich drücke eigentlich runter. Oh, wir haben es. Wir haben es noch. Yes. Es ging doch. Du, hombre, bist ein echt krasser Lucador. Selbst mein Cousin Grillby wäre stolz. Bis zum nächsten Spiel. In der Zwischenzeit betrinke ich mich einfach sinnlos. Es gibt wieder nichts. Doch 2000 Geld und Achievement. Kombo-Maschine. Schließe alle Herausforderungen von Flammengesicht ab. Wir haben also alle Herausforderungen von Flammengesicht abgeschlossen. Nimm das, nimm das, nimm das. Oh, und wir können irgendwas leveln, oder? Ich glaube, wir haben genug Punkte. 6000. Ne, ich brauche 7500 für die Mega-Meditation. Andererseits, wir könnten auch hier. Harte Schläge. Das könnten wir sogar jetzt schon nehmen. Oder hier, für extra viel Geld. Oh, extra viel Geld ist extra viel Geld. Und extra viel Geld ist sehr viel Geld. Und, ja. Ne, nehmen wir extra viel Geld. Was ist das unten dann? Special Moves kostet nach 100 Treffern keine Ausdauer. Also, erledigt. Speichern. Sehr gut. Wo müssen wir hin? Begib dich durch die Hölle zum Schlangentempel. Achso, und hier war links oben noch die rote Kiste. Und rote Kiste ist eigentlich sehr interessant. Und wir gucken uns die rote Kiste mal kurz an. Weil dafür mussten wir, glaube ich, nur hier einfach hochgehen. Das war ein kleines Sprungrätsel. Was war das hier? Im nächsten Raum. Genau. Hier mussten wir hoch. Ah, ein Member. Ein Member von gestern. Okay. Und genau oberhalb von uns ist die gute Kiste. Wir müssen aber links den stacheligen Weg nehmen. Mal gucken. Geht das so? Und so? Äh, nicht ganz. Das macht mir so Auer. Money, money, money. Ja. Ja, das ist ein guter Money, money brauchen wir. Okay, war aber schon der richtige Versuch. Okay, oben haben wir noch zu viele Stachel. Zu viele Stachel des Todes. Wir müssen hier nach rechts rüber. Und da zweimal nach rechts. Ach, der hat mich... Ach, der hat mich... Ich habe den mit so viel Skill hier einfach K.O. gehauen und dann schubst er mich zur Seite. Mann. Man hätte klappen können. Aber ich sehe, es sieht gut aus. Sofern ich nicht genau das mache. Kann ich eigentlich auch jumpen mittendrin? Jumpen war der andere Knopf. Oh, wir können auch mittendrin jumpen. Okay. Das ist gut für oben. Dann können wir oben besser rüberkommen. Ähm, so. Jetzt war der im Weg. Hat man bei dem Game wirklich unendlich viel Leben? Ähm, es ist unterschiedlich. Und sofern hier unten ein Speicherpunkt ist, ja. Ansonsten verlieren wir oben. Oben links haben wir einen blauen Ausdauerbalken. Durch jedes K.O. immer ein bisschen blaue Energie. Aber du hast ungefähr, sag ich mal, 10 Versuche. Bevor du dann im schlimmsten Fall einen Bildschirm zurück musst. Also tatsächlich, das ist sehr, sehr anfängerfreundlich. Wobei, ich habe schon von Delti gehört, es gibt noch einen schwierigen Schwierigkeitsgrad. Der wird aber erst freigeschaltet, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Und da ist es wahrscheinlich schwieriger. Aber hier, wie ich Spring-Untern spiele, ist es tatsächlich relativ human. Und das ist halt zumindest für mich ein Vorteil gegenüber Hollow Knight. Hollow Knight ist sehr, sehr cool. Ist sehr, sehr ähnlich. Aber der Schwierigkeitsgrad bei Hollow Knight ist, glaube ich, zumindest auf normalen Modus, noch mal ein bisschen höher. Aber Hollow Knight habe ich auch nicht durchgespielt. Deswegen ist es auch nicht so einfach, das zu vergleichen. Weil, ja. Aber hier kommen wir, glaube ich, relativ gut voran. Jetzt habe ich es, jetzt habe ich es ja. Okay. Einmal hoch, 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 und yes. Guck mal. Easy. Easy. Also wir haben uns eine extra Kiste verdient. Dann gehen wir jetzt in die Hölle und auf, auf zum Schlangentempel, dem großen Showdown. Obwohl da links noch eine blaue und da ist noch eine Kiste, aber ja gut. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, können wir noch mal die restlichen Kisten machen. Aber ich habe ja versucht, alles mitzunehmen. Zwei Kisten haben wir, glaube ich, ausgelassen, weil die zu brutal schwer waren. Aber die machen wir auch noch. Da müssen wir hin. Nach Villachula. Moment mal. Haben wir die Karte hier? Nach Inferno müssen wir. Wir müssen nach Inferno. Haben wir da in der Nähe einen Teleporterstein? Da ganz rechts. Rechts vom Ort ist ein Teleporterstein. Ich denke, in Villachula gibt es einen Teleporter. Und deswegen gehen wir mal rüber. Wie weit geht es zum Boss? Ich denke, wir müssten auf einem guten Weg sein. Weil es gibt auf der Karte nur noch zwei Gebiete, die wir nicht erledigt haben. Das ist einmal unten links Isla Bonita. Das ist wohl das nächste Gebiet. Und danach den Templo della Serpiente. Das ist das große Finale. Also ich glaube, diese zwei Gebiete. Und dann sind wir fertig. Das heißt, zum Durchspielen reichen ungefähr 15 Stunden scheinbar. Wir haben aber die Karte, wie ihr oben sehen könnt, nur zu 52% abgeschlossen. Also irgendwo gibt es noch Secrets, die wir noch nicht gefunden haben. Man kann sich also noch ein bisschen austoben. Hier sehe ich unten noch einen orangenen Bereich, einen roten Bereich. Die können wir aufdecken. Also wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, wenn wir am Ende noch Zeit haben. Aber das Spiel ist, glaube ich, immer wieder als Budgetpreis auch verfügbar. Also 5 bis 10 Euro. Und für den Preis ist es, glaube ich, ein sehr schönes Spiel. Und der Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, ich persönlich habe das Gefühl, dass es halt etwas sympathisch als Hollow Knight ist. Aber wer natürlich den richtigen Kick sucht. Hollow Knight ist natürlich durch den Kick nochmal interessanter, weil es ein bisschen schwieriger ist. Aber beide haben Stachel-Level. Also für die Masochisten unter euch, ja, beide machen Spaß. So. Wir können nach Tierra Malas gehen. Oder nach Templo di Obsidiana. Aber zu Inferno, da haben wir den Stein noch nicht gefunden. Das ist ein bisschen doof. Dann gehen wir zum Tempel zuerst. Ich glaube, von da aus konnten wir uns runterporten ins Inferno. Dann war das ins Tierra Malas. Dann gehen wir da oben hin. Beim schweren Modus kriegst du keine KP-Regeneration nach dem Besiegen von Gegnern. Einen weiteren Unterschied gibt es, glaube ich, nicht. Echt? Okay. Wobei die KP-Regeneration ist eigentlich ein Skill. Das heißt, der Skill bringt einfach nichts mehr. Hier, Lebensstampfer. Das ist die Fähigkeit, Gegner zu besiegen, gewährt jetzt mehr Gesundheit. Das ist also einfach ausgeschaltet? Okay. So, mal auf der Karte gucken. Wie kommen wir nach unten? Wir können hier nach rechts gehen. Und Inferno ist hier links. Links unten ist eine Tür zum Inferno. Willst du nochmal? Die Löcher sind mittlerweile überall. Es wird immer gefährlicher, sich zu bewegen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, darüber zu lesen. Und es scheint, als seien schwächer werdende Barrieren zwischen den Zeitlinien dafür verantwortlich. Um diesen Vorgang vollständig zu verstehen, werde ich noch viel mehr lesen müssen. Ja, viel Spaß. Inferno. Ich glaube, wir sind da. Genau, letztes Mal ging es hier nicht weiter. Und genau hier müssen wir hin. Guck mal, wir haben den Shortcut. Den besten Shortcut aller Zeiten genommen. Genau hier mussten wir hin. Gut, also. Captain, ich muss hier durch. Ohne Formulare kann ich dich nicht einlassen. Wo sind dein C7038A und deine zwei beigefügten Passbilder? Einen Moment mal, Alan. Alan, was meinst du überhaupt mit C7038A? Meinst du den obsoleten C7038A2 oder das Folgeformular C7038A4? Was? Ich weiß nicht. Dann bist du gefeuert. Tut mir leid, Juan, aber die Qualität des Personals lässt hier echt zu wünschen übrig. Die Menschen wollen nicht mehr wie früher um ihr Leben gern Bürokraten sein. Das ist übrigens der Teufel gewesen. Unser Freund, der Teufel. Juan, wir haben ein paar offene Stellen, die ich vergeben möchte. Lass uns, lass mich wissen, ob du Interesse an einem Bewerbungsgespräch hast, nachdem du die Welt gerettet hast. Ja, ich werde mich melden. Gut. Geht's hier rechts noch ein bisschen höher? Hast du die Decke nicht ganz korrekt gemalt? Ich glaube nicht, ne? Da geht's nicht weiter. Hier links geht's weiter. Oh, Geld. Wir brauchen immer mehr Geld. Mehr ist besser. Was ist denn das hier? Boss-Level-Kampf? Moment, was sieht das hier komisch aus? Geht aber nicht weg. Wir müssen über den Knopf drücken. Hier ist ein Rückweg. Hier sind Bauarbeiter. Hey, Kumpel. Dieser Korridor wird gewartet. Außerhalb unserer Arbeitszeiten lassen wir niemanden rein. Und wir starten erst um elf. Ich kann es nicht empfehlen, in der Hölle Zeit totzuschlagen. Aber meinetwegen kannst du gerne diesen Aufzugsschacht erkunden. Ja. Die Erde bebt. Ah, den meinten die. Das heißt, ich darf er nicht durch. Kumpel, der Aufzugsschacht ist direkt hinter dir. Ja, ich wollte hier nur testen. Das heißt, es geht hier runter. Ja. Geldkisten. Sehr, sehr gut. Was bist du für einer? Ja, wir müssen ein Chicken werden. Wieso gibt es hier wieder viel zu viele Gegner. Aber die Gegner bringen Geld mit. Deswegen sympathische Gegner. Nein! Und jetzt sind die Gegner wieder da. Zumindest der eine. Einer weniger. Genau. Okay, ich glaube, wir müssen hoch, ne? Nicht rechts. Da bin ich ganz sicher. Tja. Gut. Okay, Drachen besiegt. Und jetzt sind die oben. Kisten! Yes! Was ist denn da drin? Eine Mimik-Kiste? Ich sollte nicht in die Lava reinhüpfen. In die Lava reinhüpfen ist nicht so gut. Okay. Aber das ist kein schweres Level. Deswegen, das schaffen wir easy. Komm, anderer Drache. Komm her. Drache. Hier bin ich. Der schießt durch die Säulen durch. So ein Cheater wieder, ne? Kannst du nicht nochmal rüberkommen? Oder GKO. Ist auch gut. Ja. Und jetzt wissen wir, da hinten ist eine Cheater-Kiste. Moment mal. Mit der muss man gar nicht kämpfen. Hey, hey, hey. Warum hast du mich geschlagen? Warum schlagen mich immer alle? Was denn? Hat schon jemand die Glocke der Erweckung geläutet? Kann ich nicht einmal ohne sinnlose Unterbrechung Siesta machen? Oh, das auserwählte, untote Huhn, was? Na, herzlichen Glückwunsch, Lucador. Dann eile wohl besser hinfort, bevor Salvador das Zeitalter der Finsternis einläutet. Nein, ich habe kein Gold. Außerdem solltest du dich lieber um deine Mission kümmern. Dieser Salvador ist ein echt mieser Typ. Okay, das ist eine Fake-Kiste. Wir haben den kleinen Bonus-Weg gemacht. Immerhin eine Kiste war da gewesen. Eine Kiste ist besser als keine. Weiter geht's. Nichts verpasst, ne? Unterwegs? Nein. Save-Point. Und runter. Und runter. Und runter. Den Weg hoch brauchen wir nicht, ne? Keine Bonus-Kiste verpasst. Aber hier rechts ist Loot. Und ein weniger sympathischer Weg. Kann das Chicken hier durchfliegen? Das könnte klappen. Das könnte klappen, dass wir auf der anderen Seite ankommen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber ich habe das Gefühl, dass das eventuell geht. Haben wir noch einen anderen Flug? Ne, ne? Das heißt, ein. Das war falsch. Ne, klappt nicht. Es ist zu weit. Es ist zu weit. Immer weiter nach unten. Wir müssen runtergehen. Der rechte Weg, das sieht so aus, als wenn es fast klappen könnte. Aber es klappt nicht. Es fehlt ein Stückchen. Was aber schade ist. Wir gehen das mal runter. Ja, 32er-Kombo. Da gibt es Bonus-Geld. Weil für alles über 25 kriegen wir jetzt extra Cash. Was machst denn du hier? Lass mich eine schöne Kombo hier machen. Eine 28er-Kombo. Dann gibt es auch wieder extra Geld. Läuft. Hier geht es nicht weiter. Immer runter. Immer runter. Und Save-Point. Gut. Nichts verpasst. Nichts verpasst. Hey, Kumpel. Versuchst du, um die Baustelle herumzukommen? Ich glaube, du musst da lang. Ja. Über diese riesige Lava-Pfütze. Frag mich nicht wie. Pass auf deine Zähne auf. Da lang? Aber es geht auch hier rechts rum. Ich gehe erstmal hier rum. Ist das lieber oder böse? Okay. Hat sich geklärt. Das sind K.O. Drachis. Aber freche K.O. Drachis. Hier geht es weiter runter. Ich denke, das Recht ist ein Bonus-Weg wahrscheinlich. Das Linke ist der richtige Weg. Und hier ist der einfach wunderhübsche Bonus-Weg. Dann haben wir uns doch noch erwischt. Und Kampfraum. Natürlich. Wen haben wir hier? Luca. Oh, warte mal. Für den brauchen wir Chicken. Du bist besiegt. Jetzt haben wir diesen Golden. Was war Golden nochmal? Golden war beim Typen, ne? Golden. Oder war es dreimal klein draufhauen? Nee, dreimal normal draufhauen? Das ist nicht. War es dann doch Chicken? Oh man, wie ging Gold weg? Ich habe vergessen, wie Gold weggeht. Oder war es der Hedward? Hedward war gelb. Nee, Hedward ist auch nicht. Oh man. Ich weiß gerade nicht, wie wir das besiegen. Willkommen im Chat. Es ist Jirachi, still green. Hey, schön, dass ihr da seid. Ach, gab es einen Raid. Jirachi, danke fürs Abo. Im 17 Monat. Danke schön. Dann weiterhin viel Spaß mit den Emotes der Werbefreiheit. Und den extra Kanalpunkten. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich die Goldene wegkriege. Haben wir schon Goldene gehabt? Was war mit Golden? Oder Gold ist Braun. Ach, warte mal. Gold ist Braun. Aber Braun konnte man nur unten stampfen. Das war ja die Attacke. Okay, ich glaube ich habe es. Ich habe es. Oh, Jirachi. Einmal Prost. Kumumilch immer noch Beste hier. Ich habe mal versucht herauszufinden, was im Hard Mode alles anders ist. Ist gar nicht so einfach. Was offizielles zu finden. Auch im Spiel selbst finde ich keine Antwort dazu. Na gut, du hast gesagt, nur die Regeneration fehlt. Aber ich denke mal, die Gegner sind stärker. Mehr Lebenspunkte oder hauen kräftige Reihen. Sowas in der Art. Gold ist Braun. Ist mir neu. Ja, Gold habe ich ja nicht. Aber dieser Braunton ist halt so ein bisschen goldartig. Und das waren so kleine Steine. Die konnten wir dann mit der Attacke schützen. Problem ist, die Steine sind normalerweise nicht in der Luft. Aber jetzt haben wir erstmal das hier. Das ist der Easy-Modus. Und jetzt haben wir hier den Goldenen. Jetzt liegt er. Während er liegt, muss ich den treffen, meine ich. Weil sonst geht es ja gar nicht. Problem. Während er liegt, treffe ich den nicht. Jetzt liegt er. Ich habe keine Ahnung über den Treffen. Oh Gott, der mit dem anderen zuerst. Der andere ist auch golden. Das ändert nichts. Jetzt landet der. Nee, der goldene Schild geht nicht weg. Habe ich noch andere Attacken? Ich meine, wenn wir ihn angreifen, der fällt auf den Boden. Vielleicht dann auf den Kollegen wechseln. Und einfach nur kräftig draufhauen, bis der irgendwann irgendwie reagiert. Ich hätte wenden können, drei normale Attacken waren für das Weiße. Und Weiße und Gold waren, glaube ich, beides mit dem dreimal draufhauen. Aber jetzt habe ich dreimal draufgehauen und hat nichts geändert. Aber beide gleichzeitig kloppen. Das wäre auch eine neue Methode. Weil ich glaube, wir haben golden noch nicht gehabt. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich, was der Bosse ist. Das ist so ein Typ. Salvador heißt der. Der sieht fast so aus wie wir. Also wie der Typ hier. Der hat aber einen großen Mantel. Schön auf Arbeit sein und Stream schauen. So macht man das. Sehr, sehr guter Plan. Ich habe in Foren von Nutzern gelesen, dass im Hard-Mode viele Kleinigkeiten angepasst werden. Angriff von KP von Gegnern. Andere Spawn-Punkte. Andere Schilder. Team Rot statt Blau. Und lauter unscheinbare Details. Weiß aber nicht, ob das so stimmt. Klingt gut. Was isst du mal zum Frühstück? Am liebsten mag ich momentan. Und seit einiger Zeit schon. Einen schönen frisch geriebenen Apfel mit Joghurt und ein paar Nüsstchen drauf. Oder Rosinen. Und das mit der KP-Regeneration stimmten. Der stammt nicht von mir. Hab im Spiel gesehen, dass ich diese Fähigkeit habe. Okay. Oder kann es sein, dass wir für die goldenen Gegner noch eine andere Fähigkeit brauchen? Und das würde im Grunde auch Sinn machen, ne? Dass wir das noch gar nicht schaffen können, weil uns dafür noch ein Skin fehlt. Ja, ich lasse mich K.O. gehen. Es bringt ja so nichts. Die treffen mich nicht. What? Schießen die absichtlich vorbei? Hier ist nichts anderes. Wir könnten an der Wand hochlaufen noch mit unserem Typen, aber wann kommt der Boss? Du bist ungeduldig hier. Der Boss kommt am Ende des Schlangentempels und wir müssen erst mal zum Schlangentempel hinkommen. Hier habe ich vorhin gezeigt. Wir sind gerade im Inferno. Danach geht es zur Isla Bonita und dann kommt der Boss bei Templo della Serpiente. Da, wo das Fragezeichen ist. Da müssen wir noch hingehen. Es ist nicht weit weg, aber wir sind auf dem besten Weg dahin. Also ich hatte heute Morgen ein Bananenbrot. Das klingt sehr, sehr gut. Ich frühstücke gar nicht. Ui! So gar nichts frühstücken? Nicht mal was trinken? Könnt ihr mich besiegen? Die treffen mich nicht! Hallo? Okay, ich habe glaube ich einen Punkt gefunden, wo wir immun gegen Schaden sind. So, trefft ihr mich hier? Manchmal treffen die. Okay, wir haben es geschafft. Doch, Kaffee, siehst du? Das frühstücke ich dafür nicht. Bei mir kein Kaffee. Aber dafür Tee. Tee ist wichtig. Tee ist wichtig. Nur den rechten Weg nehmen wir erst später. Weil der ist sehr, sehr cool. Aber ich glaube, wir müssen erst herausfinden, wie wir die goldenen Gegner besiegen können. Und das erfahren wir wahrscheinlich auf der anderen Seite. Und hier geht es wahrscheinlich mit dem Chicken voran. Ja, das ist ein ziemlich weiter Weg. Aber es fällt mir gerade ein, ich habe nicht auf Chicken gewechselt. Ach so, Dimensionswechsel. Das habe ich drüben nicht probiert. Hier kommt man nicht rüber. Ich muss doch die andere Seite nehmen. Mal mit Dimensionswechsel. Ich frühstücke ein Nutella-Brot mit einem Kaba. Okay, das klingt auch mal lecker. Nutella-Brot geht halt auch immer. Einfach so gut. Nicht unbedingt mega gesund, aber sehr lecker. Kannst du mal aufhören, dich in meiner Wand festzuhalten? So ist gut. Eventuell müssen wir hier mich umschalten. auf eine andere Ebene. Junge, du bist gerade alleine gegen die Wand geknallt. Ach nee, umschalten habe ich ja vorhin auch gemacht. Da wechseln wir nur zwischen den beiden hin und her. Und das ist ein Skelett-Typ. Und hier ist eine Blumenwiese. Ja, wenn wir hier hochgehen, das bringt nichts. Hä? Ich habe alle Attacken ausprobiert. Das goldenen Schild kriege ich einfach nicht weg. Ja, richtiges Nutella. Sehr, sehr gut. Dann geht es doch links weiter. Das kann doch nicht sein. Das muss irgendwie weggehen. Der erste Gegner geht ja locker weg, ne? Das ist aber die pinke Attacke. Aber das hier. Die machen doch nichts Auffälliges. Die machen doch nichts Auffälliges. Bis dahin. Bis dahin. Die machen doch nichts Auffälliges. Bis dahin. Bis dahin. okay es ist doch die normale attacke für die braunen steine aber wir können die nur treffen wenn die am boden sind also erst runter kloppen und dann am boden gern schnell die braune attacke und noch ein paar kleine drachis als abschluss noch mehr drachis dieser polo gleiter aber ich brauche energie die sind ja am richtigen eskalieren hier noch welche übrig das war's junge also die drachen man muss die erstmal ankloppen damit sie runtergehen an dem boden muss sie mit der schnellen schubsattacke besiegen hatte ich ja vorhin auch probiert klappt irgendwie nicht so gut aber das ist die einzige methode unverwundbarkeit unfair es war nicht unverwundbar es war halt diese goldbraune farbe und ja es muss herausfinden wie man die besiegt und das war ein klein wenig tricky aber jetzt weiß ich es und der biese el greco schönes habe ist hey wenn ich was frühstücke dann auf arbeit eine rührei mit susuk ist aber äußerst selten da ich fast nie frühschicht habe susuk auch sehr lecker eine leckere salami es geht links und rechts weiter hier scheinbar nicht so gut dass der rückweg vielleicht mit der neuen fähigkeit speicherpunkt speicherpunkt nehmen wir gerne mit gefährliche brücke mit fähigkeit was gibt es diesmal was neues gutes hoffentlich hey huan schön dich zu sehen ich bin ua chivo aus der zeitlinie der therapeuten wie läuft die mission möchtest du mit mir über deine gefühle reden ja ok komm wir haben heute zeit ok also wie läuft dieses ganze abenteuer ding für dich gut du machst dir sorgen über das maxiversum verstehe und bei all diesem chaos musst du deine familie ja schrecklich vermissen das stimmt die zeitlinien vor dem drohenden kollaps zu bewahren ist eine art für sie zu sorgen aber natürlich würdest du gerne bei ihnen sein oh ja ich verstehe wie es verstörend sein könnte die toten versionen von dir und lupiter zu treffen wir ua chivos sind daran ja gewöhnt hast du den chivo aus der metall zeitlinie gesehen ja sie scheinen frieden gefunden zu haben es geht ihnen echt gut naja er ist ein skelett es ist die frau nicht er sagt naja er ist ein skelett es ist völlig normal ein bisschen aus der form zu kommen wenn man eine familie gründet du machst dich trotzdem noch gut in dem outfit ok ich bin froh dass wir das geklärt haben komm ich bringe dir den wand flug bei er drücke an einer wand y und ll um große distanzen zu fliegen als huhn oder als als lukador ziegenflug als lukador wall fly nun kannst du einfach über deine probleme hinwegfliegen und sie ignorieren auch wenn ich das nicht empfehlen kann das hätte weiter oben gebraucht das müssen wir den ganzen weg wieder hoch gehen damit wir das obere bonus level noch machen können aber vielleicht kommen wir sowieso zufällig hoch wo war das gewesen wir müssen noch links rüber dann machen wir den lustigen wand flug also an die wand und sowas ähnliches gab es bei holo night ganz ähnlich und wir fliegen und zersämmeln dabei noch alle gegner richtig gute attacke hier was der kleinen lukador hier alles kann wir sind oben das war der weg nichts übersehen einfach der rechte bereich ist fertig jetzt können wir nach links rüber fliegen und da müssen wir hochgehen da müssen wir die treppe hochgehen damit den oberen bereich noch schnell machen als kleiner umweg wie kommen wir da hoch warte mal mit doppelsprung ne 1 2 und bäm das war nicht so gutes bäm timing das ist besseres bäm timing mit dem neuen skill können nämlich hier den abschnitt auch machen dass wir hier so auf die komplizierte art und weise hoch jetzt sind wir hier bei vorhin konnte man nicht rüberfliegen als chicken aber jetzt als lukador können wir rüber da sind wir das oben ist der rückweg hier haben wir gespeichert und schicken ist wieder da wir haben geheimen chicken tempel wieder gefunden wir kommen auserwählter ich saß einfach nur hier als ich plötzlich zu spüren glaubte dass ein fragment des kostbaren schlüssels in der nähe sein könnte spürst du das auch bitte sei vorsichtig auf diesem weg wimmelt es vor gefahren wir brauchen fünf von diesen speziellen schlüsseln um bei den hühner illuminati so richtig aus zu geschehen aber erst mal passiert was bomben teilen ja das geht ziemlich schnell drei sekunden damit für den zeit und wir gehen kaputte der einen einzigen verpassen das ist ein klein wenig fies wir müssen da mittendrin auf den lukador wechseln weil den einen jump schafft nur der lukador hat denn mit dem anker da komm das ist ein bisserl bisschen hardcore wieder mit kein auslassen danach und eine stachel wand was ist das für ein level bereich hier fies guacamole hört sich wie guacamole an es hat auch einige gemeinsamkeiten okay ich glaube diesen hühnerspaß den müssen uns aufheben weil die werde ich irre viel zeit verbrauchen wir wollen vor allem erst mal ist das story ende sehen wenn kommen wir zurück auf der karte sehen wir das hier noch eine offene stelle ist das ist gut erkennbar weil das wird das wird ein bisschen schwieriger ich glaube wir können das schaffen aber das wird eine stunde dauern eventuell und deswegen machen erst andere sachen erst mal story weiter schon wieder zurück was willst du denn machen fliegen ja guck mal was ich wie fliege erstmal die wand und fliege so viele drachis 66 hits das gibt es gut cash das lohnt sich hin und her zu fliegen eigentlich teleporter stein läuft warum sollte ich dir meine geheime zutat verraten eines sage ich dir aber mehr chilis die bringen jedem depp etwas mehr pep jalapeño serrano habanero poblano guagilio passila ich werfe sie gern alle rein und lass mich vom feurigen geschmack entführen apropos entführen kann ich dich irgendwo hinbringen nächstes mal vielleicht kumpel bis später wie kann man den typen vorbei ach so das waren die hier wieder ja 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 ich muss schnell in den hinteren rücken und dann von hinten den 1 rein sammeln und die kleinen drachis haben wir auch noch hier hunderter hits gucken hunderter hits gucken ja die kleinen aggro drachen jetzt haben wir nichts gepasst ne moment unten drunter war eine rote kiste wo war hier eine rote kiste drache haben wir wo ist hier eine rote kiste oben rechts ich sehe es da müssen wir mit dem chicken hinfliegen ne erstmal mit dem guten kerl nach oben und wenn wir hier oben halten können wir den kerl auch hinfliegen wenn er hier ist mit dem guten wand flug jetzt haben wir die kiste energie aufladen ja ja unser lukador der ist schon richtig gut der kann inzwischen fast alles und wir haben ja genug geld wir brauchen siebeneinhalb tausend oder waren es acht tausend für den letzten skill nicht gerne hätte ich auf der linken seite das unten im meditation 75 brauchen wir bald beisammen oben könig chicken auserwählter du hast unsere bitten erhört und bist gekommen dein mut ist unvergleichlich der vogel der nicht genannt werden darf floh mit unserem kostbaren goldenen ei in diese ödnis beeile dich nur du kannst dieses ungetüm aufhalten er alles vernichtet ist was uns lieb und teuer ist wir müssen da oben hin um den knopf zu drücken sollte nicht so schwer sein gibt es noch einen eingang von der anderen seite hier gibt es einen rückweg hier gibt es einen save point wir können die wand weg machen ich bin mir nicht sicher vielleicht müssen wir doch schon vorne schon durchgehen wir kommen hier theoretisch auch hoch ne doppelsprung schräg rüber sollte gehen 1 2 so ungefähr vielleicht geht es doch nicht so einfach eher als chicken chicken hoch und schräg schräg natürlich nicht in den tetris stein rein wo ist der vogel ja das wieder weg ihm ist eingefallen er muss uns beim anderen bildschirm auch noch auf irgendwas wichtiges hinweisen und er ist schon mal zum anderen bildschirm vorgegangen wir sind schlau wir sind hier richtig schlau ist die linke seite einfacher ich glaube beide seiten sind ziemlich ziemlich gleich das hat nicht geklappt ja unser chicken hat nur einen normalen sprung nicht den doppelsprung doppelsprung wäre hier perfekt mit dem geht es nicht wir haben einen doppelsprung aber oben nur zwei fähigkeiten das kommt auch nicht hoch genug wir müssen wahrscheinlich doch hier von dem oberen weg irgendwie hinkommen und dafür den unteren weg erstmal weiter gehen es geht nicht anders links ist eine glibberwand da geht es nicht durch und oben ist der lustige knopf das was nur das huhn wieder aufkriegt ich meine müssen oben mit dem huhn landen aber wir können hier ja ein bisschen hoch gehen und rüber fliegen rüber fliegen bedingt gut glibberwand ist ein bisschen tricky kriegen wir aber hin wir sind hier gelandet unten ist der chicken weg und der chicken weg führt nach unten und wir wollen eigentlich die kiste haben also erstmal nach oben gehen also erstmal hochhangeln hier in chicken verwandeln dann einmal einen powersprung hoch der powersprung hoch sollte klappen ohne panik dann starten wir das ganze nochmal ja weil es so schön war wir sind zu viele moves die man sich merken kann komm ich habe ja richtig gemacht gibst du doch und links und hier dann gehen wir hier hoch dann jetzt hier einmal so und jetzt müssen wir so runter und rechte taste richtig und halt dabei gleichzeitig die wand aktivieren na es war also fast fertig es war fast perfekt und die wand können wir schon jetzt aktivieren nein dann haben wir oben den platz nicht das heißt erstmal dahin und erstmal dahin dahin stellen den move machen und dann den move machen und oben stehen dann erst die wand zurück verwandeln ja genau so genau so und das ganze machen wir nochmal weil wir so gut sind wir machen also so und so und es klappt wie eine 1 und jetzt müssen wir gleich nochmal machen und dann den power move nach oben ja wir haben es wir haben es wir haben es nein was zu trinken verdient aber sowas von hier Prost Trist rein ja 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 das war speichern und dann fliegen wir auf die andere Seite rüber weil da ging es ja generell weiter aber wir haben die Bonuskiste Bonuskiste ist unser ne Minikarte Bonuskiste ist weg sehr sehr gut so hier geht es weiter und ich denke mal mit unserem freundlichen Muchador fliegen wir hier weiter ich sollte durchfliegen und nicht mittendrin bremsen das hat gewisse vorteile schicken runter und Muchador fliegt dann von hier aber wir dürfen nicht zu hoch sein da haben wir gemerkt eben so ist gut und weg 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 ja perfekt hier da sehe ich einen neuen Gegner den kann man gut besiegen der ist kein großes Problem außer er hat eine Bombe dabei die uns etwas triggert ja lass mich besiegen sehr gut oh oh lava ja wir können hier runter gehen nach rechts und rechts ist nur ein bisschen Kistenspaß und es geht weiter runter und nach links werden wir eher nicht kommen wir müssen nach rechts und nach links rüber fliegen alles klar das können wir mit dem Kerl machen wenn wir nämlich hier die Wand umwandeln dann kann er von hier rüber fliegen oder mit dem Chicken einfach so rüber fliegen Chicken müsste es ja auch können aber ich glaube die wollen es eher mit dem Kerl machen deswegen ein bisschen runter ein bisschen runter und jetzt rüberbieben jawohl und jetzt haben wir die Wahl wir können das hier nach links fliegen oder runter gehen ich gehe erstmal runter noch mehr runter noch mehr runter noch mehr runter noch mehr runter Arena Explosionsfreunde ja ich wollte auch unten nicht ausweichen aber ist egal Zeitbomben Zeitbomben ich wollte nach unten zur Zeitbombe eigentlich ich will eigentlich allen ausweichen was nicht so gut klappt Team Grün Team Grün Bleib stehen Team Grün keine Energie mehr das ist hier ein sehr mobiler Team Grün noch eine Runde noch eine Runde das war's das war's wir haben ein bisschen Geld gekriegt und es geht weiter ist das der richtige Weg wir haben noch keinen Speicherpunkt ne das heißt es ist gefährlich weiter zu gehen ich dachte nämlich vorhin wir können uns hier an die Wand kleben und drüber fliegen geht wir können ja nicht rüber fliegen weil hier keine glatte Wand ist außer wir dürfen hier oben kleben und von hier aus rüber fliegen es geht es geht okay dann müssen wir also hoch springen ach Timing Timing Deluxe wieder hier gut dann den schrägen Sprung machen an der nächsten Wand kleben und dann wieder rüber rutschen ne gut das ist fast richtig gewesen gönn dir die gute Milch aber hey Kuhmilch beste ja der gute Lucador hier der bräuchte auch Milch dann wäre der noch viel kräftiger das war's falsche Hallihallo Hallöle an alle Shiny schön dass du da bist hey hey wir haben hier Überraschung neue Sprungrätselchen gefunden und ich bin so bekloppt und will die alle machen weil ich bin halt bekloppt ich habe Frühschicht einmal im Quartal für eine Schicht keck wenn überhaupt okay naja normalerweise sagt man halt immer frühstücken ist schon sehr gesund weil die wichtigste Mahlzeit des Tages sagen einige aber jeder Körper ist ein bisschen anders deswegen muss jeder selbst entscheiden gut wir sind an der Wand jetzt müssen wir ein bisschen hochklettern das Problem ist wir müssen mit dem Speedrennen nach oben gehen weil wir können nicht links und rechts hochjumpen stopp 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 ach komm wir sind gerade kaputt gegangen obwohl da gar nicht wirklich Stachel waren okay normaler Sprung geht hier scheinbar nicht so gut ne ich versuche es immer wieder aber normaler Sprung will nicht so geht es okay also schneller hoch und dann müssen wir nach rechts abbiegen und dann an der richtigen Stelle wieder zurück gehen weil rechts oben sehe ich das ist schräg da können wir uns nicht festhalten immerhin die Fallstelle ist halbwegs gnädig gemacht aber nur halbwegs also erstmal hoch stopp okay beim Abspringen muss ich sofort nach rechts rüber fliegen das ist Blödsinn mit dem Frühstück wenn man keinen Hunger hat ist es ungesund sich nur deswegen was rein zu zwingen generell der Hintergedanke ist ja der dass du brauchst die Kalorien ja im Laufe des Vormittags ne und nach der langen Nacht hast du erstmal keine Energie mehr ja nichts Neues zum verwerten und deswegen ist es in der Regel recht sinnvoll irgendwas was man schnell verarbeiten kann wie so wie vorhin Bananen Bananen gehen schnell in Energie über und sowas in der Art zu frühstücken macht dann durchaus Sinn dass du am Vormittag Energie hast ja das ist der Hintergrund weswegen Frühstück gerne sehr gesund ist und spätes Essen angeblich gerade für schlanke Körper sehr ungesund ist ne weil ja hört man zumindest ganz oft dass zum Abnehmen halt ja spätes Essen so Mitternachtssnacks eher ungesund sind aber ich glaube vereinheitlichen sollte man sowas nicht pauschal gibt ja auch Kulturenkreise da ist man generell sehr spät ne die südlichen so Spanien oder halt Nordafrika die essen sehr sehr gerne abends und die sind nicht unbedingt dafür bekannt dass die sehr dick sind das heißt wie so oft ist alles sehr relativ warum ist das so schwer das hier geht eigentlich ne es geht also ich muss jetzt einmal hoch und dann nach rechts rüber das ist der gleiche Knopf ne ne hoch war oh man denk 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 das ist der gleiche Knopf das war zu früh das war zu früh lieber nehme ich einen Mitternachtssnack als zu frühstücken ja wie gesagt ist deine Entscheidung dein Leben ich werde niemandem irgendwas vorschreiben es ist nur das was man so generell hört ne was empfohlen wird aber hey jeder soll glücklich werden und kein Problem nicht springen ich muss anderen machen ah ja und warum bin ich dann immer noch ein Lauch obwohl ich um 3 Uhr nachts oft noch was esse du bist wahrscheinlich noch wunderbar jung hast eine perfekte Verdauung und da kann man sich alles reinschieben als ich noch ein junger Bieser war habe ich mir auch nachts bei den guten Wrestling Events immer noch eine schöne Pizza gemacht oder ein Schlemmerfilet und ich war auch ein Lauch ich bin immer noch ein Lauch aber ja es kommt auch darauf an was für einen Körper man hat ne und einige vertragen das besser als andere ja na das war ziemlich knapp gerade und das war zu spät genau so äh genau so Kinder zu zwingen ihr Essen aufzuessen ist auch nicht gut damit verlieren sie ihr Völlegefühl genau das Völlegefühl gibt es aber nicht wenn sie Pommes essen Pommes und Spaghetti haben kein Völlegefühl oder Sushi ne Sushi hat auch kein Völlegefühl aber nach Sushi ist man nie so richtig voll deswegen Sushi ist sehr sympathisch man hat nie einen richtig vollen Bauch wenn man zum Griechen geht oder sowas dann da da schlemmt man sich immer richtig voll bei Sushi ist das selten der Fall mit Sushi ist man immer angenehm gesättigt zwar zu äh ja ungünstiges Timing na na hey perfekte Verdauung ja sagt es mal meinem fast vier Jahre lang im chronischen Sodbrennen ja es kommt auch viele Sachen an es kommt auch darauf an haust du dir jeden Tag 10.000 Kalorien rein oder 2.000 Kalorien na ja und wie ist die Verteilung aber ich bin kein Doktor wenn ihr Doktor wollt oh nein das war alles wunderschön nur ich bin hochgesprungen aus irgendeinem Grund zu spät zu spät falscher Knopf und hochruhen er rauscht halt recht schnell hoch und ich hab so nicht rausgefunden ob er auch langsam hochrauschen kann das wäre nämlich sehr sehr praktisch aber ich glaube er ist einer der schnellen Sorte und langsam hochrauschen geht nicht man kann langsam runterrutschen das geht aber hochrutschen geht nur halt flott da wäre ein bisschen weiter runtergerutscht wir schaffen das noch und zack und zack genau in die Stachel rein ich glaube ab morgen werde ich Stachel vermissen ab morgen gibt es keine Stachel mehr das wird so schön weil ich glaube in Fiesta Online gibt es keine Stachel in Pokémon sowieso nicht deswegen es wird so schön werden keine Stachel mehr keine Stachel Level deswegen hier heute letzte Stachel Level dann ist es los wir rutschen ständig da in die Stachel rein achso ich drücke den falschen Knopf jetzt weiß ich warum es passiert ich muss den Knopf drücken also nämlich hier insgesamt drei Knöpfe die ich drücken muss in einer bestimmten Reihenfolge und ich habe einfach den falschen gedrückt ich raste gleich aus wahrscheinlich kannst du das viel besser aber ich bin hier halt nicht so gut es tut mir leid ich gebe mir Mühe ah das war eigentlich die richtige Stelle das war eigentlich die richtige Stelle wir haben es schon so gut wie geschafft ich brauche nur einmal das richtige Timing und dann sind wir schon am Ziel guck mal das ist gut wieso beende ich es mal mit dem A Knopf ich muss einen anderen Knopf als A drücken welchen Knopf muss ich denn drücken? ich weiß es eigentlich nicht womit kann ich den Jump unterbrechen? ach mit dem Jump nochmal nee ich muss mal kurz probieren wie ich denn den Flug unterbrechen kann ohne zu springen also mit dem Schlagen geht es nicht so richtig einfach loslassen vielleicht ne er fliegt weiter er fliegt einfach weiter wie unterbreche ich das? ich kann den Schlag in die andere Richtung machen damit kann man es unterbrechen ah oder runter drücken ok runter drücken muss ich ok sprung Knopf und runter sprung Knopf und runter ist es das ist es ok jetzt weiß ich wie es geht why is that so close? es soll ja nicht zu einfach sein aber jetzt weiß ich wie es funktioniert das heißt jetzt klappt es falscher Knopf zu früh gedrückt zu früh gedrückt ooooooh war es lange wert ne jetzt müssen wir wieder zurück da wir keinen Speicherpunkt haben es sollte jetzt auch klappen wenn jetzt in die Lava fallen müssen wir alles nochmal machen aber die Kiste ist weg ach das Spiel ist so gnädig jetzt geht es unten weiter yes wollte gerade schreiben bis 23 Uhr schaffst du es sicherlich wir wollen heute mit dem Spiel fertig werden ja und wir müssen noch das Gebiet hier durchqueren weil Inferno ist scheinbar doch noch auch zu erledigen obwohl ein bisschen von Inferno haben wir schon fertig aber warum ist hier oben noch ein Chicken? wir müssen da hoch Moment da bin ich unten gerade auf dem Bonusweg wir hätten vielleicht oben nach links gehen sollen ich glaube wir sind gerade im Bonusbereich ja weil ansonsten müssen wir nämlich nach links rüber nach zur Isla Bonita und dann zum Schlangentempel gut aber jetzt haben wir hier erstmal den nächsten Sprungspaß was brauchen wir den überhaupt? wir können doch gleiten jetzt ja den Adlerquatsch machen wir nicht mehr nein hier ist ja wieder Adlerquatsch wir müssen den Adlerquatsch machen gut von hier aus ein bisschen hoch und ein bisschen rüber und ein bisschen dahin ein bisschen dahin ein bisschen dahin ein bisschen dahin ein bisschen wieder hoch aber das sah sehr gut aus das wird nicht ungefähr 20.000 Versuche brauchen das wird nur vielleicht 5 bis 6 Versuche brauchen ja why 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 hier das frage ich mich halt auch schade beim ersten Versuch sah das eben richtig gut aus als wenn es einfach wäre aber das war halt beim ersten Versuch kam der ganze Skill so richtig durch ok ich muss vom Adlerknopf auf den Sprungknopf wechseln Merk, Merk, Merk jetzt sind wieder ein paar Knöpfchen die man drücken muss ok wir sind oben einmal hier hoch rauschen jetzt nach links rüber fliegen man muss ein paar mal umgreifen das sind nämlich verschiedene Knöpfle die man drücken muss und es sind ein bisschen viele verschiedene Knöpfle vor allem mal links mal rechts und mal hoch und runter bevor ich es vergesse das Paket steht aber nicht nahe einer Wärmequelle Heizung oder so sonst müsstest du es mal kalt stellen es steht neben mir auf dem Tisch und es ist safe und es ist nicht zu heiß das sollte das safe sein das ist also wunderbar raum temperiert aber gut zu wissen dann bleibt es nicht in einem gefährlichen warmen Bereich ja wir sind hier wieder oben das ist gut rausch hoch nach links fliegen der fliegt nicht mehr nach links Knossi ist ziemlich mutig lässt sich Zuschauerpakete ungeprüft nach Hause schicken ja Knossi ist ein Lieber dem schickt keiner was böses das passt das passt wobei man weiß ja auch gar nicht mehr ob es wirklich seine Privatadresse ist vielleicht ist es ja auch sein Büro weil Knossi ist schon ausreichend groß ich glaube der hat ein eigenes Büro für die ganzen Twitch Sachen wir sind oben guck mal mit so viel Skill sensationell Stachel mitten aus dem Flug dann wieder ich staune selbst über meinen sensationellen Skill wo habe ich den bloß ausgegraben gibt es einen Speicherpunkt irgendwo ich bräuchte einen Speicherpunkt gut hier geht es weiter hoch immer den Stachel nach ich kenne einen Witz wie tragen zwei Ostfriesen einen Schrank Antwort der eine hält ihn fest der andere sitzt drin und hält die Kleiderbügel fest uh die guten Ostfriesen Witzchen hier dabei ist Ostfriesland richtig cool Ostfriesentee auch sehr sehr lecker und Ostfriesen sind auch eine sehr sehr gemütliche Gruppe von Leuten ich mag die ja ich sehe schon wieder den nächsten Adler wo müssen wir hin? ach nach links wir müssen vom Adler aus nach links an die nächste Wand glitschen so ungefähr und dann von hier aus weiter fliegen zum nächsten Adler auch wieder zur nächsten Wand glitschen und rüberfliegen ach du meine Güte aber wir haben eine Bonuskiste gefunden jetzt müssen wir nur noch lebend hier wegkommen das wird schwieriger weil eigentlich müssten wir hoch was machen wir hier wieder? noch so wenig Speicherpunkte hier in der Gegend wir sind wieder hier das heißt jetzt hier hin und hoch zur nächsten Etage weiter fliegen ach fasser es geht noch höher aber ich glaube rechts ist jetzt der Ausgang ich hoffe wir haben es geschafft ja nur noch ein paar Gegner gut gut und einmal hoch springen und ich glaube wir sind ein Ziel puh abends zusammen Quacks schön dass du da bist hey hey gut wir müssen hier mit dem Adlersprung nach oben das sollte easy sein ne fast wir müssen ein bisschen extra Power hoch springen so Junge was war das für den Aufstieg hier gut dass wir speichern können das geht hier links und rechts ich glaube links ist der falsche Weg gehen wir den zuerst ja der ist eine Bonuskiste wieso überall Bonuskisten oh wir kriegen unsere Fähigkeit hier Mega Meditation regeneriert Gesundheit und Ausdauer halte L nach unten gedrückt Bam erster Skill fertig ich kann dich ich kann dich nichts mehr lehren er wirbt den gesamten Fähigkeitsbaum eines Trainers also wir sind jetzt ein Mega Trainer wenn wir jetzt so runter machen dann heilen wir alles mögliche dann hüpfen wir mal links rechts der Teil gefällt mir der sieht nicht so schwer aus aber ich ahne es das hier das sieht nicht mehr einfach aus was sind das für Wände hier und ShinyPK hat 5 weitere Abos raus gehauen damit ist Shiny bereits bei 244 verschenkten Abos Shiny dickes Dankeschön und Glückwunsch an die 5 die ein Abo gekriegt haben ihr habt jetzt keine Werbung mehr extra Emotes Werbefreiheit und mehr Kanalpunkte ja dank ShinyPK Shiny danke 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 ich denke wir versuchen erstmal hier rüber zu fliegen halte ich an der Wand fest Kerl nee 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 das ist die falsche Stelle wir müssen niedriger abfliegen wir müssen hier ziemlich ziemlich weit unten sein also kurz bevor wir absteigen hier ist das gut glaube ich wir müssen noch ein bisschen niedriger oder nehmen wir das Chicken mit dem Chicken können wir vielleicht einfach die ganze Strecke abfliegen wie soll das denn gehen an der schrägen Wand können wir uns noch nicht festhalten das sah mit dem Chicken jetzt eigentlich ziemlich gut aus ok am Ende müssen wir mit dem Chicken durch man konnte es sehen am Ende war so eine ganz ganz enge Stelle die man hoch muss das heißt den letzten Zipfel müssen wir mit dem Chicken machen das heißt eventuell hier an der Wand festhalten mit dem Chicken ich kapiere das gerade nicht ganz hm meine Eier sind schlecht ich kann sie aber nicht mehr loswerden nein du kannst in der Erde verbuddeln dann wächst ein Eierbaum und dann hast du ganz viele zukünftige Eier das ist eine gute Methode die zu entsorgen und umweltgerecht ich glaube das kann man nicht schaffen wir brauchen eine andere Fähigkeit wir brauchen eine andere Fähigkeit da geht es nicht weiter wir kommen nicht so weit nach links rüber Prost weil mit dem Kerl das ginge höchstens mal fliegen das Problem ist dazwischen sind so viele Wände oder wir müssten zwischen den Charakteren hin und her wechseln das wäre im Grunde das einzige was ich mir noch vorstellen könnte das ist eine gute Position das ist nicht gut genug wir haben hier keinen Auftrieb Abtrieb dass wir uns irgendwie durchglitschen können dann nochmal runter da hinten die unterste Position das ist nicht unten genug man kann nicht lenken man fliegt halt nur ganz genau geradeaus ich muss mal die Strecke angucken aber ich habe das Gefühl das war falsch aber ich glaube auch mit dem Chicken kommen wir hier nicht durch das ist zu weit unmöglich auch mit perfektem Timing ich verstehe nur nicht warum man die Wände hier oben so schräg hat an schrägen kann man sie nicht festhalten allerdings oh warte mal ach es ist so einfach es ist so einfach wenn man ein bisschen Hirn hat es ist richtig richtig einfach weil wir müssen einfach fliegen und immer dann wenn da die fiesen Sachen sind dann müssen wir einfach nur ja die Wände wechseln ach so an der Stelle vielleicht nicht an der einen Stelle sollte man vielleicht nicht das wechseln und da nochmal weg machen oh oh das ist die gute Milch die Power der Milch hat mir hier verholfen dass wir das Level meistern konnten was mit der Truhe davor hin ah da müssen wir umherum gehen ok runter gehts Kisten ja und rüber oh es ist geschafft wir haben es wieder geschafft wir sind einfach zu gut wir sind zu gut für das Spiel hier da waren ein paar Gegner zwischendurch ne da ist immer noch ein Gegner aber ich habe die blauen Attacken und deswegen Team Blau kein Problem einmal hier hoch oh Dimensionstüren wobei ich glaube die Tür bringen uns einfach nach oben hin ja oh extra Kampf Luca wir müssen runter gehen den verkloppen und dann gehen wir hoch der hat mich getroffen Cheater nimm das Schurke und dann gehen wir runter und wir kloppen den da aber er hat auf uns gewartet Headbath 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 des Todes halt mal wir dürfen kein einzigen wieder verpassen es ist wieder herrlich jetzt gibt es bei mir leckeres Schnitzel oh Tristan lass es dir schmecken Schnitzel einfach großartig ein bisschen Zitrone drauf ne Pommes dazu Salat lecker oder Jägersauce ne Jägersauce mag ich auch gerne oder Zigeunersauce darf man nicht mehr sagen ich weiß also Soße Osteuropäischer Paprikaart das ist dann hier korrekt Möge der Saft mit dir sein Yes der gute Saftring aus Star 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 Halb Mensch Halb Hund Halb Köter Halb Möter Starballs Spaceballs Spaceballs Es war Spaceballs so ein schöner Film und Sera schönes da bist Hallo sowas haben wir früher in Counter Strike Camper genannt haha es ist ja genauso schlimm ich bin gern so ein Camper man kann so viele Gegner besiegen das ist sehr sehr herrlich Head Bart man den habe ich nicht kommen sehen Head Bart und du auch einen Head Bart Head Bart für dich auch da kommt ne große ne der unteren erwische ich nicht zu schnell ich darf wirklich nicht einen einzigen auslassen das ist das ist ein bisschen gemein ich muss den oberen mittleren irgendwie sehr sehr schnell besiegen ich wusste gar nicht dass sie zeitlich getriggert sind hier die kleinen auch und gerade so nach schnell noch einer natürlich und so reicht es aber zu viel Timing genug genug wir haben es geschafft mal wieder jetzt habe er habe erst jetzt mitbekommen dass es mittlerweile counter strike 2 gibt es schon zwei ich habe den plan damals verloren ich habe die 1.6 oder sowas gab es oder das hat doch ewig gespielt ich bin da raus ich bin da raus für mich gibt es jetzt reis mit gemüse und süß saurer soße dazu mini frühlings rollen also heute hier asia abends essen auch sehr lecker sehr sehr gut ich war heute bei family und da hatten wir leckere aubergine mit tomatensoße und hack weg und das ganze überbacken mit käse auch sehr sehr lecker lecker als dieses level hier und wir müssen die wand weg machen und mit dem anker wieder hochgehen wir können das mal weg machen das ist zu einfach wohin gehen gleich mit dem anker hin ach so warte mal an der wand können uns festhalten wir müssen an der wand runterrutschen unter den stacheln wieder durch weil das spiel hasst mich deswegen machen wir die sachen jetzt runter noch ein bisschen runter dann hier rüber gleiten hier hochklettern und auf die rechte seite rüber dann hier ein bisschen runter dann auf die andere seite rüber ein bisschen runter wir können die wände wechseln wir brauchen noch nicht ich muss erst durchfliegen mit dem adler wieder auf die nächste wand er schluckuck ist geflohen was so ein cheater kinderschokolade ist gesund weil da ist kindermilch drin sowieso beste aber kinderschokolade ist echt wahnsinnig lecker ich habe keine ahnung was dann Chemiekeulen drin ist, aber Kinderschokolade echt Hammer. Dafür kann ich Tonnen essen. Einfach zu gut. Oder die Überraschungseier, ne? Die Schokolade bei Überraschungseiern. Der Inhalt ist egal, dafür ist man schon zu alt, aber die Schokolade manch lecker. Meine Portion wurde mir zweimal gemacht, da beim ersten der Behälter kaputt ging. Nein! Aber gut, konntest du die mitnehmen? Weil Behälter kaputt ist ja nicht so schlimm, ne? Da kriegt man noch was Gutes raus. Bisa Skill Moves, ja heute hier. Heute einfach hier Megaskill. Nehmen wir, es gibt jetzt zwei Wege. Runter und rechts. Oh, rechts ist der Rückweg, wo wir hin müssen. Wir sind in den großen Bogen jetzt gelaufen. Die linke Seite ist fertig. Da ist aber noch ein blauer Ausgang. Hier ist irgendwann ein blauer Ausgang. Ah, wir sind hier. Knöpfle drücken. Und der große geheime Weg öffnet sich. Simsalabim. Kampf? Kein Kampf. Dann gleiten wir die Wände hier hoch. Naja, es wäre zu einfach, wenn wir hier einfach nur durchgehen könnten. Aber ja, wir müssen hoch. Hoch ist erstmal jetzt nicht so schlimm. Wo geht's denn da dann weiter? Wo ging's da weiter? Vielleicht an die Wand? Ja, wir müssen wieder auf die rechte Wand rüberfliegen. Wieder hoch gehen. Und bam. Nächsten Knopf drücken. Ja, bevor wir aber hoch können, müssen wir erstmal nach rechts. Wobei, wenn wir uns hier ins Chicken verwandeln, kommen wir nicht als Chicken hoch genug? Ich glaube, wir könnten den Frungen hier schaffen. Und das Spiel sagt, wir sollen hier lang gehen. Vielleicht gehen wir auch sogar den richtigen Weg. Wir müssen da oben hin. Wir schaffen es heute noch fertig hier. Das sieht fast zu lange aus. Die Soße ist komplett rausgelaufen am ersten. Okay, nee, ohne Soße geht gar nicht. Zum Reis braucht man leckere Soße. Von Kinderschoki. Wird mir übel. Echt? Ich mag die. Kinderschokolade hier. Oh, lecker. Da ist Kindermilch drin. Frisch aus Kindern gepresst. Fast so gut wie die Erdbeermilch. Erdbeermilch auch hier in Erdbeerfrischkäse. Perfekt. So, Mini-Arena. Luca! Den haben wir da. Was kannst du? Schwertkampf. Ich kann hier einen Headbanger. Was mache ich in der Luft eigentlich? Okay, das gleiche in Team Grün. Und in Team Rot. Team Grün. Aber die Drachis, ne? Die Drachis wieder. Das hat dann Team Grün-Schild angemacht. So viel dazu. Ich brauche neue Gegner. Das passt. Ist der Boss schwer? Das geht gerade. Also die normalen Bosse, die musst du vielleicht zwei, drei Mal machen. Aber ansonsten, die gehen schon. Die gehen schon. Ich bin gespannt, wie der finale Boss sein wird. Ich glaube, der wird schwieriger. Was haben wir hier Schönes? Naja, hier gibt es keinen lustigen Weg. Und hier gibt es den lustigen Weg. Ich hoffe, ich darf mich draufstellen. Das versinkt ja nicht komplett im Wasser. Ist also eigentlich ein wunderbar safe. Ich darf mich nicht draufstellen. Okay. Weil ihr müsst da einfach dran vorbeigleiten. Wie so ein wunderschöner Jüngling. Einfach vorbeigleiten. Das kriegen wir hin. Ja, so viel zum Vorbeigleiten. Hier gibt es keine Wand mehr, wo wir vorbeigleiten können. Vielleicht hier mit dem Chicken. Ne, rechts ist ein Angelhaken. Hier müssen wir mit Timing arbeiten. Also mit Skill. Skill ist immer ein Problem. Andererseits, wir könnten ja auch rüber gehen. Weil das Ding da ist ja einfach... Ach, warte, wir können es aber auch drauf stellen. Das Ding wurde ja eingefroren. Das hat einfach eine Position eingefroren. Das ist super sympathisch. Das nächste wurde auch eingefroren an Position. Das geht ja richtig. Ich dachte, das wäre schwierig. Das ist eine witzige Idee, dass man selber bestimmen kann, wo das stehen bleibt. Sag nicht so oft Chicken. Ich bekomme Hunger auf Chicken Wings oder Chicken Nuggets. Oder die Hot Wings, ne? Ja, aber hier, das kleine Hühnchen, unser Polo, das ist halt unser schöner Charakter. Was haben wir denn hier? Wolfi-Gegner. Ja, das sind die Aggro-Freunde. Mit Feuer. Da bleibt noch der Kerl übrig. Bei dem man nicht in den Wirbel reinlaufen sollte, ist etwas ungesund. Lass mich einen Headbanger machen da. Okay, der ist nicht so ein Fan von Headbangen. Okay, der Headbanger war besser. Jetzt machen wir nochmal. Ganz einfach. Das war's. Wir gehen weiter. Ah, Feuer. Nichts übersehen. Nicht, dass es unterwegs in der Kiste war. Ne, da oben war blau und grün. Wir müssen, glaube ich, einen großen Bogen gehen, weil wir gehen einen ganz komischen Weg. Ich würde Bisa gerne mal Metroid spielen sehen. Lustigerweise, ich habe noch nie Metroid gespielt. Aber inzwischen, ich glaube, ich würde es durchspielen können. Okay. Aber es sind die goldenen. Boah, diese Cheater. Wie viele denn noch? Das waren ein bisschen sehr, sehr viele. Die unterschiedlichen Attacken. Da dreht man noch durch. Das war das, ne? Ja, so war's. Okay. Ja, habt ihr noch ein paar tausend weitere Gegner? Ich habe mal nichts zu tun heute. Ja, easy. Easy. Ja. Unser Skelettfreund hat auch gesagt. Hier, Bisa. Das hast du gut gemacht. Es war nicht First Try, aber es war nah dran. So, was können wir lernen? Oh, super Polo-Gleiter. Komm, super Polo-Gleiter. Den müssen wir lernen. Und das ist als nächstes hier unsere Mega. I'm pick to final. Super Moves lassen deine Gegner explodieren. Ja, das brauchen wir. Explodierende Hühnchen-Gegner. Na, das ist eine gute Position, oder? Nicht wirklich. Das müsste, glaube ich, noch niedriger sein. Wir müssen jetzt nach rechts rüber kommen, zu dem Adler. Und vom Adler aus irgendwo anders hin hüpfen. Auf die andere Plattform. Alles klar. Ah, das war schon fast die niedrigste. Allzu viel niedriger geht's gar nicht. Das heißt, damit müssen wir arbeiten. Das geht ja auch eigentlich. Na, mit ein bisschen Skill. Skill ist das, was ich nicht habe. Aber wovon ich immer nachts träume. Aber eines Tages. Eines Tages habe ich den Skill auch. Ich habe sie ausgetrickst, glaube ich. So kommen wir hoch. Ich muss nur noch rechts rüber kommen. Believe. Wir sind drüben. Wir sind drüben beim Speicherpunkt. Warum ist hier eine Wand? Okay, das heißt, die hintere Wand muss irgendwie praktisch sein. Ungefähr so. Und so. Und so. Und so. Ich glaube, das haben wir richtig gemacht. Und dann hier. Aber wir sind drüben auf die nächste Wand. Das heißt, das hätte ruhig ein bisschen höher sein können. Und jetzt müssen wir nach rechts rüber und durch die Wand glitschen. Aber oben ist vielleicht eine Kiste. Wir sehen es nicht. Aber bestimmt ist oben eine Kiste. Erstmal in den nächsten Bildschirm gehen. Zum Speicherpunkt. 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 Oben ist eine Kiste noch, oder? Wir haben da rechts keine Wand, wo wir hoch können. Ist hier oben eine Kiste oder nicht? Da ist oben noch ein bisschen Platz. Da könnte theoretisch eine Kiste sein. Aber eigentlich, ich glaube, die müsste eingezeichnet sein. Das Spiel ist gemein. Wir können es nicht wirklich. Doch, wir können. Wenn wir immer hoch hüpfen. Stein verwandeln. Dann können wir immer ein bisschen höher kommen. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ich muss mir noch einen zweiten Monitor kaufen. Aber eigentlich reicht ja einer. Für 80 Euro oder so. Genau. Da brauchst du keinen großen. Weil für OBS irgendein Monitor. Aber Monitore generell sind auch nicht so teuer. Für 150 Euro oder 120 Euro kriegst du heute schon richtig gute. Einfach bei Amazon gucken. So ein 26 Zoll Monitor. Die kosten nicht wirklich viel. Oh. Hier ist eh Sackgasse. Das heißt, hier geht es nicht wirklich weiter. Wir müssen nochmal hoch. Hier ist aber nur ein Bonusraum. Ne, warte mal. Da ist eine Wand neben uns. Ah. Aber nur mit der Kiste. Hier ist nichts anderes. Mal gucken. Wir können das verwandeln. Dann haben wir das. Dann ist es einfach nur durch. Einmal durch die Mitte durch. Also einfach mit ein bisschen Skill hier rüberfliegen. Und so. Und. Nein. Hier ist ein Kampf. Willst du mich veräppeln hier? Es geht nur mit dem Chicken. Ne, aber der hat den grünen Schild gehabt. Für die doofe Geldkiste müssen wir jetzt hier die ganzen Gegner verkloppen. Die sind in einer Reihe. Mit dem blauen, mit der blauen Attacke kriegen wir die. Aber das ist ein gemeines Level. Das hier ist leichte gemein. Ich glaube, die werden wir auch skippen, weil das wird hier ein bisschen dauern. Dass man halt nicht einen einzigen auslassen kann. Das ist einfach fies. Man braucht ja den perfekten Weg finden. Heute bin ich Team Grün. Laut Glückskekse bin ich sicher ein großes Ziel zu verwirklichen. Ja, perfekt. Das sind gute Nachrichten. Das heißt, Lotto gewinnen oder sowas. Irgendwas cooles. Sehr, sehr gut. Ich glaube, das hier lassen wir wirklich sein. Das bringt nichts. Ich kriege das nicht zeitlich hin. Weil die einen grünen muss man vorher schon wegmachen. Ich weiß nicht, ob man das machen soll. Die stehen zu doof. Weil die blauen muss man in einer Reihe besiegen. Das ist ja offensichtlich. Aber wie das gehen soll. Ich meine, hier muss ich beim Runterhüpfen bereits den grünen erledigen. Da habe ich den. Aber ich schaffe die zwei anderen nicht. Deswegen den grünen unten muss ich erledigen beim Runterfallen bereits. Aber da habe ich keinen Sprungpower mehr. Sprich, ich komme nicht an den ran. Einfach eine Fiole flüssiges Glück trinken und dann gelingt einem alles. Ach, sehr gut. Ich kann mir nämlich vorstellen, was du da machen musst. Ich war gerade nicht dabei. Habe ich eine neue Fähigkeit verpasst? Mist, keine neue Fähigkeit. Wir haben nur das Hochklettern. Ich glaube nicht, dass es das ist. Das könnte im Grunde auch sein, dass man damit auch noch arbeiten muss. Ja, wir sind hier im grünen nach unten. Da kommen wir jetzt mal mit einem blauen Meer erledigt. Aber den letzten blauen, ich kriege den nicht. Ne, das lassen wir. Ne, ist schade, weil es ein bisschen eine Sackgasse ist. Hier unten nochmal hinzukommen. Wo waren wir hier? Da muss man einen ziemlich blöden Weg hinlaufen. Na gut. Das Hochklettern hattest du schon gestern. Meinst du die Fähigkeit? Ich kann von jetzt über Wände fliegen. Also ich kann jetzt von der rechten Wand aus gemütlich weiterfliegen. In gerader Linie. Mit dem Lucador. Na, wir gehen einfach weiter jetzt ein bisschen. Wir haben bisher wirklich alle Kisten gemacht. Das ist die dritte Kiste, die wir jetzt erstmal aufgeschoben haben. Naja. Das ist die dritte Kiste, die wir aufgeschoben haben. Und ja. Ich glaube, für einfach mal durchspielen ist es okay. Ich habe ja nie gesagt, dass wir 100% machen. Aber 100% bisher, was ich gesehen habe, sollte realistisch sein. Also nicht so, dass es überhaupt nicht geht. So, und hier habe ich das Gefühl, dass wir so hoch gehen. Und dass wir so. Na. Dann muss man sich hier hoch arbeiten. Ganz gemütlich, immer Stück für Stück hoch. Und es dauert ein bisschen. Prost. Ja. Achso, nee. Du kannst hier mit der Lava arbeiten. Ja. Das ist eine gute Idee. Uuuh. Darauf kam ich gar nicht. Naja. Wir bleiben einfach hier stehen. Und überlassen der Lava die ganze Arbeit. Wobei, da sind spezielle Fähigkeiten gebrauchen. Ja, an der Mitte geht es ja nicht. Also mindestens ein paar Sachen müssen wir auch machen. Aber man kann die Lava halt teilweise einsetzen. Moment mal. Und das will ich jetzt zumindest mal probieren. Aber die beiden ersten waren eigentlich die einfachsten. So, Schnitze, Schnitze. Ne, ich kann nicht dreimal die blaue Attacke nach rechts machen. Das geht nur einmal. Wobei ich eigentlich in der Mitte lande und nach rechts rübergehe. Ne, ne. Und die Kiste lassen wir erstmal sein. Ne, ich meine, es ist wichtiger, heute mal das Spiel durchzuspielen. Und wir haben schon wieder 20, 30 und wir sind noch im Gefängnis. Wir müssen noch auf die Insel und dann in den Schlangentempel. Und ich will es heute wirklich fertig kriegen. Achso, irgendwann darf man runtergehen. Also, falls du später die Truhe mal nachholen möchtest, dann kannst du es mit einer Fähigkeit machen, mit der es einfacher ist. Jetzt hast du sie noch nicht. Okay, dann ist das ohnehin erst für später gedacht. Okay. Wir sind fast oben. Auch ein Stück. Nicht den falschen Knopf versehentlich drücken. Och, komm! Das ist zwar ein neues Rätsel, was wir genau so noch nicht hatten, aber das ist jetzt gerade ein bisschen nervig. Dass wir den ganzen Weg hinlaufen müssen. Ja. Ich habe hier richtig Panik, wenn man den falschen Knopf drückt. Biese entscheidest du, was du als nächstes spielst oder machst du den Poll? Nee, als nächstes steht es noch nicht fest. Wir haben für diese Woche noch morgen Pokémon, dann Fiesta Online. Und ansonsten gibt es noch keinen konkreten Plan. Also 1. Februar, eventuell. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich es mir hole oder nicht. Persona 3 Remake. Wenn ich es mir hole, dann machen wir auf jeden Fall einen Stream lang ein Anspielen. Weil durchspielen macht keinen Sinn. Dann habe ich wieder 10 Zuschauer, weil das interessiert halt keinen. Ist schade, weil ich mag es sehr gerne, aber es ist zum Streamen halt völlig ungeeignet. Personaspiele gehen einfach nicht. Das ist einfach, ja, schade. Aber das wäre auch 100 Stunden und dann einfach dann hier 20, 30 Streams, äh, ja. Wir werden noch was Schönes machen. Da muss ich noch gucken, was wir Schönes machen. Auswahl genug haben wir. Holt ihr Hogwarts? Das wäre sicherlich interessant, aber momentan nicht ganz. Das ist mir ein Ticken zu lang. Aber Lust habe ich drauf und ich kann mir vorstellen, irgendwie beim nächsten Sale. Ich meine, im letzten Sale bei Steam war es auch schon sehr, sehr schön günstig. Aber aktuell, ich finde es ganz schön, wenn wir meinen Pile of Shame ein bisschen abbauen. Und jetzt mit Oceanhorn, Guacamolee haben wir zwei Spiele abgebaut, was sehr, sehr cool ist. Das freut mich. Weil dann wird der Pile of Shame nicht mehr ganz so schnell so groß. Portal, du Kultur-Banause, hast die ja noch nicht gespielt. Portal, äh, Portal wäre auch noch schön. Aber ich habe ja gesagt, ich bin großer Fan von dem Lied Still Alive und das ist das Titel-Lied, äh, das End-Lied von Portal 1. Ich fasse es nicht. Das ist echt ein richtig blödes Mini-Rätsel, was wirklich ultra einfach ist. Man muss nur ganz geduldig sein, richtige Knöpfchen drücken, aber ich habe da gar keinen Bock drauf, auf dieses eine Rätsel gerade. und deswegen, das hier ist echt nervig. Da sind die Stachel-Rätsel fast besser, als das Simple hier einfach hochlaufen. Oder Pokémon Ultrasonne. Ja, Pokémon Ultrasonne, ich habe da auch richtig Lust drauf. Problem ist auch da, das ist richtig lange. Und, äh, es ist auf jeden Fall ein enger Kandidat. Also Pokémon Ultrasonne wäre etwas, was auf jeden Fall, äh, ganz heißer Kandidat ist als nächstes. Ich fasse es nicht. Und moin, Shy Guy, schön, dass du da bist. Hallo. Wir sind hier beim schönen Guacamelee, äh, zwei kurz vorm Ende. Und, äh, ich mache immer zu viel Bonuskisten. Und deswegen dauert es ein bisschen länger. Ne, schade, du schaffst das. I, äh, wir müssen hier durch. Weiter geht's weiter. Und hier, das ist nicht wirklich schwierig im Vergleich zu vielen anderem, weil wir einfach nur ein bisschen hüpfen müssen. Aber, man darf nicht zu lange hüpfen. Und dann muss, bevor man wieder landet, äh, den Lavaturm wieder zurückverwandeln. Ich weiß nicht, was daran schwierig ist. Es ist halt, dieses eine Rätsel ist ultra eintönig. Und das unterfordert einen. Äh, Pile of Shame abbauen klingt gut. Dann kann man sich selbst endlich wieder im Spiegel betrachten. Äh, ja. Wobei, so schnell wird das nicht gehen, weil ihr kennt ja einen Teil meines Pile of Shames. Und das sind ja nur die, die Videospiele. Das sind ja nur die Videospiele. Und, ja. Da sind ja schon diese anderthalb tausend Spielchen. Und ob ich den jemals abbauen kann, weiß ich ja gar nicht. Und vor allem, der wird ja immer größer. Ich kaufe mir immer neues Zeugs. Und deswegen will ich mich da ein bisschen bremsen. Und deswegen momentan noch keinen Hogwarts gekauft, keinen Cyberpunk, keinen Witcher 3. Weil, ich habe mir gesagt, ich kaufe das Zeug erst dann, wenn es wirklich halbwegs absehbar auch spielbar ist. Okay, von hier aus sollten wir es schon schaffen, ne? Das war ein langer Kampf hier. Achso. Headbanger. Was macht ihr denn hier? Hier ist ein Bonus-Headbanger hier. Achso, da kommt jetzt bei jedem, jedem Teil kommt ein Bonus-Headbanger. Anni, weil drüben der Zauberer ist. Ich brauche Energie. Energie! Energie! So ein nerviger Zauberer hier. So ein nerviger Zauberer hier. So ein nerviger Zauberer hier. Wir haben noch wieder 3.000 Geld. Geldmäßig läuft es auch gerade hier richtig, richtig schön. Das Rennen wird bestimmt zwischen Zelda und Pokémon. Ja, Zelda macht erstmal Pause, weil wir haben jetzt ja mit Oceanhorn so ein Zelda-like gespielt. Jetzt kommt was anderes. Was ist das? Okay, da kommt Stachel. Ich habe meine Stachelfreunde schon richtig vermisst. Ich ahne schon, die nächsten Räume werden fürchterlich mit der neuen Funktion hier. Was haben wir hier? Speichern. Speichern ist immer gut. Auf der rechten Seite Stachel. Ich wollte abspringen. Hast du eine Liste von der Pile of Shame Online? Ausrufezeichen Liste. Ausrufezeichen Liste. Ich glaube, ich muss immer zurück drauf, ne? Ich muss kurz drauf und weg. Oder ich muss auf die andere Seite. Ah, da müssen wir auf die andere Seite rüber. Genau. Wir müssen das so machen. Und dann wieder hier rüber. Ein Stückchen hoch. Nicht zu viel. Nicht zu gierig werden. Und dann wieder zurück. Stückchen hoch. Und wieder rüber. Oben war eine Kiste. Das ist deine Liste. Die Spiele, die du besitzt. Das sind die, die ich bei Steam habe. Die Liste wäre sonst noch viel länger. Wenn wir da auch die Spiele drin wären, die nicht bei Steam sind. Aber das sind nur die Spiele von Steam und die, die man auch streamen kann momentan. Die Kiste kriegen wir, ne? Bäm. Kiste. Kiste. Bisa, du hast doch die Fähigkeit Ziegenflug schon. Damit hättest du die drei schwarzen Bomben vorhin bei der Truhe in einem Rutsch besiegen können. Da brauchte ich aber diese blaue Attacke. Ziegenflug ist ja nicht blau, oder? Ja, Drachis sind auch noch da. Was haben die denn für freche Attacken? Zaubert eine Zauberer die Drachis immer neu her? Ich glaube, ja. 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 Der zaubert ja immer neu her, ne? Das ist so ein Cheater-Zauberer. Ja. Wir müssen zum Zauberer rüber. Ja. Ja, machen wir alle auf einmal. Der Ziegenflug ist blau. Okay, dann wäre es natürlich schön, aber zu spät. So, ähm, das Gelb. Headbanger. So. Haben wir keine Kiste verpasst? Keine Kiste verpasst. Na gut, mit dem Ziegenflug, das wäre interessant gewesen, weil das hätte geholfen, ja. Ich habe vergessen, dass der als blaue Attacke gilt. Das Spiel erklärt sowas ja leider nicht ganz so genau. Oh nein, oh nein. Ach so, andere Dimensionen. Okay, jetzt haben wir also die Bomben, Zeitbomben mit Dimensionsspaß. Es wird herrlich. Können tut man theoretisch jedes Spiel, genau. Aber ganz theoretisch. Ganz theoretisch. Ziegenanstieg ist übrigens auch rot, so wie der Hahn-Uppercut. Okay, also Richtung hoch ist immer rot und Richtung rechts ist immer blau. Und Richtung runter immer grün. Dann haben wir jetzt. Team grün. Na. Da sind ein bisschen viele. Da sind auch zu viele. Okay, und die großartigen Zauberer. Moment, wo kommt die Bombe her? Das waren zwei Bomben. Oh Mann. Hallo, bin wieder da. Mein Gerät war Batterie leer. Oh, Tristan. Na, dann ist gut, dass du die Batterie wieder aufgeladen hast. Sehr, sehr gut. Wir sind wieder ein Stückchen weitergekommen. Problem, es kommen immer mehr Gegner. Es werden nicht wirklich weniger. Oh, Tristan. Ah, da sind schon wieder welche. Oh, diese Bomben sind richtig doof. Man kann sich um nichts anderes kümmern als um die dummen Bomben hier. Ah, ja. So, das war. Ja. Und das mit den Bomben ist echt mega nervig. Man kommt zu nix hier. Aber hier müssen wir durch, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und der Schwerttyp, der ist halt so schnell. Und wenn er seinen Dreher macht, dann kommt er nämlich vorbei. Dieser Wirbler trifft einen immer. Also hier haben wir jetzt ein paar richtig blöde Sachen eingebaut. Aber gut, es soll ja wahrscheinlich schwierig werden. Okay. 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 Ich muss da auch in die Wand und in den Wandstrahl machen. Weil sonst die beiden hier kann ich nicht erwischen. Wenn man halt eine verpasst. Das ist halt super, dass der ganze Kampf ist im Eimer, wenn man einmal daneben haut. Nee, bitte gemein. Oder wenn man den Umschalter vergisst. Wo ist die zweite hin? Oh, jetzt hört's auf. Nee, da oben ist wieder einer. Wo bin ich denn? Ah, du kannst ja wieder eine Ziegenfähigkeit anwenden. Habe ich ja gerade gemacht. Habe ich ja gerade gemacht. Geht nicht anders. Habe ich gerade gemacht? Genau. Und deswegen kamen wir gerade auch ein Stückchen weiter. Aber... Jetzt haben die noch einmal runter gezaubert. Was hier noch extra nervig ist, ist halt auch noch, dass man zwischendurch auch noch ständig die Dimensionen wechseln muss. Deswegen, das ist hier so... Oh! Dieser Kampf hier. Nervfaktor über 9000. Nein! Okay, das klappt ja noch. Ah, das nächste... Man kann ja halt nicht campen, weil diese dummen Bomben ständig da sind. Boah, das war ein richtig nerviger Kampf. Junge, Junge, Junge. Beim ersten Mal durchspielen hatte ich hier auch ein bisschen Schwierigkeiten. Denn das freut mich zu hören, dass nicht nur ich die Probleme habe. Ah, hier geht es weiter. Nein, das war dezent nervig der Kampf. Aber ganz dezent. Und ich bin so froh, dass der vorbei ist. Da müssen wir, glaube ich, schnell rüber laufen. Gleiten können wir nicht. Ach ne, an die Wand hochhüpfen müssen wir hier. Und an der Wand bleiben am besten. Ja, geschafft. Ich bin auch so froh. Also der Kampf war wirklich hier Nervfaktor über 9000. Oh nein. Ach, das ist ja auch ein bisschen Nervfaktor, aber nicht über 9000. Nur unter 9000. Danach noch ein bisschen Lava. Ja, natürlich. Warum so einfach? Ja, trinken ist eine gute Idee. Tristan, Prost! So, wir haben schon 21 Uhr gleich. Wir wollten eigentlich heute das Spiel fertig spielen. Und wir sind immer noch nicht auf der Isla und auch nicht im Schlangentempel. Da müssen wir noch hinkommen. Und ja, ich hoffe, die Level wäre nicht zu groß. Ihr habt ja gesagt, Isla ist schon mal nicht so riesig. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber ich befürchte, der Schlangentempel wird ein bisschen größer sein. Weil der ist wahrscheinlich genauso groß wie der Obsidian-Tempel. Wobei traditionell Spiele zum Ende immer etwas kürzer werden. Weil da müssen die Entwickler immer das Spiel beenden. Und wollen auscashen. Okay. Okay, es war anders als geplant, aber wir sind oben angekommen. Kisten. Und Kampf, ne? Nee, Chicken. Ja, wir haben ja ein Chicken. Düstere Grüße, Auserwählter. Der unaufhaltsame Cactuardo hat sich mit dem bösen Geier verbündet. Doch keine Angst, wir haben eine uralte Waffe, die dir in deinem Kampf helfen sollte. Die Prophezeiung wird erfüllt. Du wirst von uns, du wirst uns vor dem Vogel, der nicht genannt werden darf, beschützen. Vorwärts Auserwählter. Die uralte Waffe ist gleich voraus. Und es geht runter und links. Da kommen wir nicht rüber. Wir können die Attacke halt nicht zweimal machen. Wir können aber fliegen. Ah, wir können rüberfliegen. Das heißt, hier geht es theoretisch weiter. Und wir müssen da weiter. Der Weg runter wäre nur ein Shortcut. Ja, wir müssen einfach runter. Wieso konnten wir früher nicht hier hochgehen? Äh? Ja, warum auch immer. Es geht nur hier weiter. Und wir müssen hier rüberfliegen. Und bäh. Wäre komisch, wenn der finale Tempel nicht groß wäre. Ähm, ne, ne. Das Ende von Spielen ist oftmals deutlich sparsamer. Weil die Entwickler entweder gehen die Ideen aus oder sie müssen halt zum Schluss kommen. Also das ist eigentlich ganz typisch. Auch bei Rollenspielen zum Beispiel, ne. Dass am Anfang mal superviele komplexe Nebenmissionen sind. Und zum Ende hin, ja, 0815 Missionen. So, hier links ist ein geheimer Hühnerbereich. Mit einem Portal. Die Höhle der Memes. Modrix des Zeitalter. Modrig. Y cuidado. No entre nunca. Do not enter ever. Schreibt man das so in Englisch? Do not enter ever? Kann man anders schreiben, ne? Do not dare to enter oder irgendwas. Na gut. Turn back for your own sanity. Okay. Wir sind geistlich fit. Unsere sanity is safe. Cave ahead is dangerously dank. Okay. Legit. No joke. No joke. Final chance to turn back. Okay. Die Brücke ist gefährlich. Du hast dich also dazu entschieden, meine modrige Höhle zu betreten. Und ich will die Kiste haben, die rechts von dem ist. Na, ist eine Kiste. Seht ihr's? Kwan, ich bin der modrigste Uai Shivo. Aufgrund deiner Hartnäckigkeit werde ich dich jetzt im am stärksten abgestandenen Ort des ganzen Mexiversums leiden lassen. Es ist nass. Gut. Wir kommen schon hoch. Wer hat nicht mit unseren Superskills gerechnet? Gato Grunon Brand. Catfood. Fresh. Me gusta. Guavas. Latin Geek? Okay. Die eigene Arbeit mit Memes zu befüllen, ist mit Abstand die faulste Art etwas zu erschaffen. Das ist, als würde man Archivbilder verwenden. Ja. Missing. Pedro Bär. Maraca Academy. Tuff. Memes in Spielen sind nicht witzig. Sie sind nur eine Methode für stockfauler Entwickler, ohne eigenen Humor ihre YouTube-Kommentator-Zielgruppe zu belustigen. War Guacamele nicht das Spiel mit den unfassbar nervigen Meme-Anspielungen? Ah, Guacamelees übermäßige Verwendung von Memes war einer der Gründe, aus dem ich nach 10 Minuten aufgehört habe. Deshalb habe ich das Spiel noch nicht gekauft. Das Gameplay ist bestimmt großartig, aber ich kann keine Internet-Memes mehr ertragen. Mielle. Loko Lobo Tequila. Missing. Okay, jetzt wiederholen sich die Bildchen, aber das haben die auch angekündigt. So ein gutes Spiel, das von Meme-Quatsch, von vor 6 Jahren, völlig ruiniert wurde. Das habe ich nicht gesagt. es wäre so viel besser gewesen wenn sie diese mims sein gelassen hätten aber die katze ist elgato gegen la rana dann gehen wir sind auf die andere seite rüber und hier hoch jetzt noch höher mann das war schon damals einfach schlimm und wenn man bedenkt wie irrelevant die geworden sind ist es jetzt noch viel schlimmer wenn ich der entwickler von diesem spiel wäre würde ich diesen müll raus patchen gibt es eine mod um diese links zu entfernen weiter hoch geht es scheinbar nicht keine karte verfügbar ja das ist speziell im level orelmente es zirrli surly gibt es online koop ich glaube noch nicht hell hydra kiste achievement überlebt stelle dich den mims und ertrage sie du hast du dir tatsächlich alle angesehen kochst du nicht vor wut anscheinend nicht vielleicht vielleicht hast du nicht alle neuen gesehen wie es scheint ist eine mimtoleranz recht hoch doch bildet ihr nicht so viel darauf ein du glaubst die abgedroschenheit sei dein freund du hast sie ja lediglich adoptiert ich wurde in ihr geboren ich wurde von ihr geboren geformt die leute um mich herum konnten nicht aufhören mim als mimi auszusprechen bis ich bereits zum mann geworden war okay die haben irgendwelche probleme hier wir haben jetzt das geld kann man neue fähigkeiten kaufen 6300 adi super chicken attacke haben wir noch nicht doch haben wir schon unsere chicken attacken machen einfach wahnsinnig viel schaden wir müssen die gegner mit super slams noch besiegen das ist wichtig damit wir auch hier die super fähigkeit kriegen und hier haben wir noch was halbiert ab 50 treffer einen ausdauer für special moves und hier die komischen wrestling muss die ich einfach nicht benutze ich weiß nicht warum lernen wir das hier erstmal weil die anderen machen wir halbwegs ne ich war auf das rechts unten das rechts unten ist das coolste das nehmen wir von wo kommt der untere auf einmal her die die spawnten aus allen ecken des bildschirms das war eine sehr sehr interessante meme ecke hier na was gab eine bonuskiste und bonuskisten nehmen wir mit und freuen uns und deswegen wunderschön wir sind wieder hier wo dann müssen wir müssen nach rechts rüber und weiter hoch natürlich als chicken aber nicht hier hier müssen wir als männlein hoch das heißt ja nicht so land hoch flitzen hier hier als chicken rüber als männlein hier hin dahin dahin hier hin dann geht es noch weiter hoch immer weiter nach oben aber ich denke mal langsam müssen aus der hölle rauskommen was sagt die karte wir müssen ja das ist ziemlich weit oben ich habe das gefühl vielleicht heute nicht ganz fertig dann werden sich diejenigen sich morgen auf pokémon freuen nicht mehr so freuen weil dann wird pokémon verschoben kann man nicht auch hoch irgendwie scheinbar nicht wir sollen hier umgehen also noch mal ein umweg links rum was machen die absichtlich immer diese großen linken umwege hier dann kämpfen keine bomben bitte keine bomben mehr ich mag die bomben nicht mehr sehen lassen das für ein weggeflogen und wer ist putt aber auch wir haben gelb was war gelb gelb war headward gelb war headward der gelb hat seinen tollen schild wieder ja ich glaube ich muss hier mehr ausweichen ich würde schon echt sportlich finden wenn du es noch schaffst der schlangen tempel ist ziemlich groß dann habe ich am anfang zu viel getrödelt und ich mache zu viele kisten zu viel nebenkrams das mache ich ich sollte viel mehr nur haupt story machen wenn sie morgen einige wegen pokémon ärgern man kann es aber nicht ändern ich habe sie ja Wir wollten heute ja sowieso überziehen. Ja, wenn es so überziehen wie gestern ist, das wird zu viel. Weil ich befürchte, hier muss man wirklich so krass überziehen, wenn der Tempel ähnlich groß ist wie gestern, weil ich weiß nicht, wenn du es gesehen hast, der gestrige Tempel war wirklich sehr, sehr groß. Moment, was haben wir hier? Hier komme ich da durch. Hier ist es langsamer. Hier ist es schneller. Kann ich dann durchrollen? Nee, kann ich nicht durchrollen. Moment, ist das Ding weg? Ah, es kommt jetzt runter. Und es bleibt. Ich habe also nur einen Versuch, das zu schaffen. Nee, halt, es geht wieder hoch. Es geht wieder runter. Ach, okay, je nachdem, was wir haben, okay. Okay. Jetzt kommt es von unten. Jetzt kommen wir die untere Variante. Jetzt haben wir die andere Variante. Okay, okay, okay. Das ist eine schöne Mechanik. Ich wollte dann hier vorbeischleichen. Also, die Wand sollte vielleicht weg. Ja, die sollte weg, während wir springen. Nee, ungefähr so, aber ein bisschen anders. Das heißt, so. Ach, meine, Mann. Gut. Dann können wir es ja richtig machen. Ich war gestern ja da. Okay. Ja. Ich war mir so sicher, dass wir es heute nicht schaffen sollten. Aber, ups. Falscher Knopf. Also. Mhm. 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 Ich wollte nach links rüber switchen. Nein, irgendwie nicht. Boah, noch mehr von denen. Ne, sind wir hier heftigste Rätsel. Das ist der erste Bild schon wieder. Okay, das Spiel war lange Zeit sehr, sehr schön. Inzwischen gibt es ein paar Stellen, wo ich sage, man, die gefallen mir nicht so. Gut. Wobei, es ging ja. Es ging ja. Aber das hier nicht. Rübergleiten hoch auf den Adler. Und dann müssen wir auf die Wand von dem Teil noch hinkommen. Das ganze Timing mäßig so halbwegs praktisch. Naja. Immerhin, wir dürfen hier starten. Das ist ja schon mal was. Und da. Wir kommen hier aus hoch. Wir haben rechts die nächste Glitchwand, die sich sehr, sehr kurzfristig bewegt. in den Adler. Ich brauche den Adler. Ja. 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 Immer hier hoch. Einmal da hoch. Ja. 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 Der wäre nicht mehr sch... ich glaube ich kann mit dem joystick nicht mehr das will er einfach nicht mehr auch einer der gründe ich beenden möchte für morgen heute denn ich brauche was neues ich brauche was neues spielen so schön es ist die rätsel damit zu heftig zu heftige rätselchen so 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 Ich habe das Gefühl, mit dem Joystick komme ich nicht klar, wenn er nach links muss. Jetzt sind wir die gleiche Stelle, dieser braucht man wieder was entspanntes zum spielen, oh ja, irgendwas schönes, einfaches, das wäre sehr wunderprächtig. Hier einfach, der Joystick will nicht so wie ich will und ist immer der linke Sprung. Ich habe dem linken Sprung irgendwie Probleme und am Ende ist der Joypad kaputt. Er muss ja sein, weil mein Skill kann es nicht sein. Ich muss zwischendurch auch mal den Joypad kurz ein bisschen locker lassen, weil man drückt sich da zu Tode. Das ist immer der Sprung nach links, der ein Problem ist. Ah, Sandramon, schön, dass du da bist, hey, hey. Oh man. Ich fasse es nicht mehr. Ich fasse es nicht mehr. Oh. 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 einmal tief durchatmen und einen schluck trinken ja vielleicht prost es ist der sprung nach links der sprung nach links der ist echt man muss den joystick nach links drücken und links drückt werden man eine wand festklebt geht man halt runter ja so kann ich lange dran bleiben gar kein problem wenn ich aber nach links drücke dann hüpft er runter und man muss beim links drücken halt gleichzeitig die y-taste drücken zum fliegen und bei mir öfter gerne dann runter anstatt halt zu fliegen und da muss man die richtige umschalttaste drücken damit der adler aktiviert wird also hier kommen wieder so ein paar schöne sachen zusammen die richtig richtig toll sind wir verstehen auch wenn du sagst es reicht wir machen gäste game für den rest des abends das wollte am liebsten aber ich will spiel beendet haben so unfertige sachen das ist schlimm damit wollen wir gar nicht erst anfangen wir spielen es hier durch es wäre halt doof wenn es morgen pokémon dran glauben muss weil ich glaube sehr viele haben sie auf pokémon gefreut und ja das könnte sich verschieben und das tut mir leid aber ich krieg's nicht schneller hin ich versuche es ja aber dieser dumme sprung zur seite ich meine den habe ich schon oft genug gemacht ist nicht so dass der gar nicht geht aber vielleicht nach einer woche so 50 stunden hier lustiges dann dann ist meine hand im eimer meine hand ist nicht dafür ausgelegt drückst du links und y gleichzeitig vielleicht musst du schneller sein ich drücke ich drücke ich habe den sprung schon hunderte mal gemacht unter anderem gestern mit dem türmchen auch das problem ist einfach hier dass man es hier sehr sehr oft machen muss dann zwischendurch hoch und dann wieder rechts rüber und kann sein dass ich dabei versehentlich zu langsam drücke haben wir die stellen nach links wir sind ein stückchen höhe und nein was ist was hier mit der wand los okay das müssen wir nicht ganz rüber wir müssen ein bisschen rüber dann mit dem adler wieder hoch ja ich was mal runter genau das war nicht das letzte mal es kommt wieder das ist so eine sprung einlagen kommt wieder erst mal entspannter kampf kämpfen deshalb super entspannt weil aus es ist ein heftiger kampf okay der ist auch neu noch mal mit begleiter natürlich es war viel zu einfach ich wollte schon sagen so was einfaches hier macht es mal ein bisschen schwieriger ich habe mich trotzdem getroffen das muss ein cheater sein aber es ist geschafft und wir haben eine menge geld wir kriegen neuen skill wir haben 8900 kaum was schönes wieder aber mir fehlen noch der skill hier wie macht man slam wie macht man slam ich brauche eine anleitung ich will das machen ich will den slam haben was müssen wir das machen ich meine b und runter b und runter ist das leben jetzt kannst du lernen das kannst du lernen das kannst du lernen das kannst du lernen das ist eine wrestling moves aus hast du eine lösung gefunden dass du den ziegenflug zuverlässig einsetzen kannst weil das wird später schon wichtig ich weiß wie der funktioniert aber in der praxis will der nicht immer wie ich will es muss klappen hier geht es links weiter und hoch weiter ich hoffe dass das der bonus umweg ist eher für eine neue kiste ach du meine güte das sieht nach einer weiteren sprunganlage aus wegen sich andersrum die gehen einfach ganz normal weiter hallo jetzt fährt das ding runter hier müssen wir auf zeit nach oben kommen links rechts zick zack ich habe jetzt das chicken wieder hier 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 ich sehe es kommen hier 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 Ah, das wird herrlich hier. Dann gönn dir doch morgen und Sonntag eine Pause und mach Mittwoch weiter. Nee, nee, nee. Wir spielen uns auf jeden Fall fertig. Ich will ein Spiel fertig haben, bevor wir was Neues machen. Mit Pausen fangen wir nicht an. So weit kommt's noch. Nee, nee. Und ich glaube nicht, dass es besser wird. Es gibt einen Grund, weswegen ich keine Jump'n'Runs spiele. Das ist halt, weil ich das nicht so gut kann. Ich weiß, ihr werdet es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Es ist fast geschafft. Man muss hier halt so viel umgreifen auf dem Joystick. Das ist ein bisschen gemein. Wir waren fast da. Wir waren fast da. So knapp gewesen. Es war wieder knapp, ja. Das war, wenn die zu oft vorkommen. Man muss halt wirklich hier ziemlich viele Knöpfchen wechseln. Und ich halt für jemanden, der sowas nicht so gut gewohnt ist, ist das ziemlich schwierig. Weil grundsätzlich ist das gar nicht so wahnsinnig schwierig. Aber wie gesagt, für jemanden... Man muss ja auch viele, viele Sachen konzentrieren. Und... Ja... Jetzt kommt noch hinzu mit dem Umschalten, quasi Dimensionsumschalten. Das wäre es auch noch, dass diese Zahnräder hoch und runter fahren. Weil die Griffe alleine für das Bewegen wären dann noch irgendwie okay. Aber dann dazu die Zahnräder. Das ist hier der lustige Kick in dem Level. Und der ist hier ein etwas heftiger Kick. Bisa, Pokémon ist in Gefahr. Ja, ich kann es wahrscheinlich nicht verhindern, weil... Das heute sollte der finale Stream sein, aber ich kriege es wahrscheinlich nicht fertig. Was auch daran liegt, dass ich zu viel Bonuskisten gemacht habe. Da hätte ich mich zurückhalten sollen. Aber ich wollte es halt richtig machen. Nicht so halbe Geschichten. Und immer der Sprung nach links rüber. Von links nach rechts geht, aber von rechts nach links. Das ist immer extra schwierig. Deswegen sagen wir mal das Gefühl, vielleicht ist es der Joypad. Müssen wir den anderen ausprobieren. Ich habe den Playstation-Controller doppelt. Deswegen... Vielleicht hat der so eine kleine Macke an der Stelle. Das würde es nämlich auch noch ein bisschen schwerer machen. Ich meine, manchmal funktioniert es ja. Wir sind wieder an der richtigen Stelle. Jetzt müssen wir noch einmal das richtig machen. Dann brauchen wir die nächsten zwei Stunden einen Speedrun. Der wird nicht kommen. Dann müssen wir noch mehr an deritenden didn't condemn. Dann müssen wir noch ein bisschen was. Dann müssen wir noch ein bisschen was. Oh, wir sind noch ein paarizen. Dann müssen wir uns damit machen. Das war's für heute. Okay, wieder die Stelle. Das sieht so gut aus. Das sieht... Okay. Ja, Hans. Also Speedrun incoming? Vielleicht. Ja, Mann. Aber noch mehr von den Rätseln und ich raste aus. Wo ist hier? Es geht nach links weiter. Nach rechts. So, und von hier aus hoch. Ne, hier kamen wir her, ne? Ne, wir müssen den Schalter drücken. Wir müssen den Schalter drücken. Hier geht's weiter, ja. Wir nähern uns dem Ziel, aber. Hm, ich mag nichts, wenn du langsam verzweifelst. Ich mag nicht, wenn du langsam verzweifelst. Glaub an das Herz der Avocado. Und du schaffst das. Yes! Avocado ist super lecker. Ah, ist auch auf Zeit. Da kommt noch ein Gitterchen. Aber gut, wir kennen die Mechanik inzwischen. Das heißt, eigentlich halb so wild. Team Grünknopf. Guck mal, das hier klappt immer besser. Guck mal, es geht weiter. Das fährt zur Seite. Oh, es kommt direkt neu. Das heißt, wir müssen runter. Und da runter. Oh, wir müssen hier einen Walljump wieder machen. Was? Geht doch gar nicht. Lava muss hoch. Wir müssen nach oben hin. Ach, das ist das Sprunggräsel von früher. Im Grunde jetzt noch in extra schön. Mit ein bisschen Lava-Spaß. Ich liebe das. Dieser Bereich hier ist köstlich. Mal gucken, ob die anderen kommenden Bereiche genauso wunderschön werden. Ich merke schon richtig. Das ist für mich richtig, richtig spaßig, wenn hier mehrere Sachen zusammenkommen. Also nicht nur hier ein bisschen springen und sowas, sondern einfach noch dazu dieser Dimensionswechsel. Der Dimensionswechsel ist wirklich, wirklich krass. Man denkt so, das geht doch bestimmt. Ich habe ja nicht mal genug Zeit. Das Ding schraubt sich weiter. Hm. Ich habe vergessen, umzuschalten, ja. Oder zu springen. Klappt dieser hohe Sprung nur dann, wenn du an einer Wand bist? Hm. Hoher Sprung. Ich kann die Wand hochgleiten. Ich habe einen normalen Doppelsprung. Und ich habe diesen Powersprung. Die kann ich kombinieren. Also mit Schlag, ne. Also einmal normaler Sprung. Den habe ich zweimal. Diesen Powerschlag kann ich einmal nach schräg oben machen. Und einmal zur Seite. Und im Grunde auch einmal nach unten. Und ich kann die Wand hochgleiten. Oder ich kann von links nach rechts bei Wänden fliegen. Das sind alle Sachen, die ich habe. Könnte es vielleicht klappen. Ja, hoher Sprung. Wir müssen springen. Aber diese Säule ist an der gleichen Position immer. Wo die Säule genau ist, ist ein bisschen schwer zu bestimmen. Na, wenn ich unten bin, dann muss ich die Säule nutzen, wie sie gerade ist. Aber man sieht ja nicht so richtig gut, wo die gerade ist. Ich vergesse wieder umzuschalten. Man hat ein bisschen Zeitdruck. Und dann unter Zeitdruck noch zu überlegen, springe ich jetzt, schalte ich jetzt die Dimensionen um. Oder was mache ich jetzt Lustiges. Und ja, das ist für mich ein bisschen heftiger. Dabei sind es eigentlich nur drei Tasten. Springen, Dimensionen umschalten und laufen. Hätte ich ein Stück höher gemusst. Ich glaube, ich muss das ganze Ding aber schneller durchlaufen. Und dann klappt das. Aber nee, das fährt erstmal runter. Die Säule fährt erstmal runter. Das heißt, im Grunde sollte ich erstmal warten. So, jetzt ist es glaube ich gut. So, und jetzt gehen wir runter. Oh, das ist ziemlich hoch. Falschen Knopf gedrückt. Es ist jetzt wieder einer von den vielen, vielen Knöpfchen. Viel Spaß noch. Gute Nacht. Ich bin heute ziemlich K.O. Castanero. Dann schlaf schön. Träume was schön ist. Und dann gerne bis morgen. Morgen eventuell Finale von Guacamole. Das war ja die Chance, dass auch morgen eventuell Pokémon kommt. Der fährt runter jetzt gerade. Das war's. Das schaffst du. Ich denke schon. Aber es ist eine Frage von wann. Und ich hätte es gerne heute geschafft. Oder das Rätsel hier. Möglichst in fünf Minütchen. Aber ich muss auf jeden Fall unten diesen Stein erwischen, während er hoch schwebt. Das ist wichtig. Das war wieder eine Runterfahrphase. Warte mal. Das heißt, ich warte hier. Schiebe ein bisschen hin und her. Jetzt fährt er hoch. Er fährt jetzt wieder runter. Ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Mach den Ziegenanstieg an der Säule. Ach so. Das geht hier auch. Uh. Das macht das Rätsel dann ziemlich einfach, wenn die Säule hochgefahren ist. Ah. Ja, die fährt nicht ganz hoch. Und die fährt nicht komplett hoch. Das ist das Höchste. Ach du meine Güte. Das ist der ultra easy Weg. Delti. Das war gut. Mal schauen. Heißt dieser hohe Sprung Ziegenanstieg. Das ist das, wenn du an der Wand hochgleiten kannst. An der Wand hochgleiten. Das muss aber eine gerade Wand sein. Keine diagonale Wand. Unter mir ist die Wand diagonal nach unten. Über mir könnte ich hochgleiten. Dafür muss ich an der Wand kleben. Dann kann ich geradeaus einfach so beliebig hochgehen. Ja. Das geht auch. Und das unten ging. Ich hatte ein bisschen Schwung gehabt. Da bin ich ein bisschen hochgeflogen. Und dann mit dem Powerschlag nach oben konnte ich hoch genug kommen. Na, das war der Trick hier. Okay. Wo kommst du denn her? Noch einer. Noch einer. Oh, Mann. Ich ignoriere die, oder? Die ignorieren das nicht so gut. Die machen ein Aua. Okay. Das ist wieder eine spaßige Stelle. Jetzt kommt der erste jetzt schon. Da ist er. Oder spämen die auch irgendwie nach? Was lockt die hervor? Das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt die Wrestling-Moves auszuprobieren. Ich sollte es nicht an der Stelle probieren. Vielleicht kannst du hier von links mit dem Ziegenflug kommen. Das ginge nur da. Achso, von hier aus geht das. Ja, von hier muss man das machen. Ich habe hier geguckt und hier war keine gerade Wand. Was muss man von hier aus machen? Ja, ja. Jetzt muss mir ja jetzt schon die Lösungen für alles sagen. Das ist es hier. Das Ganze machen wir nochmal zurück. Dann haben wir alle besiegt. Ja, ich würde gerne auch den Flug machen. Das ist ein bisschen Gespamme von Gegnern. Aber ja, Easy-Mode ist von hier. Und das Lustige ist, ich habe an den Schlag auch gedacht. Allerdings aus der schrägen Wand ging das nicht. Aber ihr habt recht gehabt. Hier ging das. Und beim letzten Gegner. Aber das ist jetzt auch ein bisschen blöder Kampf. Es ist Gespamme. Man sieht kaum, wo man steht. Das ist einfach hier die pure Masse an Gegnern. Was hier übrigens lustig ist, wir hatten ja unter uns noch diesen Laser. Und der kommt hoch. Wir kommen jetzt nicht hoch. Vorhin kamen die hoch, waren ultra nervig. Die Magier sind sozusagen die obligatorischen nervigen Bogenschützen, die in keinem Spiel fehlen dürfen. Also auf so engem Raum ist das wirklich schlimm. Und ja, die Magier spammen halt die Milliarden Monster da. So, Magier ist put. Aber die kommen nicht mehr hoch, ne? Die kleinen Cheater hier. Junge, Junge, Junge. So enger Raum, so viele nervige Gegner. Es ist... Es ist eine Freude. Der lustige Rätselspaß mit den Sägeblättern geht weiter. Und wie geht's hier unten weiter? Wir müssen uns in das Wienchen verwandeln. Wir müssen uns in das Wienchen verwandeln. Und rechts oben ist der Ausgang, ne? Und rechts oben ist der Ausgang, ne? Aber es ist eigentlich ein schönes Rätsel, ne? Im Grunde ist es wirklich richtig schön gemacht. Man darf nur nicht die Nerven verlieren. Es gibt sogar einen Speicherpunkt hier unten. Guck mal, wie lieb die eigentlich sind. Eigentlich meint es das Spiel mit uns ganz gut. Man muss nur die Geduld haben. Ich weiß nicht, ob die Stacheln mich von links treffen können oder nicht. Ich weiß nicht, ob die Stacheln sich von links treffen. Ich weiß nicht, ob die Stacheln sich von links geben. Und hier sind wir oben. Man soll sich an der Wand runtergleiten und rechts rüber. Ganz vorsichtig. Wie, das ist ein Boss-Arena-Kampf hier. Hier haben wir den Kampf. Gut. Welchen haben wir hier? Bomben! Was? Was? Wie komme ich da hoch? Ich muss also alle wieder wegkloppen. Also auf Zeit, Spaß! Jetzt nur noch hoch. Okay, Phase 1. Das war's sogar. Das war ganz gut machbar. Die Kämpfe sind besser als die Rätsel-Level. Mal gucken, wie viel Geld wir kriegen können. Wir sind jetzt bei 9.936. Ob es über 10.000 geht oder nicht. Achso, Level-technisch. Keine Tour verpasst, ne? Ne, sehr gut. Wir sind fast wieder hier beim Hauptgang. Nur noch einmal hier runter. Ja, das ist die schwierigste Stelle im Spiel hier. Einfach mal geradeaus runtergehen, an der Wand kleben und einfach nur rüber gleiten. Aber ich schaff's da kaputt zu gehen. Aber hier geht's auch runter. Runter ist der Weg zurück, wo wir waren. Wir müssen hier hoch. Cash. Wir sind noch nicht bei 10.000. safe. Knöpfchen drücken. Oh, wir gehen die Etage weiter hoch. Es wird noch abgehen. Gut. Chicken-Level. Irgendwie die Chicken-Level sind ein bisschen schöner. Aber gleich kommen auch ganz fiese bestimmt wieder, ne? Ich hätte nichts gesagt. Oh. Wir werden zum großen Chicken. Oh. Best-Level mag ich. So macht das Spiel Spaß. Das ist ein gutes Spiel. Das ist so mein Level vom Spiel. Mit dem Chicken die gute Musik genießen. Es ist fantastisch. Das ist so dein ist groß. Ja. Mehr Gegner. Ja, das ist ein gutes Level jetzt gerade. Noch ein Bosskampf? Hol die Bosse hier raus. Mit Mega-Chicken mache ich sie alle weg. Das ist eine wunderschöne Party. Und der Bildschirm ist so schön voll. Habe ich gerade noch gemeckert, dass der Bildschirm zu voll war. Jetzt ist der Bildschirm genau richtig gefüllt. Oh nein, Party ist vorbei. Wir haben 23.000 Geld. Wir haben also jetzt ungefähr 14.000 gekriegt. Also 13.000 und irgendwas. Oh, die blaue Feder, bestes Item hier. Cool Riesenhuhn, es ist wunderschön. So sollte das Spiel die ganze Zeit sein. Nein, da wäre es ja keine Challenge mehr. Aber das ist hier, oh, zum Aufmuntern nach harten Leveln ist das fantastisch. Und wir haben hier ein bisschen Storytime. Wir haben den bösen Geier und sein Scheussal in die Enge getrieben. Aber die uralte Waffe wurde verlegt. Ohne die uralte Waffe kann der Sieg nicht errungen werden. Vielleicht ist sie in einem der vorherigen Räume heruntergefallen. Hast du vielleicht irgendwo eine große Feder gesehen, die all jenen, die sie berühren, enorme Kräfte verleiht? Oh, du hast die uralte Waffe gefunden? Oh, du hast sie bereits benutzt? Oh. Nun, äh, wir haben sie umzingelt. Hierdurch, dieses Loch bitte. Ja, jetzt kommt der Boss und wir haben keine Feder mehr. Wir können auch da lang gehen. Furchtloser Auserwählter, du bist verwirrt. Der Vogel, der nicht genannt werden darf, ist gleich hinter diesem Loch. Ich will aber da lang. Gut, wir dürfen nur hier lang gehen. Was wäre denn rechts von uns? Rechts von uns wäre der Weg, der weiterführt. Ja. Wo sind wir jetzt? Neue Dimension. Keine Karte verfügbar. Ja, perfekt. Aber wir können kurz shoppen, ne? Wir können Fähigkeiten shoppen. Wir haben ja so viel Geld. Ich weiß eh nicht, wohin mit dem Geld. Dann können wir ruhig hierfür das Geld ausgeben. Oder Chicken haben wir noch nicht gekauft. Oh, wir haben das noch nicht gekauft. Das Gegner explodieren. Weil Gegner sollen explodieren. Das gehört sich so. Hier sparen wir ein bisschen Ausdauer in Zukunft. Und jetzt haben wir noch Geld, dass das endlich fertig wird. Megaslam. Weiter geht's. Der schicke Hahn ist echt sympa. Der ist wunderschön. Das sollte der Stammgast sein. Huch. Kaktusfreund. Oh. Moment mal. Wie bist du hierher gekommen? Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, wo hier ist. Oder wer du bist. Ich glaube, wir sind bei der letzten Kreuzung falsch abgebogen. Bevor du anfängst, dein X auf uns zu spammen, es ist mir ziemlich Wumpe, was dieser Teufel Salvador vorhat. Aber er hilft mir dabei, den Hühner Illuminati 1 auszuwischen. Wenn du ihn also aufhältst, verdürbst du mir auch meine Pläne. Kaktuardo, trägst du immer noch das goldene Ei in deinem Bauch? Barock. Gut, gut. Wir müssen es sicher verwahren. Arrrr. Ja, da diese Leute uns das goldene Ei rauben wollen, müssen wir sie bezwingen. Arrrr. Haha, ja, tun wir es lieber schnell, damit wir von diesem verfluchten Ort verschwinden können. Okay, Zob gegen Kaktuardo. Autsch. Er ist gelb, ne? Das heißt, ich muss auf ihn. Der ist aber nicht so schlecht. Aber jetzt teilen wir auch ein bisschen aus. Aber der hat paar Moves, ne? Der macht hier schon... Der macht kleine Kombos. Aber die kennen wir auch. Und jetzt ist Kaktuardo-Freund da. Nein, Stachel! Stachel des Todes aus allen Richtungen. Und er hat auch Stachel. Ich kann dich treffen. What? Ich will das große, blaue Huhn wiederhaben. Kaktuardo, trägst du immer noch das goldene Ei in deinem Bauch. Okay, das hatten wir gerade gehabt. Ja, so gefällt es mir besser. Guck mal, instant besiegt. Aber den Kaktus-Freund, wie kriege ich den weg? Ich muss den oben treffen wahrscheinlich, ne? Aber den zu treffen, ist nicht so einfach. Kann ich durchrollen? Stachel. Die irritieren den Kaktus, das ist gut. Ich muss immer auf die andere Seite rüber. Aber so besiegen wir ihn halt nicht, sondern nur... Pik, 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 pik. Macht keinen Schaden, ne? So machen wir auch keinen Schaden. Ich muss echt auf seinen Kopf drauf, irgendwie. Und den einen Typen auf den Kopf treffen. Wenn ich zweimal hochfliege, komme ich auf seine Höhe. Mal mit dem Huhn, ging es einfach einfach an. Hier mit dem Papagei, Pelikan. Was auch immer das ist. Lass mich auch mal zuschlagen. Ja, so ist es schöner. Ja, und da ist der doofe Kaktus wieder. Ich meine, wir können schon mal ausweichen. Ich muss nur gucken, wann wir da hoch springen können. Vielleicht jetzt? Ne, ich treffe mal gegen die Stachel. Der hat ja die Stachel bis nach oben hin. Das ist so fies. Ich muss noch von weiter weg kommen. Von ganz hier hinten. Ich kann halt nur schräg hochfliegen. Das ist so klein wenig erschwerend. Dann von hier aus. Das war jetzt fast richtig wahrscheinlich. Ich treffe den nicht, den Heini. Haben wir noch andere Attacken? Wir können schräg hoch. Wir können unten. Ja, wir haben den Nahkampfpiker. Das reicht irgendwie nicht ganz. Weil bei uns der Krankenstand bei über 60% ist, habe ich mich doch erbarmt und mache morgen mal eine Zusatzschicht von 8 bis 11 Uhr. Darum sage ich, gute Nacht. Mach sie alle fertig. Spring um dein Leben. Und bis morgen. Steffi, schlaf schön. Träumen euch schönes. Und ja, morgen wahrscheinlich Guacamole. Weil ich befürchte, wir schaffen es nicht in einer Stunde durch. Wahrscheinlich schaffen wir gerade in einer Stunde hier das Höllenlevel. Was wirklich Hölle, Hölle, Hölle ist. Und morgen das große Finale. Ah, lol. Genau, jetzt kommt Kramorx. Passend zu dem Vogel. Läuft. Läuft. Ich habe immer noch keinen Plan, wie wir den besiegen. Bzw. ich habe eine Idee, dass wir auf dem Kopf den treffen müssen. Aber Steffi, schlaf schön. Träumen schönes. Wir müssen aber auch auf dem Kopf hoch. Aber ich habe eigentlich nur die Attackenmöglichkeit mit dem schrägen Attackenangriff hoch. Und er ist ziemlich flott hier. Wenn er mal kurz irgendwo steht, dass wir angreifen können, dann ist er einfach viel schneller als wir. Und er geht runter und macht sofort den Folgeangriff. Das ist super, super fies. Jetzt haben wir ihn endlich mal erwischt. Wenn er auch mal kurz am Boden liegt, dann können wir auch draufhauen und den fast erledigen. Aber da habe ich hier keine Energie mehr. Da ist der Kaktusfreund. Ich muss von der breiteren Seite auf ihn drauf. Das heißt, ich brauche eh die andere Seite. Diese hier. Und jetzt eins, zwei hoch und... Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir ihn treffen könnten. Wir haben hier mit dem hier keine so Gleitattacken oder sowas. Und noch weiter weg. Eins, zwei und... Also andere Dimensionen. Gibt es hier was? Nee. Und der Dimension hat den gleichen Quatsch. Ich kann dir einen Tipp geben. Wenn du möchtest, hau raus den Tipp. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung, wie der gehen soll. Okay, ich weiche aus. Sobald ich merke, dass der angreift. Der macht das so als Follow-up. Man kann nämlich mal ausweichen. Da ist der Kaktusfreund. Das kann doch von der Seite hier gehen. Aber selbst da kriege ich es nicht hin. Mal ein bisschen auf die Stachel irgendwie. Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Der macht ja auch keine anderen Attacken. Der macht den Stampfer. Oder wenn er einen Stampfer macht, von unten angreifen. Das könnte noch funktionieren. Nee, geht auch nicht. Er hat von unten halt auch Stampfer. Von unten sind auch Pixies. Keine Ahnung. Der Vogel macht dir erst Schaden, dass du schneller stirbst. Ja, der Vogel ist am Anfang super nervig. Aber den kriegen wir hin. Wir haben jetzt genug Energie übrig. Nur beim Kaktus. Ich habe keine Stelle, wo ich den gut angreifen kann. Und den Kopf treffe ich einfach nicht. Ich komme nicht hoch genug. Oder komme ich hier an der Wand hoch? Nee. Mir fehlt ja hier die Fähigkeit zum Hochgleiten. Das Huhn hat nicht die Fähigkeiten, die jetzt unser Kerl hat. Oh, wir können ja in den Kerl verwandeln. Ach du meine Güte. Warte mal. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Wir können von oben mit dem Seitwärtsangriff arbeiten, wenn wir den Kerl haben. Aber man muss den Vogel genau treffen, wahrscheinlich. Ja, genau treffen. Ich habe vergessen, dass wir uns verwandeln können. Wie gesagt, es gibt hier so viele Moves. Das ist zu niedrig. Das ist es. Oh, wir haben das Chicken. Was hältst du los? Ah, jetzt können wir den verklopfen. Jetzt müssen wir Captain Cactus besiegen. Oh nein, er ist verwandelt. Das war es schon. Ich habe es. Ich habe es raus. Okay. Also es passt. Wenn du den Vogel auf dem Kaktus treffen möchtest, mach den Ziegenflug in menschlicher Gestalt, wenn der Kaktus keine Stacheln hat. Habe ich gemacht. Warte mal, jetzt ärgert es mich. Jetzt habe ich gesagt, ich soll es mir verraten. Genau in dem Moment habe ich es rausgefunden. Wobei die Stacheln sind egal. Du musst nur aufpassen, dass du ihn nicht berührst. Treffen nur den Vogel erstmal. Habe ich es gemacht. Bevor ich es gelesen habe. Das heißt, ich bin ein bisschen stolz. Ich habe es noch selber rausgefunden. Aber ja. Er stand im Chat wahrscheinlich rechtzeitig. Da ist er. Jetzt nehmen wir unseren Kerl. Und... Oh, guck mal hier. Instant Kill. Wobei die Drachis kommen, ist Feierabend. Oh Mann, der Kampf wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Die verlieren unglaublich wenig Energie. Okay, Drachis sind da. Und das ist immer ein Moment, wenn man aufhören sollte. Okay. Hier darf ich mal aufstehen und zwischendurch auch mal kloppen. Nur so mal ein bisschen. Ja, da sieht schon besser aus. Auch Vögelchen macht lustige Sachen. grüner Angriff. Und jetzt ist er auch noch Team Grün. Du bist nicht Team Grün. Du bist ein Frechdachs hier. Und das war ein roter Punch. GKO! Brauch Energie. Das war ein wunderschöner blauer Punch. Das übrigens auch. Noch einer. Noch einer. Und Kaktusfreund ist da. Oh, mit Stacheln. Nein. Das ist kein ganz kurzer Kampf. Meine Energie ist nicht mehr so gut. Das wird ziemlich knapp. Ja, zuerst keine Energie mehr. Ich habe keine Energie mehr. Das ist kein einfacher Kampf. Das ist ein ordentlicher Bosskampf. Ich habe gehört, nach dem Kampf gibt es erstmal gegrilltes Hähnchen mit Nopal-Salat. Hätte ich mir verdient. Das hätten wir uns auf jeden Fall verdient. Aber es ist eigentlich ein schöner Kampf. Der Kampf ist eigentlich schön. Er hat halt relativ viele Phasen. Ich verfehle den Gegner hier einfach. Er trifft mich. Natürlich. Nicht abhauen, du Cheetah. Und da brauchen wir unseren Luca-Freund. War first try direkt hier weggebrutzelt. Und weiter geht's. Das war ziemlich kurz. Lass mich rüberrollen. Muss wieder hoch. Ist der jetzt einfach ausgewichen. Und wir knallen gegen die Stachel, die fieserweise auf beiden Seiten sind. Können die Stachel mal weggehen? Ich meine ja nur, ne? Ist ein bisschen unfair so. Yeah. Es ist halt nicht so einfach, die richtige Stelle zu treffen, wo der lustige Vogel gerade ist. Und das war die Regie. Okay, was haben wir jetzt? Kampf mit Vögelchen. Ich habe keine Energie mehr. Wann gebe mir Energie. Wann hat er Gold? Er hat Gold. Das heißt, wir brauchen jetzt das Chicken. Erstmal landen und jetzt den Schild wegmachen. So macht Spaß. Das ist jetzt wieder gut. Wie gesagt, wie hat er die Stachel gekriegt? Ah, es ist ein langer Kampf. Aber der ist zumindest irgendwie spaßig. Vielleicht kann man ihn auch schneller besiegen mit irgendetwas. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache es eigentlich schon richtig. Ich weiß nicht. Kaktus, ah. Ich leite die Panzerung erstmal. Ah, halbe Energie weg. Vögelchen, du bist zu niedrig. Ah, jetzt hüpft er auch noch hoch. Genau in dem Moment, wenn ich springe. Ja, ich habe der Versuch mit nix. Ja. Der Versuch war nix. Und das heißt, heute schaffen wir gerade mal die Hölle. Wir werden heute das Spiel wahrscheinlich nicht durchspielen, weil es fehlen immer noch zwei Gebiete. Ah. Aber das hier kriegen wir auf jeden Fall. Ich meine, den Weg haben wir jetzt gefunden, wie es ungefähr funktioniert. Ah. Also, den Kerl verwandeln. Ein bisschen hoch, ein bisschen schubsen. Und draufhauen. Ja, wir sind leider in den Stacheln drin, was ein bisschen gecheatet war von denen. Aber... So. Wieder hoch. Und Treffer. Ich werde immer noch so viel getroffen. Kann ich mal hier kurz aus der Ecke raus? Nein, Spiel sagt nein. Ich komme da nicht aus der Ecke raus. Jetzt darf ich. Ja, jetzt komme ich mal rüber. Das war's für den Versuch. Auf ein neues. Ich schaffe es auch nicht, dem ich auszuweichen, wenn er zweimal diesen schnellen Angriff da macht. Aber jetzt haben wir ihn wieder. Weil nach dem Schuss muss ich ihn mal angreifen. Ich kann dem Ding hier nicht ausweichen. Jetzt haben wir ihn. So, Kerl. Und... Darüber. Komm, er schlägt mich aus der Luft einfach raus. Okay, wir haben das. Das ist ein Chicken, aber trotzdem erwischt. Keine Energie. Und ein Chicken erwischt. Aber keine Energie. Boah, wieder hier erwischt. Das sieht ja jetzt beinahe gut aus. Keine Energie. Nein. Diese treffen nämlich ständig. Ich treffe das Chicken auch. Okay. Die finale Phase, wo das Chicken wieder aktiv ist. Diesmal haben wir gelb. Gelb ist Headbutt. Ich muss ihn mal kurz auf den Boden kriegen. Gut. Und Headbutt. Wir haben ihn. Wir sind auch in Headbutt. Wir sind auch in Headbutt. Wir sind auch in Headbutt. Okay, er war auch mal kurz dran. Kaktus-Freund. Ach, minimal. Ach komm. Das ist ein leicht unfairer Kampf, weil es ist wirklich ein langer Kampf. Mit so vielen Phasen. Das Vögelchen ist irre schnell. Schau, das war die Angriff-Phase. Okay. Kerl. Das war die Angriff-Phase. Ja, Harmy. Ich habe ihr in der Luft immer getroffen. Oh Gott, ich habe es auch wieder getroffen. Nächste Phase. Oh, ähm. Was war das nochmal? Das war Chicken, ne? Hier muss Chicken angreifen. Das ist Grün. Grün ist Team Grün. Team Grün. Team Grün. Da muss ich ihn am Boden erstmal runterkriegen. Und jetzt ist er am Boden. Er trifft mich natürlich, ganz klar. Der Kampf ist echt hier ziemlich, ziemlich lang. Und wir haben dann mitten im Kampf keine Heilungsmöglichkeiten. Also kaum. Ob schwierig noch mehr, weniger wahrscheinlich. Weil ihr habt ja gesagt, auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad gibt es gar keine Heilung. Diese schnelle Attacke, diese zweite, ne? Der auszuweichen ist, ist praktisch unmöglich. Oh, wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn erwischt. Oh. Kommt der Kaktus? Ja, er hat mich getroffen. Oh. Nach diesem Schuss, das ist die beste Möglichkeit, ihn zu treffen. Okay, wir haben den Kaktus. Er hüpft genau dann hoch. Okay, Vögelchen sind da. Und jetzt passiert ja auch einiges auf dem Bildschirm. Das ist ja auch tricky hier. Wenn die kleinen Drachis da sind. Wir haben ihn. Gut, andere Phase. Welche Farbe haben wir diesmal? Keine Farbe. Grün. Das ist Team Grün. Er ist am Boden. Sehr gut. Das heißt, jetzt kann er ein bisschen Haue kriegen. So schnell attacken. Wer fehlt? Nein! Und da ist der Große wieder. Die treffen mich natürlich in der Luft wieder. Wie immer. Okay, was habe ich gesehen hier? Kati hat erneut abonniert. Im elften Monat. Dankeschön. Danke, danke für die so lange Treue hier. Fast das erste Jahr geschafft. Dankeschön. Dann weiterhin viel Spaß mit den schönen Emotes, Werbefreiheit und hier meinem kleinen Spaß hier. Ich zögere jedes Spiel raus maximal. Im schwierigen Modus gibt er schon die KP-Regeneration als Fähigkeit, aber ich glaube, du kriegst keine KP's, wenn du Gegner besiegst. Ah, was ist das für ein Geräusch? Das ist das Spiel. Das sollte das Spiel sein. Oh lol, das Geräusch kommt aus meinem Spiel. Nevermind. Spiel sind was nebenbei. Okay, dann viel, viel Spaß dabei. Und ihr habt ein wildes Loturzel auch noch hier im Chat. Gönnt euch das auch noch. Ich gönne mir inzwischen hier diesen wunderschönen Boss. Und der einfach viel zu viele Lebenspunkte hat. Und zu viele Begleiter-Drachis, die ihm immer helfen. Das ist aber Cheater. Das ist mir das ein guter Anfang. Wir haben das Vögelchen direkt erwischt. Können dem schönen Schaden machen. Ausgewichen. Ausgewichen. Schuss ist gut. Jetzt kriegen wir ihn runter. Und okay. Kerl. Schubsen. Schubsen hat bedingt gut geklappt. Also das andere gut. Das war es gut. Ich lasse mich auch immer treffen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Milliarden Treffern hier ausweichen soll. Und dann auch noch hier Drachifreunde. Ich stecke hier viel zu viele Treffer ein. Okay, was haben wir jetzt? Es ist ungefärbt. Ungefärbt ist am besten. Es ist gelb. Gelb ist Headbutt. Headbutt. Oh, noch ein Headbutt. Ich fliege aber trotzdem in die Stachel rein, weil es ein bisschen doof ist. Und die Stachelfreunde ist wieder aktiv. Wir müssen wieder hoch. Aber energietechnisch sieht es gerade ein klein wenig besser aus. Oh nein, irgendwas Neues. Sag bloß, wir haben es geschafft. Halleluja. Aha, Lucador. Was für ein tapferer Versuch. Aber jetzt steckst du wirklich in Schwierigkeiten, denn Cactuardo ist gerade erst warm geworden. Cactuardo, schnapp dir den Narr. Plus zwei Zoub zerfetzt. Oh, Achievement. Stacheliges Vergnügen. Okay. Dem Himmel sei Dank. Wir haben das goldene Ei zurückgewonnen. Das goldene Ei. Lucador, wenn das... 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 Das ist nichts. Wahrscheinlich nur ein Kratzer. Neuer Skill? Achievement. Eine weniger schließe eine geheime, kostbarer Schlüsselherausforderung ab. Das... Das Ei hat dich auserkoren. Es hat dir ein Fragment des kostbaren Schlüssels gegeben. Auserwählter. Könntest du der eine sein, der die Fragmente des Schlüssels finden wird? Jener, der den kostbaren Schlüssel zusammensetzt, wird die wichtige Tür öffnen. Wir haben schon eine Position gefunden für so einen wichtigen Schlüssel, aber einfach so eine Story zu kriegen? Interessant. Alle verbeugen sich hier vor dem großen Lucador. Wir verneigen uns vor dir aus, Erwählter, denn wir sind es nicht wert, in dein Antlitz zu blicken. Ja, ich bin damit einverstanden. Haben wir genug irgendwie... Ne, nicht wirklich. Keine neuen Fähigkeiten. Nein. Okay. Wir sind stark und kräftig. Jetzt gibt es ein wenig Geflügel mit einem mächtigen Kaktussalat. Ja. Der Kampf war ein bisschen anstrengend. Aber hier waren wir aber gerade. Gehen wir zurück. Inferno. Und jetzt nach rechts. Jetzt dürfen wir weitergehen. Die fünf Schlüssel und die anschließende Feuerprobe sind richtig hart. Den einen Schlüssel haben wir gefunden. Der war auf der Karte. Das war hier. Hier, wo es rechts weitergeht. Das war der Schlüsselweg. Und ich glaube, jetzt mit den neuen Fähigkeiten ging es vielleicht weiter. Aber das sah schon übel aus. Das sah ziemlich übel aus. Deswegen habe ich es uns eingelassen erst mal. Aber da müssen wir nochmal hingehen. Irgendwann mal. Erstmal hier Kisten mitnehmen. Und hochgehen. Hochgehen. Das andere hochgehen. Hier hin. Hier geht es noch höher. Gut. Und da sind unsere fleißigen Bauarbeiter. Oh, du bist es wieder. Der Aufzugsschacht führt wohl nicht drum herum. Tja Kumpel. Mal gewinnt man, mal verliert man. Du kannst ruhig vorbei, wenn du möchtest. Mach dich darauf gefasst von dem Wunderwerk der Technik, das wir hier geschaffen haben, überwältigt zu werden. Und Lizlis hat auch abonniert im 15. Monat. Lizlis, besten Dank. Auch dir viel, viel Spaß mit den schönen Emotes, der extra Werbefreiheit. Und hier heute extra langes Guacamole. Guacamole. Dankeschön. So, wir sind hier. Rechts von uns ist eine Kiste. Können wir uns die Kiste jetzt abholen, weil wir irgendwie coole neue Skills haben. Mal schauen. Inferno. Das ist über uns wahrscheinlich, ne? Wir sind schon freigelaufen. Das ist oben über uns. Wir müssen einfach irgendwie hochkommen. Und wenn wir irgendwie hochkommen, dann kriegen wir das vielleicht hier. Mit Flug. Oh, ist das so schön einfach bedient. Aber es ist leider nur Geld. Und Geld haben wir eigentlich genug. Wir haben ja schon fast alles gekauft, was man kaufen kann. Weiter geht's. Okay, das sieht nicht so schwierig aus. Jo. Das gefällt mir. Ändert sich nicht in der Richtung. Okay. Das war ein schöner von Speicher zu Speicherpunkt. Lizlis, hey, hey. Ich hoffe, dass ihr auch einen schönen Tag gehabt habt. Ich habe mich heute ein bisschen gequält. Ich dachte, ich wäre schon längst ganz woanders. Weil wir wollten das Spiel heute fertig kriegen. Und ja, wir sind ein bisschen im Inferno-Gebiet hängen geblieben. Inferno hier. Und ja, wahrscheinlich gibt es morgen erst dann das große Finale im Tempel. Kein Kampf, oder? Kein Kampf. Wir müssen da hoch, ne? War da eine Kiste versteckt irgendwo? Scheinbar nicht. Dann geht's hier hoch. Und hier hoch. Ja, klar. Alles weg, klopp. Klopp den Kram weg. Und wir sind ganz weit hochgekommen. Nix verpasst, ne? Jetzt haben wir links die Story und rechts Chicken Power. Da müssen wir es heute eh nicht fertig schaffen. Komm, machen wir ein bisschen extra Chicken Power noch. Weil alle Fähigkeiten zu haben, ist, glaube ich, schon sehr, sehr schön. Ja, wir können hochfliegen. Okay. Die heilige Chicken Statue. Chicken, öffne dich. Kampfgebiet. Okay. Oh, oh, oh. Ähm, ja. So, was so passt. Ah. Da hat er angerufen. Okay, bisher ist ganz okay. Natürlich war es das nicht gewesen. Das wäre ja viel zu einfach. Ein bisschen, ein bisschen in Ordnung. Okay. Also mit Chicken Power gar kein Problem. Chicken Power hier, OP. Kommen wir da hoch? Ne. Das muss eben sein, sonst können wir es nicht benutzen. Nächster Kampf. Next Level. Der Erste ist fertig. Der Zweite ist fertig. Jetzt fehlen noch die unteren Freunde. Easy. Geht noch weiter. Nicht mehr easy. Jetzt easy wieder. Ja, manchmal kann es auch so einfach sein, aber es ist natürlich wie mein Drachis hier wieder. Aber das war ein schöner Kampf hier. Das ist ein guter Kampf. Das ist so mein Level. Ja, Tom Apero. Sehr schön. Das war ein guter Kampf. Schön. Deine Lieblingsgegner. Das waren alles gute Gegner. Die waren nicht fies. Es war ein bisschen Bombenspaß war dabei, aber alles auf einem sehr angenehmen Level. Es war eine recht anstrengende Woche. Es ging echt alles schief, was schief gehen konnte. Bin so froh, dass Wochenende ist. Ja, Wochenende ist sowieso beste. Wochenende ist immer beste. Also erhol dich schön von der anstrengenden Arbeit oder was auch immer alles schief gegangen ist. Und ja, wettertechnisch soll Wochenende, glaube ich, schön werden. Und dann hoffen wir das Beste. Oh. Nächster Kampf. Ja. Den haben wir drüben noch. Den Freund. Komm, benutzen wir mal hier diese Flipper-Funktion. Die Flipper-Funktion ist nicht so. Also jetzt gerade der harte Kampf und jetzt kommt der Easy-Modus ohne Ende. Weiter geht's. Und oben die coole neue Fähigkeit. Na, es ging schnell. Wahrscheinlich, dass wir diesen goldenen Angriff jetzt auch nicht nur auf unserer Ebene machen, sondern auch minimal Zeit versetzt oder Höhen versetzt. Würde ich vermuten, weil es war jetzt hier in dem Gebiet ein paar Mal gewesen. Da konnten wir nämlich nicht links und rechts gehen, weil die ja in der falschen Höhe waren. Na, das goldene Huhn. Am Wochenende soll es bei mir laut Wetterbericht nicht regnen. Ich bin gespannt. Ja. Also bei mir ist auch gutes Wetter angekündigt. Mal sehen. Vielleicht mache ich vormittags noch was Schönes. Mal gucken. Aber nachmittags gibt es eh das Bessere. Dann haben wir den Stream. Und darauf freue ich mich. Wobei, morgen Guacamole-Finale. Und ja. Ich hoffe, das Finale wird richtig cool und nicht zu schwierig. Mein Kater chillt bei mir. Der guckt mit. Dann muss ich mal der Katze Bescheid sagen. Hallo Katze. Ich hoffe, dir macht es auch Spaß. Wir sind hier gerade beim großen Finale und es ist großartig. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst jetzt B gedrückt halten, um ein Ei zu legen. Alles klar. Hühnerei. Huevo. Jetzt machen wir einen auf Yoshi. Was? Nein. Das Ei explodiert nicht. Nein. Du kannst es auch nicht werfen. Wozu es gut ist? Was ist das denn für eine Frage? Es ist ein Ei. Wenn das Wunder der Geburt nicht beeindruckend genug für dich ist, kannst du gleich gehen. Der Ausgang befindet sich hinter mir. Drücke B, um ein Ei zu legen. Wir können aber nur ein Ei legen. Ne, noch eins. Aber befruchtet sind sie nicht. Lege ein Dutzend Eier. Achievement. Wir haben ein Achievement gekriegt, dass wir ein Dutzend Eier gelegt haben. Ich weiß immer noch nicht, was man damit machen soll. Wir können ja auch noch mehr stapeln. Wenn jemand von euch Eier braucht, sagt Bescheid. Ich habe gerade ein paar übrig. Also eigentlich müssten wir das hier aufkriegen. Ne, das können wir ja schon längst machen. Das ist ja die goldene Attacke. Ach so, vielleicht ist das eine Heilung. Kann das sein, während wir so durchrauschen? Wir heilen uns hoch. Ich habe keine Ahnung. Hi mein Lieber, wie geht's dir? Geht's dir? Sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass ihr auch einen tollen Tag gehabt habt. Und auch viel Spaß. Wir spielen hier gerade Richtung Finale von Guacamelee 2. Aber als Finale werden wir heute wohl nicht ganz schaffen. Weil ich brauchte für den Höllenbereich ein klein wenig länger. Aber nur ein bisschen. Ja. Kannst du mal die Attacke machen? Das wäre richtig nett von dir. Genau die Attacke meinte ich. Spiegeleie lecker. Jahresvorrat an Spiegeleiern. Ich brauche Eier. Nee, für jeden eins. Da sind wir alle Eier. Mal gucken, ob wir Energie kriegen das dafür. Möchte ich die Eier angreifen? Nee, wir kriegen keine Energie. Ich habe keine Ahnung, was die Eier machen. Sie sind halt krass. Muss man wieder einkaufen? Ich habe leider auch vergessen, was die Eier bringen. Im ersten Teil konnten sie explodieren. Also hier explodieren sie irgendwie nicht. Oder vielleicht, wenn Gegner da sind. Momentan, wir machen eine Menge Eier und das war's dann. Ich esse momentan nahezu täglich Eier. Die Eier sind eigentlich auch lecker. Ja, also warum nicht? Und zum Backen sind die auch sehr schön. Diejenigen, die von euch viel backen, so all die Leckereien. Dafür sind Eier auch extremst gut. Okay, das Level war hier schön. Da kamen wir gut durch. Jetzt können wir hier weitergehen. Ja, wir müssen den Aufzug nach oben nehmen. Das sieht erst mal einfach aus. Aufzug wechseln. Oh, da müssen wir aber mit Schrägen machen. Mit schräger Polo-Fähigkeit. Er hat mich schon überfordert. Dann machen wir nochmal. Wieso kann ich den nicht? Das ist schräg hoch. Das kann ich doch. Ja, geht doch. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Okay, jetzt haben wir einen neuen Schwierigkeitsgrad. Bei genauer Überlegung, warum spielen wir den zweiten Teil eigentlich vor dem ersten? Ich habe den ersten Teil nicht. Den zweiten Teil habe ich. Der zweite wurde gewünscht. Und den ersten, ich habe ihn nicht. Allerdings, nachdem ich den zweiten Teil gespielt habe, habe ich schon Lust auf den ersten Teil. Weil der hat eine andere Story. Er soll einfacher sein. Das ist natürlich sehr sympathisch für mich. Aber ich glaube, momentan nach Guacamelee 2 machen wir erstmal eine kleine Metroidvania-Pause. Und dann vielleicht als nächstes wirklich mal ein richtiges Metroidvania-Metroid. Metroid Prime. Hast du mir ja damals empfohlen. Und ich glaube, das wäre eine gute Idee. Weil ich habe noch kein Metroid gespielt. Und das Original-Metroid von Metroidvania, das wäre nicht verkehrt. Aber jetzt, nachdem ich Hollow Knight und Guacamelee gespielt habe, glaube ich, fühle ich mich reif genug. Ich brauche nur eine Erholungszeit. Weil die Spiele sind großartig. Hollow Knight fantastisch. 10 von 10. Guacamelee auch 10 von 10. Halt ein bisschen anders als Hollow Knight. Aber beide sind super, super gut. Aber ich brauche eine Pause davon. Das ist für meine Nerven sehr, sehr anspruchsvoll. Und hier Multitasking. Hollow Knight hatte nicht so viele verschiedene Attacken gehabt, wie hier Guacamelee. Guacamelee eskaliert hier so richtig. Aber Hollow Knight war mit dem Schwertkampf so cool. Das ist so schön episch mittelalterlich. Aber hier haben wir dafür einen Huhn. Wir haben hier einen Huhn im Spiel. Huhn ist perfekt. Ich nutze Eiweiß, um Muskeln aufzubauen und abzunehmen. Und es funktioniert super. Okay. Aber ansonsten Eiergerichte sind auch viele sehr lecker. Also genieße es. Zum Backen wäre es Verschwendung. Für deftiges Essen sind sie gut. Verschwendung? Nein. Es gibt so viele Leckereien, die man mit Eiern machen kann. Im Grunde in fast jedem Teig kommen ja Eier rein. Man kann es ersetzen. Aber grundsätzlich ja. Eine Metroid Dread ist auch geil. Okay. Ja, Asura hat mir damals gesagt, wenn ich mit einem Metroid anfange, Metroid Prime wäre für einen Anfänger wie mich durchaus eine gute Option. Und ja. Ich muss mal gucken. Da kann man immer einen Vote später machen, wenn es uns soweit ist. Dann kann Asura so eine Liste machen. Oder ihr alle könnt sie machen. Und dann können wir abstimmen, was wir davon dann spielen. Das auf dem Gamecube oder das auf der Switch mit besserer Grafik. Ich kenne die Unterschiede nicht. Ich habe es ja nicht gespielt. Also das, was ihr sagt, das hole ich mir dann einfach. Wir können es auch auf der Switch holen. Das ist dann einfacher von der Bedienung her. Weil Gamecube aufbauen und sowas dauert immer ein bisschen. Und dann einfach, wenn es auf der Switch läuft, ist glaube ich das für mich sehr sympathisch. Dann muss Guacamelee perfekt für dich sein, weil du in Teil 2 durch den höheren Schwierigkeitsgrad fast perfekt trainiert wurdest. Nur die Wrestling-Attacken musst du noch üben. Metroid Dread sieht richtig gut aus. Mal schauen. Also Guacamelee, Hollow Knight, ich finde beide großartig. Extremst gut. Und ja. Wir machen jetzt mal weiter. Okay, mit Timing. Mit Timing. Jetzt habe ich ein Ei gelegt. Das Ei schwebt in der Luft. Die Eier haben einfach keinen Zweck. So kann ich die Attacke nicht mehr. Jetzt klappt das natürlich. Okay. Ihr musst die erste Bewegung machen, danach wegbeamen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich denke erst mal rechts rüber, follow und hoch fliegen. Und dann nochmal zweimal nach rechts oben. Was kann das hinhauen? Achso, fliegen wir mit A. Das sind die vielen Tasten. Es sind hier ein paar Tasten. Nochmal. So. Achso, genau. Was macht das hier? Nichts. Ich habe ein Ei geworfen. Ich weiß nicht warum. Wir können hochschweben. Die Taste, die Taste. Ein bisschen fliege, fliege. So. Können wir direkt hinfliegen? Nein. Wir brauchen. Okay, ich brauche mindestens einen Sprung für oben. Einen Sprung brauche ich für oben. Das heißt, ich muss hier mit einem Sprung durchkommen. So. Das war schon richtig. Das war richtig. Ich muss so den Poller oben noch richtig erwischen. Dann haben wir es. So. Und so haben wir es richtig geschafft. Hat gar nicht so lange gedauert. Metroid Prime hat ja auf beiden Konsolen einen Auftritt. Und deswegen. Auf der Switch kostet es auch nur 40. Okay. Wenn wir so weit sind. Ich glaube, das lohnt sich jetzt einmal auszugeben. Weil Metroid ist ein Spiel, das sollte man gespielt haben, glaube ich. Ja, Metroid Dread ist geil. Braucht aber auch schon so eine Woche, um es durchzuspielen. Und das ist ja nur gut. Wenn du eine Woche brauchst, brauche ich wahrscheinlich zwei Wochen mindestens. Und dann haben wir zwei Wochen was zu tun. Aber das ist eine überschaubare Zeit. Und das ist schön. Das ist eine schöne Zeit. Oh, Kisten. Und Herzchen. Noch ein Herzchen. Wir brauchen noch ein Herzchen. Wir brauchen noch ein Herzchen. Und wir sind wieder hier gelandet. Und hier unten. Das heißt, der Chicken-Bereich ist fertig. Ja, Bonus-Chicken-Bereich erledigt. Und 22,49. Ja. Ihr habt gesagt, diese Insel sei sehr kurz. Vielleicht machen wir die Insel noch. Und dann das große Finale mit dem Tempel. Das ist dann für morgen. Mal hier noch ein Stück runter. Oh. Unser Hühnchen-Freund. Und Isla Bonita. Wir sehen es schon. Es geht nicht wirklich lange. 10 bis 15 Stunden sollten es tun. Echt so kurz? 10 bis 15 für Metroid. Aber nicht 100%. Vielleicht 20, wenn man alles mitnehmen will. Ich hätte irgendwie gedacht, das wäre viel länger. Mit vielen Secrets und sowas. Die Emmys sind schon nervig, weil sie dich immer killen. Was sind Emmys? Das ist in Metroid irgendwas. Den kenne ich noch nicht. Und die Wand ist schon richtig. Jetzt suchst du nach dem Tempel der Schlange auserwählter. Direkt hinter diesem ungewöhnlich langen See findest du Isla Bonita. Überquere sie und du erreichst den Schlangentempel. Einen guten Flug. Ja, wir sollen rüberfliegen. Hier ist keine gerade Wand, das heißt... Oh, unten. Hier können wir mit dem Freund fliegen. Warum drücke ich das? So, wir fliegen. Fliege, fliege, fliege. Isla Bonita, dunkelste Zeitlinie. Findet den Weg zum Schlangentempel. Das Haus ist zu. Man lässt uns nicht rein. Okay, wir müssen drüber hüpfen. Mito, Faumito, Serpiente, Contra, Ocelet. Olox de la Muerte. Ihr habt keine Ahnung. Ich muss eine neue Sprache lernen. Wie schön es hier ist. Sieh dir nur den Wasserfall an. Wo ist ein Wasserfall? Na so, okay. Wenn die Welt nicht enden würde, wäre das der perfekte Urlaubsort. Der Schlangentempel müsste direkt hinter der Kirche sein. Na dann wollen wir mal. Die geheime Zutat für heilige Guacamole. Oh, Lucador. Du hattest sie die ganze Zeit vor Augen. Liebe. Natürlich. Reine, ungetrübte Liebe zu. Haha. Du hast mir wirklich geglaubt, oder? Mais, Lucador. Die geheime Zutat ist Mais. Darf ich dich hier irgendwo hinbringen? Meister. Nächstes Mal vielleicht, Kumpel. Bis später. Papa Chico. Und Papa Chico in Skelettform. Oh, das ist ein Mann. Anscheinend ist dieser Salvador eine echte Gefahr. Wie viel Schaden kann ein Mann schon anrichten? Ich glaube einiges. Oh nein. Der ist ja auch schon wieder da. Die Emi sind schon nervig. Hat schon viele Secrets? Okay. Metroid Dread ist aber auch eins der besten Metroids. Okay. Dann können wir uns schon mal auf die Liste packen. Das wäre doch interessant. Sandwich mit Avocado, Tomate und Margarita. Lass es dir schmecken. Avocado ist echt super lecker. Also wenn ihr noch nicht mal Avocado probiert habt, kauft es euch mal. Achtet drauf, dass es nicht zu hart oder zu weich ist. Am besten sogar nur mittel drin. Und dann ist es echt lecker. Man kann es einfach auslöffeln. Man kann den Würfel schneiden, den Salat rein tun. Es ist einfach fantastisch. Oder zerstampfen und daraus Guacamole machen. Mit bisschen Zwiebelchen. Sehr, sehr gut. Jetzt, da ich dir alles beigebracht habe, weiß ich. Jetzt, da ich dir alles beigebracht habe, was ich weiß, lehne ich mich zurück und lasse zu, dass die süße Leere mich verschlingt. Hoffentlich lebe ich noch lang genug, um das Geld der Versicherung für meine Kampf-Emporien einzusammeln. Kein Training mehr? Wir sind schon zu gut. Zu gut für dich. Ja, tatsächlich. Der ist überall noch vorhanden, aber wir können beim nächsten Mal lernen. Dann müssen wir weiter hochgehen. Einmal eine Wand kleben. Und weiter hoch. Ist da rechts ein Weg gewesen? In Fiano? Nee, links in Kisten. Links ist eine Kiste. Aber rechts nicht. Okay. Kostüm wechseln. Wir können mal gucken, wie viele Kostüme wir haben. Ich habe ein paar freigeschaltet. Das hatten wir schon. Das war auch schon. Das war auch. Das ist noch nicht freigeschaltet. Pinata haben wir. Interessant, haben wir den verpasst? Bei einigen Kisten haben wir übersprungen, weil es so ein schwieriges Rätsel war. Pinata haben wir. Wir haben ein El Portero. Wir haben ein Diablos-Anzug. Das ist noch gesperrt. Dann haben wir Polo-Lukador. Das sieht cool aus. Kauf erforderlich. Hier, das Krokodil hätte ich gerne. Das ist voll schön. Hier ist gesperrt. Das heißt gesperrt und Kauf erforderlich. Zwei gesperrte haben wir. Der Rest ist nur per Kauf. Also wieder hier Echtgeld-Shop. Aber ist egal. Man braucht den nicht wirklich. Das Spiel läuft ja so gut perfekt. Auch nö. Nicht der schon wieder. Was? Hab mir neulich zum allerersten Mal eine Avocado gekauft. Musst die noch probieren. Die halten relativ lange zu Hause, aber übertreibt es nicht. Also ne. Eine Woche kann man die, glaube ich, problemlos liegen lassen. Wenn es drüber wird, irgendwann wird die sehr weich oder so bräunlich. Dann irgendwann ist sie nicht mehr so toll. Aber einfach probieren. Ist echt lecker. Notfalls, was ich bei Kindern weiß, Kinder kann man das ein bisschen schmackhaft machen mit Ketchup. Oder so eine Art Ketchup-Soße, das reinfüllen ins Loch von der Avocado. Weil drin ist ja so eine schöne Kugel. Wenn es aufschneidet, aufpassen. Nicht, was er abrutscht mit dem Messer. Ja, und das Loch ein bisschen Ketchup reinfüllen. Dann freuen wir uns nicht. Aber Avocado, super gesund, super lecker. Ich mag sie. Story-Abschnitt. Ein Stückchen näher. Näher. Willkommen in unserer schönen Stadt. Jetzt mit 500% mehr gruseligen Wolken der Verdammnis. Ich sehe sie auf der Seite. Die Wolken der Verdammnis. So, wir können jetzt hoch und runter. Wir gehen zuerst runter. Wir haben Shava in dieser Stadt alle sehr geliebt. Wir haben ja nicht geahnt, dass er zu solch furchtbarer Zerstörung imstande war. Ich mache nie was kaputt. Ich mache nur die Kisten auf. Ist das der Shovel Knight hier links? Der Gehörnte. Ne, das ist Hollow Knight, ne? El Nemesis gegen Pyramide Roya. Das ist hier Hollow Knight, oder? Das ist nicht Shovel Knight, das ist Hollow Knight. Also so ein kleiner Insider hier. RIP Feuer Dude. Ja, ja, der RIP Feuer Dude ist fertig. Der ist erledigt. Wir haben alles geschafft. Er kann uns nichts mehr beibringen. Oh Mist, wir haben keine Tortillas für das Abendessen mehr. Ich frage mich, ob ich Karelita losschicken sollte. Ja, du musst sie besorgen. Tortillas sind wichtig und lecker. Skeleti Bild. Kiste. Einfach so? Oh. Mehr Ausdauer. 2, 4, 6, 8. Wir haben schon 8 Ausdauerpunkte. Einfach hervorragend. Ja. Shovel Knight versus Hollow Knight. Richtig, das sind beide. Wir haben Schaufel gegen Nadel. Kann man in der Mitte sehen von der Bewaffnung. Das heißt, der linke hat die Schaufel, der rechte hat den Nagel. Das rechte ist also tatsächlich der Hollow Knight und links ist Shovel Knight. Shovel Knight kann ich auch mal spielen. Ich glaube, es ist auch ein cooles Spiel. Ich habe es aber noch nicht, glaube ich. Müsste ich mir aber auch noch holen, weil ich glaube, das ist auch ein Spiel, was man gespielt haben sollte. Hat zumindest einen extremst guten Ruf. Hey, Lucador. Ein schöner Abend zum Ringen, nicht wahr? Ich weiß nicht. Den Meteor zum Skelett bringen. Den Meteor zum Skelett bringen. Oh, entschuldige. Das galt nicht dir. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ja, um Skelett die. El Capitan contra Reptil. Das Reptil sieht cool aus. Ist das nicht hier ein von Star Trek? Das sind diese Goren von Star Trek, ne? Das ist nicht ein Reptil. Das ist ein Goren. So ein Volk bei Star Trek. Das kenne ich doch. Wen ja der große Star Trek Fan. Salvador ist der coolste. Er ist so krass und so anders. Ich wette, seine Eltern verstehen ihn nicht. Aber ihm ist das völlig egal. Ja, Salvador ist einfach der Held. Das ist ein Held. Das war's. Bitte, Daniela. So können wir nicht weitermachen. Cameron, Cielo, Ahorra. Okay, wie auch immer. Hier geht's rein. Häuschen. La Bataille de Sigo Optimo gegen Mega Was für eine Anspielung ist das wieder? Die beiden kann ich nicht so gut Die kommen mir bekannt vor mit den Masken Wurde die mir auch schon oft empfohlen Ich glaube schon, also Shovel Knight ist echt Es kostet auch nicht viel, glaube ich auch 5-7 Euro Oder sowas, aber soll sehr sehr gut sein Beim nächsten Sale mal gucken Ich glaube das geht auch Richtung Metroidvania Shovel Knight, ist auch so eine Art Spiel Also für dich wahrscheinlich gut Und es ist nicht so 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 abgefahren Wie Guacamelee, es ist ein bisschen klassischer Wie Hollow Knight, Prost Zumindest nach dem was ich gesehen habe Gespielt habe ich es auch noch nicht Und ich habe nur sehr kurz reingezappt Bei Star Trek fällt mir spontan die Geschichte ein Dass Bastian Pastewka die Episodennamen In der Reihenfolge nennen kann Ist der so ein großer Star Trek Fan? Das weiß ich noch gar nicht Okay Okay Optimus Prime und Megatron Ah, okay Das heißt Transformers sind das Da habe ich auch ewig nichts mehr gesehen Shovel Knight ist echt träge Wirklich? Hat eigentlich einen echten sehr sehr guten Ruf Okay Also ich würde es gerne mal probieren Irgendwann mal Hallo, mein Name ist Inatavi Urod Ich habe eine große Menge Münzen in einem Labyrinth verloren Und bin nicht fit genug, um sie zurückzuholen Wenn du sie findest, kann... Äh, Quint, wenn du sie finden kannst Überlasse ich sie dir Was meinst du? Du hast zwei Minuten, um die Münzen zu sammeln Ehe du ohne jeden Grund stirbst Viel Glück Minispiel Pac-Man Oh Man muss hier alle sammeln Wie steuere ich das? Nein, das muss ich hier Ach du meine Güte Dann müsste man einen Plan haben Wie man das hier richtig macht Und im Idealfall vielleicht auch ein bisschen Skill Ihr habt gehört, ne Skill soll helfen Und ihr habt das Gefühl Ich schaffe das nicht in zwei Minuten Das Chicken wäre vielleicht besser, ne Chicken kann doch nach rechts rüber gleiten Ich glaube, mit dem Chicken geht das hier einen Ticken besser Hängt eigentlich davon ab, ne Einige Stellen geht es mit dem Chicken besser Ja, aber das wird jetzt nichts werden Okay, vielleicht werden wir von oben starten müssen Das Chicken kann ja runter gleiten Das Gleiten geht relativ zügig Achso, und bei Pac-Man gibt es normalerweise die Möglichkeit Links und rechts aus dem Bildschirm rauszugehen Und auf die andere Seite rauszukommen Das geht nicht ganz Äh, Träge im Sinne von Es steuert sich echt panzerig Und langsam Hm Gut, dazu kann ich nichts sagen Ich habe es nicht gespielt Bei mir gefällt die Optik Und ich habe das Gefühl Es könnte mir generell gefallen Deswegen Vielleicht kommt es mal dran Na, Zeit ist gleich rum Aber ich glaube, man kann es schaffen Ich bin nur nicht sicher Mit wem es sich besser steuern lässt Weil das Huhn ist ein klein wenig tricky Aber guck mal, ich habe so ein bisschen verplaudert Wenn ich mich so richtig konzentriere Ich glaube, wir schaffen das Ich glaube, wir schaffen das Nämlich in den Chicken Oder nehme ich hier den Lucador Chicken oder Lucador Wir nehmen den Chicken Nach dem ersten Sprung Wir springen erst mal nach oben Der kann ja den Doppelsprung Ziemlich krass Aber wenn wir erst mal oben sind Ne, eigentlich Das geht mit dem schon ziemlich flott Wir müssen uns nur überlegen Wann wir runtergehen Weil runter geht es recht flott Was wäre hier der perfekte Weg Das geht doch nicht ganz gut Ja, man sollte sich überlegen Wie man richtig springt Wir haben die Hälfte der Zeit noch übrig Ich glaube, wir haben die größere Hälfte schon aufgeräumt Wenn ich jetzt nicht alles falsch mache So wie es gerade aussieht Dann kann es nur noch was werden Das sieht gut aus Ach, wir kriegen unten sogar Geld Aber gut, er hat ja gesagt Das ist jetzt seine Schatzkammer Er hat Münzen verloren Und wir kriegen die Münzen Wenn wir es schaffen, sie in der Zeit aufzusammeln Und ey, wir haben sogar Zeit übrig Wir sind der einzig wahre Lucador Oh, Kiste Muss ich die auch noch in der Zeit aufsammeln? Herzi Herzilein Ich möchte dem Spiel nochmal eine Chance geben Weil eigentlich ist es schon gut Mit Glückwunsch Du hast alle Münzen gesammelt Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht Ich finde es hier richtig cool Dass wir diese Minispielchen überall reingebaut haben Man kann es mal nicht wiederholen Das ist ein bisschen schade Dass man es nicht wiederholen kann Das ist echt etwas schade Ich wette, du fragst dich jetzt Wie kann er Trompete spielen Wenn er keine Lippen hat Tja, Lucador Dazu sage ich nur eines Was kümmert es dich? Nix gesagt Kann man hier links rüber gehen oder nicht? Auf der Karte sieht es aus, wenn es da weitergehen könnte Aber ich vermute, Wasser ist tödlich für uns Erstmal speichern Wasser ist tödlich Aber ich habe unten links was gesehen Ah, Kiste Hier Instinkte, ne? Die Instinkte eines Gamers Und hier First Try natürlich gleich gemeistert Ach, oben ist auch noch was Okay, wir müssen nach links hoch Aber nicht so einfach Das wird wie ein Spaß hier Okay Wir müssen auch zwischendurch einen normalen Sprung machen Mehrweise Doppelsprung Also einmal hier Doppel Wieso ging Doppelsprung nicht doppelt? Doppelsprung sollte eigentlich doppelt gehen Ah Da ist noch was Da ist noch etwas versteckt Ich frage mich, wie die Leute hier normal leben können Wenn sie nicht die Ziegenfähigkeiten von Juan haben Oder den Adlersprung Ja Eigentlich geht das überhaupt nicht Okay Oh, nein Wir waren so nah dran Und oben rechts war auf jeden Fall noch was Da war noch so ein Häuschen Nein Mit dem Chicken ist es nicht einfacher Oder von oben einfach rüber gleiten Von irgendeiner anderen Position Wahrscheinlich kommt man auch noch anders hin Aber hier ist es vorbereitet Wir nehmen halt den coolen Weg Ich will die Attacke nach links machen Er macht sie nicht Wir sind aufgeladen Also daran kann es nicht liegen Wir waren da Wir waren so was von da gewesen Ich will mich das Spiel veräppeln Ich kann nicht nach links rüber springen Mit dem Sprung hier Den lässt er mich nicht machen Aber der müsste noch gehen Der habe ich nicht benutzt vorher Ich muss in der Luft aufs Chicken wechseln Vielleicht geht es dann Wir machen einen ausreichend großen Sprung Ja Ich sollte nicht Button Smashing machen In dem Moment Beim Huhn gleiten Brauche ich den anderen Knopf Knapp Es ist so knapp da vorher Aber es muss klappen Wir sind so nah Ich muss A drücken Nicht B Wieder B gedrückt Nein Ich werde mir auch nicht sicher Bin ob es das Huhn schafft Vielleicht klappt es auch mit dem Huhn nicht Ich bin zu doof Das in den richtigen Knopf zu drücken Und Okishima Rated mit einer Gruppe von 15 Personen Hallo ihr Lieben Ich hoffe ihr habt einen wunderschönen Stream gehabt Wir sind hier gerade kurz vorm Finale von Guacamelee Werden es heute aber leider nicht durchspielen Weil es war doch ein bisschen länger als gedacht Wir sind gerade hier auf der wunderschönen Isla Bonita Das ist im Spiel hier unten links Und das ist kurz vorm Finish Morgen gibt es erstes Finish Ab 18 Uhr Deswegen also wenn ihr sehen wollt Das kommt morgen Aber ihr könnt gerne noch zugucken Wir sind in einem neuen Ort Und versuchen hier so Kisten und Extras freizuschalten Was habt ihr schönes gemacht Ihr habt Monster Hunter gespielt Ein Spiel was ich auch nochmal spielen sollte Weil ich kenne die Anime Serie ein bisschen Aber gespielt habe ich es noch gar nicht Ich weiß nur es soll sehr gut sein Und ganz viele Leute spielen es sehr sehr gerne Und ja Das heißt ihr habt viel Spaß damit gehabt Und wer sich das gerne angucken will Dann wisst ihr Bescheid Bei dem lieben Okishima Könnt ihr euch das wunderschöne Monster Hunter angucken Also lasst ein schönes Follow da Wenn ihr mögt Und Minami Schön dass du da bist Hallo Und ja gerne Ich hoffe euch geht es allen gut Und ihr seid gut ins Wochenende gestartet Aber hallo Jetzt ist Wochenende Freitag ist geschafft Und jetzt zwei Tage Entspannung pur Es wird großartig So Ihr habt es gesehen Ganz knapp Ganz knapp Und jetzt wollen wir es mal richtig schaffen Und Chicken Auch mit Chicken klappt es nicht Es bringt nichts umzuschalten Wenn du es mit rechts hinkriegst Aber links Probleme hast Muss es an deinem Controller liegen Okay Muss ich nicht mit anderen Controller reinpacken Jetzt passt es Jetzt passt es plötzlich Wir haben den Sprung geschafft Maestro de Tacos haben wir hier An dieser Klippe kann man wundervoll die Beine baumeln lassen Sie ist so schön abgelegen Bei Nacht Kisten Alles Alles meins Und oben haben wir jetzt Maestro de Tacos Hier sieht es besser aus Hier ist es Skelett Version Mit grünen Tacos Hier sind die guten gelblichen Tacos Und die grünen sind glaube ich die Die ein bisschen älter sind Mal reingehen Noch ein Chicken Oh mit einem Portal Minispiel Incoming Der Auserwählte Hinter mir liegt ein Portal In dem wir eines der Fragmente Des kostbaren Schlüssels vermuten Laut der Prophezeiung Soll jedoch jener Der des Schlüssels würdig ist Eier legen können Auserwählter Diese Gabe musst du mir demonstrieren Bevor ich dich durchlassen kann Er Wie viel Eier willst du haben? Es ist wahr Du bist nicht nur der Auserwählte Du kannst auch Eier legen Bitte geh durch das Portal Und finde dort das vermutete Schlüsselfragment Achievement Sonderlieferung Füttere den hungrigen Wächter Oberster Zipfel des Tulebaumwippels Oh 2D Jump'n'Run Jetzt Aber es ist kein Chicken Level Da oben ist ein Anker Das ist ein Luca Luca Level Wir müssen da oben hin Das ist Ich glaube das Spiel hat mich wieder ganz doll lieb hier mit so einem Level Ja Es wird wahnsinnig spaßig Das sehe ich jetzt schon kommen Spaß incoming hier Jetzt weißt du was die Eier bringen Eier sind ein Passierschein Für die richtig guten Level Die ihr bei mir nicht sehen werdet Weil das lassen wir gleich sein Ich bin mir sicher Das ist ein ganz kleiner Bildschirm Von einem extrem großen Level Und das Level ist brutal Immerhin wir haben die erste Stufe geschafft Das heißt jetzt muss ich rechts auf den kleinen Deckel drauf Ja Das machen wir heute nicht mehr Passierschein A38 Ach hier einmal nachts haben wir das Chicken Skeletti Und hier Chicken mit Fell Es heißt Obwohl der des Schlüssels würdige Auserwähler Wählte ein Hahn ist Sei er so mächtig Dass er einer Henne gleich Eier legen könne Yeah Jetzt bin ich extra den schweren Weg nach oben gegangen Und das einzige was ich hier finde Ist ein Chicken Speziallevel Uh Wir haben noch was anderes gefunden Es hat sich also gelohnt Nein Ich muss nochmal hoch Und Bäm Bäm So Neuun Nimm mal hoch Und drüber Hier wurde auch noch ein bisschen runter Weil irgendwie hier müssen wir Wir sind wieder drüben Okay Hier geht's weiter Und das heißt hier waren wir Und da waren wir Dann geht's hier wieder hoch Ne, mit der hab ich schon gesprochen Ich muss hier die Wand hoch Madame Genau Hier waren wir auch Oh Ich sehe links Neue Kiste Ne Kiste Die wir brauchen Allerdings Da müssen wir andersrum hingehen Muss man hier rechts mit dem Hündchen durch Hör auf Hör auf Ne Ist kein Weg Okay Aber oben müssen wir hin Geht's noch höher Wir sind ganz oben angekommen Alles safe Hier ist eine safe Plattform Safe Plattform Und da ist die Kirche Und da geht die Story weiter Aber wir machen noch nicht Story Wir werden erstmal mit allen reden Hier in dieser Kapelle ist Salvador aufgewachsen Ich hoffe ihn bald wiederzusehen Er sieht so gut aus Okay Nachts ist nur die Lady da Ich fühle mich hier so zu Hause Die majestätischen Wasserfälle Die Kleinstadtatmosphäre Hach So muss es sein Hallo Lucador Suchst du nach einem Ort Um dich auszuruhen? Bitte besuche unsere Kapelle Und lass dir von der Oberin Eine Geschichte erzählen Geh mir gleich rein La Gran Cabeza de Copa Oder so ähnlich Ein Chicken Eine Dame Ich liebe diese Stadt so sehr Nirgendwo sonst Will ich die Ewigkeit verbringen Lucador Du willst es mit Salvador aufnehmen? Bitte sei vorsichtig Er ist wirklich mächtig geworden Ich bin noch viel mächtiger hier Tut mir leid Aber der Tempel der Schlange Ist für die Öffentlichkeit geschlossen Es ist echt mordsgefährlich da drin Marode Treppen Tödliche Schwebeschlangen Wenn du wirklich dort hinein möchtest Solltest du mit der Oberin In der Kapelle sprechen Sie hat mich gebeten Hier Wache zu halten Ich weiß, dass es die Aufgabe gibt Möchtest du den Schlangentempel betreten? Es ist gefährlich Allein hinein zu gehen Wenn du ihn wirklich betreten willst Solltest du dir die Erlaubnis Der Oberin holen Sie hat mich gebeten Hier Wache zu halten Du findest sie in der Kapelle hinter dir Okay, das heißt Wir haben nicht wirklich eine andere Möglichkeit Als hier rein zu gehen Aber unter uns war noch eine Kiste Das hätte man von der anderen Seite Von unten erreichen können Wir reden mit der Oberin kurz Und dann machen wir die kleine Kiste noch Die rote Kiste als Finish für heute Und dann morgen ist dann der Templo della Serpiente dran Also auf, auf in die Kirche Oh, eine richtige Wrestling-Kirche Bei Tag und bei Nacht Und die Oberin sitzt auch da ganz gemütlich Okay, also Final Buenas tardes, Lucador Diese Maske, die du da trägst Sie ist etwas ganz Besonderes Auch wir hatten einmal eine solche Maske Tritt näher Du bist hier, um mehr über Salvador zu erfahren Ich erinnere mich Er war ein süßes Kind Ich fand ihn an meiner Türschwelle vor Ich habe damals ein Versprechen geleistet Diese Insel wurde ein Zuhause für Chava Er war immer ein entschlossener Junge Der Wasserfall war sein Lieblingsort Er wollte ein starker Lucador werden Und er wurde stark Seine Technik war ohne gleichen Doch ich hielt ihn nicht für bereit Sein Geist war nicht stark genug Für die Bürde der Maske Seine Verzweiflung Lastet noch immer auf mir Vielleicht hätte ich einen anderen Weg finden können Vielleicht hätte ich ihn retten können Doch ich habe versagt Und die Dunkelheit Sollte ihn an sich reißen Das Versprechen Das ich an jenem Tage leistete Ich habe es bis heute nicht gebrochen Ich schwor ihn bis ans Ende seiner Tage zu lieben Naja, wie dem auch sei Hier kommt Wonderwall Salvadors Zeremonie findet im Tempel der Schlange statt Unser Wächter wird dich hereinlassen Er ist gleich links Die Maske verzehrt ihn Die Maske verzehrt ihn Lucador Tu, was du tun musst Okay, neues Ziel Begib dich zum Schlangentempel Das war so eine schöne Musik, ne? Schöne Story Das heißt, super Schurki Salvador ist nicht nur ein böser Schurki Er ist auch ein cooler Er ist auch ein cooler Die Maske verzehrt ihn Lucador Tu, was du tun musst Okay, immer Nacht Das gleiche Okay, einmal kurz beten Wand weghauen Hier ist das Eiersecret wieder, ne? Die Illuminati Hühner Oh Ich habe viel über die Zeitlinienrisse Und El Otromundo gelesen Tatsächlich muss es unendlich Viele Zeitlinien geben Kannst du mich unendlich Viele Male vorstellen? El Otromundo Gewährt Zugang zu all den anderen Zeitlinien Aber es muss ein ziemliches Wirrwarr sein Aber eigentlich Verbindet El Otromundo alle Zeitlinien Ihr seht ihn gar nicht so gut, ne? Oh So sieht der gute Kerl aus Viel Glück auf deiner Reise In El Otromundo, Juan Wenn du andere Versionen von mir triffst Dann grüß sie doch Sie wissen schon, was ich meine Ich will nicht mit ihr reden Ich will hier einmal hoch Wir müssen nämlich auf der anderen Seite wieder runter Weil ich habe da die rote Kiste übersehen Damit wir da hinkommen Da müssen wir hin Da zu der Kiste Und scheinbar gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit Da hinzukommen Oh, da war ein Anker Einmal switchen Und einmal hoch Oh, hier First Try Einfach fantastisch Mein treuer Hund hat mich im Jenseits gefunden Ist das nicht süß? Wer ist ein guter Junge? Na du Du bist ein guter Junge Ich habe gerade meine Ersparnisse Für ein paar Grundstücke in der Stadt ausgegeben Da alle in Panik verfallen Und günstig verkaufen Wenn wir überleben Werde ich reich Und wenn nicht Wen interessiert's? Ich kann nur gewinnen Tüchtige Geschäftsfrau Und wir haben Ich dachte, es wäre eine Münze Es war wahrscheinlich mehr als eine Münze Gut Und das heißt Jetzt geht es hier runter Und hier rechts rüber irgendwie Und ja Ein Bonuskiste abgeholt Warum so ein großer Kopf? Das Spiel ist ein bisschen abgefahren Moment, Moment Da war noch ein Poster links Lucha Adres del Aroc Iris Oder Senior Frog Fraktions Ja, wir hätten von dir aus Den schönen Weg nehmen können Gehe ich jetzt runter und aktiviere das nochmal Ich habe den roten Stein da vergessen Ja Wenn man so guten Skill hat, wie ich jetzt gerade Dann geht es ganz schnell Kirche Kirche zu Kirche auf Und dann morgen geht es hier im Schlangentempel weiter Nun lasse ich dich hinein Lucador Ich wünsche dir viel Glück Warum bin ich ganz allein hier? Ich dachte, wir Trainer treffen uns alle auf der Brücke Denk auf jeden Fall an all die Lektionen, die ich dich gelehrt habe Sie sind wichtiger als die Lektionen der anderen Oh, alle unsere Freunde sind hier Wie ist die eine hier? Ah, die wäre ja untot, ne? Du darfst eintreten Viel Erfolg, Lucador Kroko Ah, Juan Möge das Glück dir lachen Aha Deine Supermoves haben dich so weit geführt Aha Sieh dich an, mein Schüler Ein Champion Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt Ich, Rusta Ramirez, danke dir für dein Vertrauen Juan, der Lucador Du wirst auf jeden Fall sterben Das ist unser Kumpel Grüß Salvador mit einem Faustschlag von mir Können wir noch ein paar Fähigkeiten trainieren? Vielleicht kriegen wir neue Texte Nee, geht nicht Ein Geld haben wir, aber ich muss noch sechsmal Megaslam machen Ah, schade Der Kroko ist super Der ist immer sehr positiv Der Kroko ist super Ich hätte sogar das Kostüm von dem Aber das gibt es wahrscheinlich nicht so einfach Ja, Templo de la Serpiente Okay, und genau hier geht es morgen weiter 18 Uhr Dann haben wir den großen Showdown Gibt es ja nicht ein Autosave Ich muss kurz ins Gebiet reingehen, glaube ich Spätestens jetzt haben wir ein Autosave Okay, neuer Kauf verfügbar Das hat er vorhin schon gehabt Kurz Karte checken Wir sind im Templo de la Serpiente Und da sehen wir auch Salvador auf der Karte Und seinen großen Rivalen Und hier haben wir es Wir sind noch auf Isla Bonita Hindere Salvador daran El Otomundo zu betreten Wir haben schon 1956 gespielt Also wir werden 20 Stunden überschreiten Da bin ich mir ziemlich sicher Aber hier, für heute ist das erstmal das Finale Der Feuerdude ist so gemein Aber der ist auch cool Feuerdude ist ein bisschen gemein Aber er ist trotzdem cool So, beenden Yes Und auch hier beenden Yes Das heißt, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt Ich weiß, morgen werden sich einige ärgern Dass wir morgen nicht Pokémon machen Weil Pokémon war eigentlich für morgen geplant Aber Ich bin nicht so durchgekommen Wie ich gehofft hatte Und ich hoffe, wir haben dann morgen mal einen Spaß Mit dem großen Finale von Guacamole 2 Und Sonntag haben wir dann Fiesta Online Spielewunsch Ein MMORPG Kostenlos Und ja, wer mitmachen will Kann dann auch mitmachen Nochmal trinken zum Abschluss Aber hier Einmal Prost Wir schauen mal kurz nach Ob es neue News gibt Kann ja passieren Und da haben wir was Da haben wir ja was Ein Vault-Tackle-Remix Und weiterer Producer Ne, das hatten wir Das hatten wir vorhin gehabt Das ist von heute 11 Uhr in der Früh Das heißt, das ist nicht wirklich ganz neu Aber wir gucken nach, wo wir noch hinraiden Weil wir haben noch ein bisschen was zu tun Geschafft Black Spy, was hast du Schönes geschafft? Erzähl mal Achso, Poké-LP Deswegen Was ist die nächste Stufe? Nächstes Ziel 3% erhöhte Shiny-Chance In meinem Stream Oh Stufe 4 ist ja richtig gut Aber dafür musst du jetzt 500 Pokés fangen Aber interessant, ne Stufe 4 im Pokémon-Community-Game Bringt euch 3% erhöhte Shiny-Chance bei mir im Stream Oder natürlich, wenn ihr es im anderen Stream habt Halt dort die Extra Fiesta Online Uh, das waren noch Zeiten Ist der Spielewunsch für Sonntag Also wenn du Lust hast Sonntag ist ab 13 Uhr Ich habe Sonntags immer ein bisschen andere Zeiten Um alle maximal zu verwirren Ähm, wo ist mein Bildschirm? Hier Deswegen hier könnt ihr sehen Ne, die ersten 3 Tage haben wir geschafft Und ähm ja Der Samstag war als Reservetag geplant Und der wird als Reservetag leider eingesetzt Also leider für alle, die auf Pokémon gehofft haben Weil ja, ich vermute Morgen wird äh Mindestens der halbe Stream Noch für Guacamelee benötigt Es ist nur noch der Tempel Aber ihr habt gesagt Der Tempel ist relativ groß Deswegen halber Stream Denke ich mal ist safe Vielleicht haben wir die zweite Hälfte Noch Zeit für was anderes Müssen wir schauen Aber ja Ne, dass ihr Bescheid wisst Äh, morgen leider leider kein Pokémon Aber dann machen wir nächste Woche Auf jeden Fall einen Pokémon Tag rein Dass äh, auch alle auf ihre Pokémon Kosten kommen Ja, das sehen wir dann wohl erst 20, 25 Oh, mal gucken, mal gucken Anton wurde gefangen von Black Spy Ha, Anton hätte ich auch gern gehabt Ja gut Das heißt, wir suchen mal nach einem schönen Raid Und äh, dann schauen wir nach Ähm, Raid, Raid, Raid Wir haben hier Julian Spielte gerade schön Silv Silvio Professor Eich Zalila Zino Und Big Sugar Bei Zino waren wir eine Weile nicht mehr, ne Ich glaube, bei Zino können wir da vorbeischauen Äh, deswegen mal rüber Oder zu Julian Julian radiert uns auch immer so oft, ne Dann gehen wir zu Julian Erstmal zu Julian Weil ich glaube, da waren wir noch länger nicht gewesen Und dann nächstes Mal dann zu Zino auch Weil Zino ist auch eine ganz Liebe Aber Julian, ich glaube, der guckt so oft bei uns vorbei Ich warte da schon so lange nicht mehr Na, es wird auch mal Zeit Und da könnt ihr, wenn du Lust habt, ein bisschen Among Us wahrscheinlich mitspielen Weil ich vermute, dass da noch mehr mitmachen können Und eher Tag 15 des Sub-Atons Das klingt auch nach einer tollen Aktion Also, bei Gronkh waren wir eine Weile nicht mehr Da waren wir noch nie gewesen Weil ich glaube, Gronkh braucht keine Rates von einem Kanal mit 40 Zuschauern Das ist für Gronkh etwas unspektakulär Aber eines Tages, so ungefähr übermorgen, sind wir so groß wie Gronkh Und dann überraschen wir ihn mit 50.000 Zuschauern Ich glaube, dann wird Gronkh Augen machen Aber erst übermorgen Sonst, so schnell geht es nicht Wisst ihr, man muss ein bisschen hier Follower aufbauen Und ich brauche bis übermorgen, damit ich so 200, 2 Millionen Follower habe Und dann so 50.000 Zuschauer permanent Aber das bis übermorgen So, bye, wünsche dir eine gute Nacht, Visa Und die anderen Visas Tristan, auch Dittich, ne? Schlaf schön, träum mal schönes Und morgen geht es 18 Uhr weiter Wie gesagt, mit Guacamelee Dem Finale Weil morgen garantiert, garantiert, garantiert Finale Weil sonst überziehen wir bis zu ohne Ende Weil es ist morgen Finale Weil ich will es auch geschafft haben Also es ist ein super Spiel Aber ich muss es fertig kriegen Und morgen wird es fertig Ja, also Schlaft alle schön Träumt was Schönes Viel Spaß beim Raid Und wenn ihr mögt Morgen 18 Uhr geht es weiter Ansonsten Pokémon hat schöne Raids Eisenhals und Flatterhaar Wenn ihr Lust habt Könnt ihr die machen Es gibt auch noch einen Neuen Auflauf Mit mehr Pokis Bei Visa-Fans habt ihr alle Infos dazu Und hier noch 7 Sekunden Deswegen danke, dass ihr dabei wart Auch große Mod-Liebe raus Dass sie alle super aufgepasst haben Danke, danke, danke Und schlaft schön Bis dann Tschüss 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 Tschüss